Der Tod sonnt sich im Campingstuhl. Ein Bayern-Krimi von Susanne Harniker. Es liest Yara Blümel. Kapitel 1 Mit strahlendem Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen hatten die bayerischen Pfingstferien begonnen. Der See am Hirschgrund glitzerte still und friedlich zwischen den hohen Bäumen und lud zum Schwimmen ein. Ein Buchfink saß in der hohen Birke und trällerte sein Lied. Nach dem ersten Ansturm auf den Campingladen, wo ich jeden Morgen die knusprigen Semmelchen vom Meierbeck verkaufte, hatte ich mich vor die Rezeption gestellt und ließ meinen Blick schweifen. Der Campingplatz war fast voll besetzt, was für mich als frischgebackene und verschuldete Campingplatzbesitzerin Grund zur Freude war. Meine Dauercamper waren nicht gleichermaßen amüsiert, denn zusätzlich zu den unzähligen neuen Campern würde heute eine Jugendgruppe mit 40 Jugendlichen und drei Betreuern anreisen. Noch hatte ich nicht entschieden, wo sie campen sollten, nachdem angeblich jeder Platz auf diesem Erdenrund zu nah an meinen anderen Campinggästen lag. Es war nämlich zu erwarten, jedenfalls nach Aussagen meiner werten Dauercamper, dass diese Jugendlichen in der nächsten Woche mit ihrem Lärm jeglichen Nachtschlaf unterbinden würden. Der Einzige, der in diesem Augenblick wirklich laut war, war ein beleibter, großkotziger Mann, der über meinen Campingplatz schlenderte, als würde er ihm gehören. Obwohl ich bereits wieder im Campingladen stand, um weiter Semmelchen zu verkaufen, hörte ich ihn lautstark herumschwadronieren. Herr Schwarz, Eigentümer von Immobilien Schwarz, stand mit einem feisten Lächeln von meinem verhassten Klohäusle, und ich konnte selbst von der Ladentheke aus sehr gut hören, wie er plante, es als allererstes einreißen zu lassen. Ich verkaufte dem Österreicher seine Frühstückssämmeln einem Mann mit breitem österreichischen Dialekt, der sehr gemütlich klang. Der Mann war seit zwei Tagen hier und übernachtete mit seinen drei Söhnen und seiner Frau in einem uralten, leicht schäbigen Knaus-Südwind. Außerdem hatte er an allem und jedem etwas auszusetzen. Ich hatte das Gefühl, als würde er schon einen ganzen Monat bei uns campen. Deswegen war ich froh, als er wortlos seine Semmeltüte packte und einfach wieder verschwand. Gestern waren nämlich die Brezen zu wenig gesalzen gewesen, aber einen Teufel würde ich tun und den Meierbeck bitten, Beherzter in den Salztopf zu greifen. Dann hatte ich nämlich 24 Stunden später drei besorgte Mütter an der Theke stehen, die mir erklärten, wie gefährlich Salz für Kleinkinder sei. Evelin kam von draußen in die Rezeption gestürmt. »Mach was«, zischte sie mir zu. »Der hat hier nix verloren.« Natürlich meinte sie nicht den Österreicher. Ich packte die restlichen Semmelchen, die Hetzeneggers waren die einzigen, die ihre noch nicht geholt hatten, in eine Papiertüte und versuchte, den Schwarz zu ignorieren. Was ganz schlecht ging, weil Evelin in der Tür stand und über ihn schimpfte. Obwohl ich eigentlich fest vorhatte, diesem Mann den kompletten Campingplatz zu verkaufen, machte es mich richtig schaudern, wie verächtlich er sich über mein Klohäuschen äußerte. Gut, es war hässlich und unmodern, und wahrscheinlich war es auch das Beste, es einfach einzureißen. Aber immerhin war es noch mein Eigentum. Noch immer hielt Evelin mit zornfunkelnden Augen ihre Arme vor dem Busen verschränkt, den sie heute in ein getigertes Lycra-Top gehüllt hatte. Dazu passend trug sie eine glänzend-schwarze, hautenge Lycra-Hose mit seitlicher Netzoptik. Von unauffälliger Kleidung hielt Evelin nicht viel. Gerade wirkte sie wie Lara Croft kurz vor einem Action-Stunt. Als ich mich in Bewegung setzen wollte, um genau das zu verhindern und dem Schwarz auf friedliche Weise mitzuteilen, dass er noch nicht der Besitzer war, trat die Putzfrau Fanny mit einem alten Putzeimer voller Dreckwasser aus dem Klohäuschen. Wie jeder auf dem Platz, außer mir, war sie dagegen, dass der Schwarz den Campingplatz kaufte, um hier ein Luxus-Wellness-Hotel zu bauen. Energe stellte sie den Eimer ab und schien nach Worten zu ringen. Ich beschleunigte meine Schritte, weil ich schon ahnte, dass Fanny vorhatte, diesem blöden Kerl eine gehörige Ladung Dreckwasser in die Haarpomade zu schütten und mit Schimpfworten nachzuspülen. Meine Flipflops klatschten eilig über den Asphalt, während ich den Schwarz ziemlich abfällig sagen hörte, dass er der Menschheit einen Gefallen täte, wenn er dieses schreckliche Toilettengebäude abriss. Vorwusstvoll sah mich Fanny an. Unser Klohäusl, zischte sie mir zu. Einplanieren, das geht doch nicht. Naja, so toll war das Toilettengebäude auch wieder nicht, und ich muss gestehen, dass auch ich mit der einen oder anderen Abrissfantasie schwanger gegangen war. Aber Fanny putzte dieses Klohäuschen jetzt seit 60 Jahren, deswegen musste man auch darauf achten, ihre Gefühle nicht zu verletzen. Auf die Sauberkeit der Toiletten legte sie nämlich unglaublich Wert, und dass die Fliesen kackbraun waren, war ihr ziemlich egal. Vermutlich hatte sie zu Hause Fliesen ähnlicher Farbe im Badezimmer. Der Schwarz drehte sich zu mir um. An seiner Seite hatte er einen Mann mittleren Alters, der aussah, als wäre er Jurist, und außerdem einen jüngeren Mann, der bestimmt sein Sohn war. Vater und Sohn sahen fast identisch aus. Beide trugen einen riesigen Wohlstandsbauch mit großem Stolz vor sich her. Keiner von ihnen schien auf die Idee zu kommen, dass es komplett daneben war, schon jetzt abzustecken, wo das Hotel entstehen würde und wo der Swimmingpool, obwohl sie mir noch nicht einmal ein Angebot unterbreitet hatten. Während ich eilig näher kam, beobachtete ich, wie sich Fanny energisch eine weiße Strähne aus dem Gesicht wischte. Diese hatte sich aus ihrem ursprünglich straff gedrehten Dutz gelöst, der zentral auf ihrem Kopf thronte und umwehte sie jetzt wie eine weiße Aura. Für ihre 80 Jahre war sie nämlich topfit, und ich traute ihr durchaus zu dem Schwarz mit dem Schrubber eins über die Rübe zu hauen. Mit einem ziemlich finsteren Blick auf den Immobilienfritzen nahm sie den Putzeimer und kippte ihn aus. Das dreckige Wasser spritzte bis zu den Füßen von Herrn Schwarz und hinterließ dunkle Wasserflecken auf dem dunklen Leder. Ich war ihr unglaublich dankbar, dass sie nicht noch besser gezielt hatte. »Unglaublich, dieser Renovierungsstau«, sagte der Schwarz gerade und in mir kochte plötzlich die Wut hoch. Mein Renovierungsstau ging ihm nämlich gar nichts an. »Wenn ich sie bitten dürfte, meinen Campingplatz zu verlassen,« sagte ich und verschränkte die Arme vor der Brust. »Gehen wir in ihr Büro und besprechen das Geschäftliche,« ignorierte Schwarz mit seinem feisten Grinsen meiner Aufforderung. Als wäre es vollkommen klar, dass ihm schon alles gehörte. Fanny wrang den alten grauen Putzlumpen aus und wieder spritzte das Wasser weiter als nötig. Seltsamerweise hatte ich plötzlich auch das Gefühl, Putzwasser auf Schuhe kippen zu müssen und war froh, dass das Wasser schon entsorgt war. Dann sah ich vor meinem geistigen Auge den dreisten Kerl in meiner dürftig aufgeräumten Rezeption mit hohem Renovierungsbedarf sitzen, die er genauso einplanieren würde wie das unsägliche Toilettenhäuschen. Obwohl erst zehn Uhr war es schon brütend heiß, vielleicht war ich deswegen auch so extrem ärgerlich. »Sie können telefonisch einen Termin bei meiner Sekretärin vereinbaren,« verlautbarte ich mit hochgezogenen Augenbrauen, obwohl ich keine Sekretärin hatte. »Bitte verlassen Sie jetzt das Campingplatzgelände. Mein Campingplatzgelände, das nur nebenbei,« setzte ich ziemlich eisig hinzu und drehte mich um. Direkt hinter mir standen fünf meiner Dauercamper. Peer und Frau Schmidt-Kunz, Evelin und auch die beiden Hetzeneggers waren inzwischen aufgestanden. Alle schienen kurz davor zu sein, mir zu applaudieren. Evelin hatte wieder gute Laune, machte mir einen Espresso Macchiato und trotz der schwülen Temperaturen strahlte sie größte Zufriedenheit aus. Ich verkaufte den Hetzeneggers ihre Semmeln und die Froni-Hetzenegger tätschelte mir mütterlich die Hand. »Das kriegen wir schon hin«, sagte sie. Und irgendwie war es auch ein tolles Gefühl, dass sie uns zusammen als wir empfand. Obwohl ich nicht genau wusste, wieso sie bezüglich des »Das kriegen wir schon hin« so positiv gestimmt war. Ihr mütterlicher Busen wogte und kurz wirkte es, als wollte sie mich in die Arme schließen und an diese zwei überdimensionierten Brüste drücken. »Das heißt nicht, dass ich nicht verkaufe«, erläuterte ich, als die Froni aus der Rezeption gegangen war. Was war ich auch blöd. Ich hätte jetzt gleich Nägel mit Köpfen machen können und den Campingplatz sofort verkaufen. Morgen schließen, keine Semmeln mehr holen, keine Brezen, die zu wenig oder zu viel gesalzen waren. Was mich da geritten hatte, den Schwarz rauszuwerfen, wusste ich nicht. Aber der Gedanke, dass hier alles einplaniert, ein schickes Hotel gebaut und das Moor zum Golfplatz gemacht werden würde, machte mich trotz allem traurig. Und wütend. Mit einem strahlenden Lächeln reichte mir Evelin den Espresso mit der perfekt geschäumten Milch. »Natürlich, Schätzchen«, zwitscherte sie, wie immer meinen Namen ignorierend. Bis jetzt hatte ich noch niemandem erzählt, dass ich es mir gar nicht leisten konnte, den Campingplatz zu behalten. Ich hatte den Campingplatz von meiner Großmutter geerbt und ich musste noch tausend Rechnungen von Nonna bezahlen. Und alles Geld, das Nonna noch gehabt hatte, hatte sie vor ihrem Tod der Firma Klaus & Gruber überwiesen, um das Toilettengebäude renovieren zu lassen. Im Übrigen so viel Geld, dass man vermutlich nicht nur eines, sondern drei oder vier neu bauen könnte. Ein Klohäuschen, weiterhin bei dem eigentlich nur ein Abriss in Frage kam, wenn man genauer darüber nachdachte. Dass der blöde Immobilien-Schwarz das genauso sah wie ich, machte mich noch wütender. Ich stellte mich mit meinem Kaffee in die Sonne vor die Rezeption und sah nach, ob der Schwarz tatsächlich verschwunden war. War er. Und ob die Campinggäste tuschelten. Taten sie nicht. Und ob die Fanny noch immer putzte. Seit wir so viele Gäste hatten, putzte sie nämlich nicht nur um vier Uhr in der Früh, sondern auch noch um zehn Uhr. Und ich kam jeden Tag in den Genuss, mich mit ihr über die Qualität der Schrober zu unterhalten. Trotz der ganzen Schwierigkeiten ließ ich meinen Blick wohlwollend über den Campingplatz schweifen. Vor vier Wochen erst hatte ich ihn geerbt. Die Wohnwegen standen in der Sonne glänzend in Reih und Glied. Die Gartenzwerge des Apothekers Schmidt Kunz sahen aus wie frisch lackiert. Und bei dem alten, halbtauben Gröning wehten eine fast schon historisch zu nennende dunkle Badehose und ein uraltes, oranges Handtuch, das in der Mitte bereits reichlich durchsichtig war an der Wäscheleine im Wind. Nicht, dass ich hier bleiben wollte, aber es war wirklich idyllisch zwischen den Pappeln und Weiden mit dem Blick auf den glitzernden, moosgrünen See, der sich spiegelglatt vor dem dunklen Fichtenwald auf der anderen Uferseite erstreckte. Und in der Früh roch der gesamte Campingplatz immer sehr appetitlich nach Kaffee und frischen Semmeln. Mir knurrte der Magen. Der alte Gröning kam auf uns zu, in seinem Gesicht der Ausdruck von Unverständnis. Und wo sollen wir biseln gehen, wenn das Häusel einplaniert wird? fragte er. Aufs Klo gehen war nämlich ein wichtiges Thema beim Gröning, das tat er alle Stunde einmal. Nix wird einplaniert, stellte Evelin in den Raum. Hat er aber gesagt, ärgerte sich der Gröning. Also war er doch nicht so taub wie angenommen. Ich überließ das Gespräch Evelin. Der Gröning war hier auf dem Campingplatz, seit er eröffnet worden war. Er musste inzwischen ungefähr 85 Jahre alt sein und es sah aus, als wäre der Mann geschrumpft, die Haut aber gleich groß geblieben. Sein ganzer Körper bestand nur aus Falten. Durch die zahllosen Spaziergänge war er aber unglaublich fit und drahtig und konnte bestimmt strammer marschieren als beispielsweise ich. Vielleicht sollte ich ihm meinen geerbten Riesenköter Milo schenken. Ich ließ meinen Blick erneut auf dem Campingplatz ruhen, wo alle ihren Morgentätigkeiten nachgingen. Die Männer waren hauptsächlich mit grauen Toilettenabwasserwägelchen unterwegs oder damit beschäftigt, den Müll wegzubringen. Beinahe mit Liebe sah ich ihnen dabei zu. Neben uns ratterte eine Motorsense los und ich sprang erschrocken einen Schritt in die Rezeption hinein. Ein Spritzer Kaffee landete auf meinem T-Shirt und Eveline schloss die Tür hinter mir. »Das ist dringend nötig, dass der Sepp mal wieder mäht.« »Der Sepp«, echote ich. »Richtig. Der Sepp war der Gärtner meiner Nonna gewesen. Als Kind hatte ich mich immer ganz schrecklich vor ihm gefürchtet, weil ich ihn für einen wahnsinnigen Magier aus einem fremden Universum gehalten hatte. Neugierig spähte ich durch die Gardinen nach draußen. Sah aus wie immer. Riesiger Schnauzer und grimmige Miene. Und auch heute noch wirkte es, als würde er nicht Rasen mähen, sondern etwas niedermetzeln. »Mit dem werde ich gleich besprechen, wie es mit ihm weitergeht, wenn er sich eine neue stelle. Mit dem Sepp kannst du nix besprechen«, sagte Eveline hastig und drehte sich von mir weg, um ihr Kaffeegeschirr zu spülen. »Momentan solltest du einfach nur froh sein, dass er wieder hier ist. Seine Mutter ist Anfang Mai gestorben. Und seitdem ist er hier nimmermehr aufkreuzt. Wir hatten schon die Befürchtung, dass er gar nicht mehr kommt.« »Dann werde ich in ein paar Tagen mit ihm sprechen«, seufzte ich. »Und eine neue Stelle kann sich der Arnet suchen.« »Wieso?« »Sepp ist, wie soll ich sagen«, sie formulierte es nicht, sondern drehte den Zeigefinger neben der Schläfe, um zu zeigen, dass er geistig nicht ganz auf der Höhe war. »Er unterhält sich nicht. Wenn du ihn entlässt, dann kommt er trotzdem wieder her und macht mit seiner Arbeit weiter.« »Das konnte ich mir nicht vorstellen.« »Er unterhält sich nicht«, echote ich verständnislos. Also nicht, dass ich jemals mit ihm ein Gespräch geführt hätte, aber ich konnte mich deutlich erinnern, dass er mich einmal angeschrien hatte, weil ich neben dem Rasenmäher spielte, und dass er außerdem meine Barbie-Puppe umgemäht hatte. Die war dann bein-, arm- und kopflos gewesen. »Er gibt nur Laute von sich«, erläuterte sie. »Deswegen sind Bewerbungsgespräche anix für ihn.« Er sah tatsächlich ziemlich debil aus, was vielleicht daran liegen mochte, dass seine rechte Schläfe leicht eingedrückt war, als hätte sie einen ziemlichen Schlag abbekommen. Er schreit oder brummelt. »Na prima.« Ich hatte einen Campingplatz mit einer 80-jährigen Putzfrau und einem debilen Gärtner geerbt. Außerdem einem abrissreifen Toilettenhäuschen, und all mein Geld lag bei einer Firma, die am liebsten senfgelbe Fliesen verbaute. Etwas frustriert stieg ich über meinen ebenfalls geerbten riesigen schwarzen Hund, der von all den Ereignissen heute noch gar nichts mitbekommen hatte, weil er direkt vor dem Computer lag und tief und fest schlief. »Und jetzt schicke ich den Sepp hinauf zur Wiese. Die soll ermähen, damit diese Jugendgruppe dort campen kann.« »Auf der Wiese?«, fragte ich verständnislos, während ich den Computer einschaltete. »Auf der anderen Seite der Straße, da hört man sie nicht so laut. Bleib du hier, ihr warst nicht, was passiert, wenn der Sepp eine unbekannte Person sieht.« »Was sollte da schon passieren?«, fragte ich mich. »Aber gut, dass Evelin das alles in die Hand nahm. Eigentlich war es mir egal, wo diese Jugendgruppe ihre Zelte aufstellte. Wenn das auf der Wiese ging, war mir das auch recht.« Ich sah Evelin hinterher, wie sie mit einem gewagten Hüftschwung hinaus in die Sonne trat. »Morgen«, schrie sie dem Sepp zu, und der machte mit seiner Arbeit weiter, als hätte sie überhaupt nichts gesagt. Kapitel 2 Bis mittags hatte ich nicht groß was geleistet, vor allen Dingen, weil ich es noch nicht geschafft hatte, auf dem Computer wesentliche Programme zum Laufen zu bringen. Ein Campinggast hatte mich nämlich vor zwei Wochen fast ermordet und vorher noch mit einer Ladung Wasser den Computer geschrottet. Da mit dem Computer nichts mehr anzufangen war, hatte mir mein Jugendfreund Alex einen seiner alten Computer geschenkt, auf dem ich leider nicht installiert bekam, was ich brauchte. Deswegen hatte ich vormittags nur Milo ausgeführt und das Regal mit den Nudeln aus dem Campingladen ausgeräumt, gewischt und wieder neu eingeräumt. Neben mir türmten sich Nudelpackungen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war und ich trotzdem noch zu essen gedachte. Nudeln gingen doch nicht einfach kaputt, oder? Gerade als ich alles in eine riesige Plastiktüte steckte, hörte ich, dass bei der Schranke ein großes Fahrzeug hielt. Der Bus mit der Jugendgruppe. Ich wusch mir schnell die Hände und sah dann zu, wie die Jugendlichen brav und koordiniert aus dem Bus stiegen. Der Gröning, bekleidet mit einem ausgeblichenen, ursprünglich vermutlich grünen Hemd und einer kurzen Hose, die seine dünnen Beinchen umschlotterte, kam gerade aus dem Klohäuschen und blieb bei der Gruppe stehen, als würde er dazugehören. Ich stellte mich an die Tür und sah zu, wie der Busfahrer die Rucksäcke und Zelte auslud und die Jugendlichen vor ihm eine lange Schlange bildeten, um sich ihr Gepäck abzuholen. Wohlwollend stellte ich fest, dass es auch hier kein Gerempel und kein Geschubse gab. In meiner Jugend wäre das nicht so gewesen. Die Jungs hätten uns an den Haaren gezogen, uns die Beine gestellt und wir Mädels hätten gekreischt und zurückgeschlagen. Aus der Gruppe lösten sich zwei junge Frauen, die eine sehr blond, die andere braunhaarig und kamen auf die Rezeption zu. Als sie vor mir standen, fiel mir auf, dass sie älter waren als die Jugendlichen. Hallo, sagte die Blonde mit einem freundlichen Lächeln. Sie hatte ein ebenmäßiges, wunderschönes Gesicht und glänzende Haare. Wir sind die angemeldete Gruppe, Jugendcamp Sonne. Sie hatten beide hohe Stapel mit Ausweisen in den Händen. Brauchen Sie die Ausweise? Eigentlich waren mir die Ausweise egal, aber ich musste an meine erste Aktion hier auf dem Campingplatz denken, wo ich keinen Ausweis verlangt hatte. Das war damals nicht gut ausgegangen. Ja, bitte, sagte ich deswegen und nahm zwei der Stapel entgegen. Den dritten konnte ich nicht mehr tragen, weshalb wir gemeinsam in die Rezeption gingen. Das sind wir zwei, sagte sie und deutete auf die obersten zwei Personalausweise. Wohlwollend schlug ich sie auf. Sarah Weinziel und Corinna Pfeiffer. Wir leiten das Camp zusammen mit Jeremias. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder wenn die Kinder etwas falsch machen, dann wenden Sie sich bitte an uns. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Kinder, die nicht einmal beim Aussteigen aus einem Bus Quatsch machten, irgendetwas falsch machen konnten. Ich zeige ihnen den Platz, sagte ich und drehte mich etwas unschlüssig mit dem Ausweisstapel im Kreis. Für einzelne Camper hatte ich ein Postfach für jeden Platz, wo ich auch den Ausweis aufheben konnte. Ich zog eine Schublade auf, in der meine Großmutter Krusch aufgehoben hatte und legte den Stapel auf die Paketklebebänder, die alten Zeitschriften, Adapter für Stecker und sonstige Dinge. Der Stapel kippte sofort und die Ausweise verteilten sich in der ganzen Schublade. Ob ich die jemals wieder alle zusammengesucht bekam, hastig schob ich die Schublade wieder zu. Wir haben auf der anderen Seite der Straße einen Platz für Zeltlager, behauptete ich, obwohl ich dort noch nie jemanden hatte Zelten sehnt. Er ist schön eben, es gibt allerdings nur einen Stromkasten. Strom brauchen wir nicht, sagte Sarah freundlich. Das ist wunderbar hier. Kein Strom? Und was war mit all den internetsüchtigen Jugendlichen, die 80 Mal am Tag ihre WhatsApp-Nachrichten checken mussten? Als wir über die Straße gingen, sah ich, dass der Sepp tatsächlich die Wiese wunderbar gemäht hatte. Immerhin das stimmte. Leider ist auf der Seite kein Toilettenhäuschen, sagte ich, aber wahrscheinlich bieselten Jugendliche sowieso direkt neben das Zelt. Dazu müssten sie über die Straße gehen. Ich deutete hinüber zu unserem wunderbaren Klohäuschen und nahm mir vor, wie immer, wenn ich an das Häuschen dachte, gleich heute noch Klaus und Gruber anzurufen, diese unsägliche Firma, und ihnen erneut mit dem Rechtsanwalt zu drohen, wenn sie mir mein Geld nicht zurückgaben. Sie hatten schamlos die Naivität meiner Nonna ausgenutzt und sich einen horrenden Vorschuss bezahlen lassen. Und den Rechtsanwalt musste ich auch mal anrufen, um ihn zu fragen, was er in der Sache schon alles unternommen hatte. Mein Blick schweifte von dem Toilettenhäuschen zu der Gruppe von Kindern, die sich um einen schlanken, dunkelhaarigen Mann versammelt hatten. Er trug trotz der Hitze eine lange dunkle Hose und ein dunkles Hemd und zeigte mit seinen Armen sehr umfassend in alle Richtungen. Danke, das ist alles kein Problem, antwortete Sarah mit einem so strahlenden Lächeln, dass ich ihr das sogar glaubte. Vermutlich war das in dem Alter wirklich alles kein Problem. Ich persönlich wollte nicht mitten in der Nacht über die Straße gehen und eine Weile marschieren, bis ich eine Kloschüssel fand. Wenn Sie Semmeln oder Brezen haben wollen fürs Frühstück, bis um 18 Uhr ist die Bestellung für den nächsten Tag möglich. Danke! Dann viel Spaß hier bei uns, sagte ich, weil mir nichts mehr einfiel und überquerte die Straße. Der dunkelgekleidete Mann nickte mir freundlich zu. Was mir als erstes an ihm auffiel, waren seine extrem weißen Zähne und sein strahlendes Lächeln. Auch er war wahnsinnig schön. Danach widmete ich mich wieder meinem Campingladen, der in einem ähnlich katastrophalen Zustand war wie das Klohäuschen. Du hast keine Butter da, stellte Froni Hetzenegger hinter mir fest und zeigte auf das leere Kühlregal im Laden. Ja, ich habe das Kühlregal ausgesteckt, sagte ich und holte ein paar Dosen Fertignahrung aus dem Regal, um dahinter zu putzen. Milch und Butter müsstest du schon da haben, sagte sie und Joghurt. Joghurt ist ganz wichtig für die Verdauung. Gibt da nicht einen Supermarkt irgendwo in der Nähe, wollte ich wissen und Froni fügte hinzu, als hätte ich nichts gesagt und Eis für die Kinder. Am liebsten hätte ich die Dosen sofort in den Müll gepfeffert, aber hinter mir ging wieder mit einem Dingeln die Rezeptionstür auf und Evelyn trat ein. Keine Butter, informierte Froni Evelin. Butter ist ungesund, erwiderte Evelin und zeigte dann auf die Kekse, die ich schon wunderbar gestapelt hatte. Genauso wie diese ganzen leeren Kohlenhydrate. Für mich sowieso nichts, weil ich meine Is-nur-zweimal-am-Tag-Diät mache. Ich stemmte meine Hände in die Hüften. War ich hier Ernährungsberaterin oder was? Offensichtlich hatte Evelin ihre Low-Carb-Diät durch eine andere ersetzt. Hast du den Kerksehen? Welchen Kerl? fragte ich. Und Froni und ich folgten ihr zum Fenster, von dem aus man zusehen konnte, wie die Jugendlichen ihr Gepäck über die Straße schleppten. Ohne zu murren übrigens, was es zu meiner Zeit garantiert auch nicht gegeben hätte. Mindestens zwei Mädchen hätten auf ihre Fingernägel hingewiesen oder auf Mückenstiche. Der passt mir nett, erklärte Evelyn. Wer? Energisch zeigte sie mit dem Kinn in die Richtung des dunkel gekleideten Mannes, der mit einem strahlenden Lächeln die Jugendlichen überwachte. Dieser Jeremias. Sie betonte das Wort, als wäre an dem Namen etwas falsch. Okay, es war etwas seltsam, dass er in Schwarz gekleidet war, aber manche Leute hatten ein Faible für eine bestimmte Farbe und er sah auch nicht so aus, als würde er für ein Beerdigungsinstitut arbeiten. Mehr so distingiert. Und wie gesagt, wunderschön. Das nebenbei. Dass Evelyn auf ihn nicht abfuhr, war etwas eigenartig. Evelyn fand nämlich fast jeden Mann in irgendeiner Weise erotisch. Wahlweise hatte er einen knackigen Hintern, tolle Brustmuskeln, wie zum Beispiel der Polizeihauptkommissar Jonas Schneider oder Alex Stöckel, mein Jugendfreund. Der hatte nämlich tolle Brustmuskeln und einen Wahnsinns-Bizeps und war auch ein klein bisschen hinter mir her. Bei all den Campern, die leider nur eine ordentliche Wampe hatten, war es dann die männliche Ausstrahlung, die zählte. Jeremias vom Sonnencamp hätte jedenfalls locker als männliches Model arbeiten können, zumindest für Zahnpasta-Werbung, wenn nicht sogar für Unterwäsche, aber da wollte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der macht uns Ärger. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Er ist einfach wunderschön, sagte ich. Du stehst doch sonst auch auf attraktive Männer. Ja, auf attraktive Männer, sagte sie. Dabei betonte sie das Wort Männer, als wäre dieser Jeremias keiner. Allein die Zähne, sagte ich, da gibt's wirklich nichts auszusetzen. Er sah tatsächlich fantastisch aus. Nicht auf diese Holzfällerart wie Alex oder auf diese Ich-fange-die-schlimmsten-Verbrecher-Art wie der Kommissar, sondern eher auf eine sanfte, intellektuelle Tour. Er ist asexuell schön, erklärte mir Evelin, was es irgendwie traf. Ein Schönling, mischte sich Froni in die Unterhaltung ein. Der ist dir doch viel zu jung. Dann wandte sie sich wieder dem Sortiment des Ladens zu. Auf jeden Fall brauche ich jeden Tag meinen Joghurt, weil ich sonst nicht groß aufs Klo kann. Für einen Moment kniff ich die Augen zusammen. Das ging mich ja jetzt wohl gar nichts an. Okay, welchen Joghurt soll ich kaufen? fragte ich und ergab mich in mein schweres Schicksal jetzt auch noch einen Campingladen führen zu müssen. Natur, Pfirsich und Erdbeer. Mit zufriedener Miene steckte Froni höchstpersönlich den Kühlschrank wieder ein und verließ mit einem gezwitscherten Danke die Rezeption. Auch wir traten hinaus ins Freie und beobachteten, wie dieser Jeremias seinen Schützlingen folgte und ihnen wahrscheinlich mit Rat und Tat beim Aufbau der Zelte zur Seite stand. Wahrscheinlich mochte sie ihn deshalb nicht, weil er keine Frauen ansah, zumindest nicht offensichtlich. Und vor allem ihr, Evelin, hatte er bis jetzt noch keinerlei Beachtung geschenkt. Vielleicht ist er schwul, mutmaßte ich, um sie zu trösten. Der ist nicht schwul, sagte sie grimmig und verschränkte die Arme vor der Brust. Er erinnert mich irgendwie an diesen einen Pfarrer, den meine Nonna so vergöttert hat. Evelin sah mich komplett verständnislos an. Der Gietl ist fast schon 90 und sieht auch komplett anders aus. Ja, ich wusste auch nicht, wieso mich Jeremias an den Pfarrer Gietl erinnerte. Vielleicht wegen des Lächelns oder des dunklen Pullis. Ein älteres Wohnmobil hielt direkt vor der Schranke und unterbrach unser Gespräch über überirdeschöne Männer und Pfarrer Gietl. Betont jugendlich sprang ein Mann um die 60 heraus und strahlte uns an. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen. Evelin strahlte zurück, als hätte man einen Schalter umgelegt. Anscheinend hatte sie an ihm und seinem Lächeln nichts auszusetzen. Hätten Sie noch ein kleines Plätzchen für meine Emma und mich? Ich hielt Ausschau nach einer Frau, vielleicht lag sie im Wohnmobil. Aber da er die Motorhaube tätschelte, handelte es sich bei Emma vermutlich um das Wohnmobil. Ja, gerne, flötete Evelin wieder im Flirtmodus. Kommen's doch bitte mit. Kopfschüttelnd sah ich ihr hinterher. Bis jetzt hatte sie sich aus der Registrierung von Campinggästen herausgehalten, aber für tolle Hechte machte sie offenbar eine Ausnahme. Uwe Kleinschmidt hörte ich seine dunkle Stimme von drinnen und es klang, als würde er mit Evelin flirten. Auch ihre Stimme wurde einen Hauch rauchiger. Genervt kehrte ich an ihnen vorbei in den Laden zurück, nahm den Glasreiniger und machte mich daran, die Kühlvitrine zu putzen. Diese Plätze hier sind frei, erläuterte Evelin. Hier, hier und hier. Sie senkte ihre Stimme. Und das hier ist mein Platz. Zehn Sekunden Wimpern, Klimpern, Schweigen. Was hieß hier mein Platz? Seit ich hier wohnte, schlief Evelin bei mir im Wohnhaus meiner Nonna. Ich konnte das natürlich verstehen, weil in ihrem Wohnmobil ein Campinggast gestorben war, aber vielleicht hatte sie tatsächlich vor, wieder in ihr Wohnmobil zu ziehen. Juhu! Dann sehe ich mich mal um, antwortete Uwe Kleinschmidt. Bitte, flötete Evelin. So viel Wind und keine Segel, so viel Durst und keinen Gin, fing Uwe Kleinschmidt zum Abschied das Singen an, und Evelin stimmte mit ein. Die Wolken hoch am Himmel wandern all zur Heimat hin. Evelin hatte rote Bäckchen bekommen. Und sie grüßen, grüßen, grüßen dort ein Mädel, das so gerne, gerne, gerne ich geküsst. Ich verdrehte die Augen. Dann dingelte die Glocke der Rezeption und es wurde still. Der nächste Gast, der kam, war Evelin deutlich zu jung. Ein Mann um die zwanzig mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken. Er trug eine abgewetzte Jeans und ein graues T-Shirt. Auf der Nase hatte er eine kleine Nickelbrille. »Schätzchen, ein Gast!« rief Evelin in den Laden rüber und fallte sich weiter die Nägel, während ich mich stöhnend aufrichtete. »Hi«, sagte der junge Mann, »kann ich bei Ihnen übernachten?« »Klar«, sagte ich freundlich, während ich mich hinter den Tresen stellte und einen Plan herauszog, auf dem ich drei Plätze anstrich. »Suchen Sie sich einfach einen aus.« Eine Weile sah er mich an, dann verzog er das Gesicht, »Ich dachte an, haben Sie vielleicht ein kleines Häuschen zu vermieten?« »Häuschen?«, fragte ich, und mein Blick blieb an dem kleinen Rucksack auf seinem Rücken hängen. Sah nicht so aus, als hätte er viel dabei. »Ein Mietzelt, einen Mietkarawan.« »Nein, den Wohnwagen muss man selbst mitbringen«, erklärte Evelin und pustete auf ihre Fingernägel. »Eine Gartenlaube vielleicht?« Der junge Mann sah ziemlich verzweifelt aus, und Evelin warf mir einen warnenden Blick zu, als würde sie ahnen, dass ich weichherzig genug war, um irgendwelchen Leuten ein Zimmer im Haus anzubieten. »Nein, auch keine Gartenlauben«, erklärte Evelin in sehr bestimmtem Tonfall und wies auf die Pension im Ort hin. »Also weißt du, Urlaub auf dem Campingplatz machen wollen und dann nix dabei haben,«, sagte Evelin, als der junge Mann wieder verschwunden war. Ich nahm mir einen Zettel, um eine Einkaufsliste zu schreiben. »Eigentlich keine schlechte Idee,«, überlegte sie weiter. »Ein Mietkarawan. Wir könnten aus Moos Wohnwagen einen machen.« Der stand nämlich leer. Also leer war der falsche Begriff, denn er war ziemlich vollgestopft. Seit Moos gestorben war, hatte ich mich nicht mehr darum gekümmert, und auch sein Bruder war nicht aufgetaucht, um den Wohnwagen abzuholen. Hetzeneggers und Schmitz hatten mir dabei geholfen, den Wohnwagen auf den Parkplatz vor dem Campingplatz zu schleppen. Die Schmitz natürlich aus eigennützigen Gründen, weil sie ihren Wohnwagen auf den freigewordenen Seeplatz hatten stellen können. Ich fächelte mir mit der Einkaufsliste Luft zu. Inzwischen war es so heiß, dass ich nur noch an das kühle Wasser des Sees denken konnte. Kapitel 3 Vor ein paar Tagen hatte ich mir im Ort einen sehr schlichten und eher unmodernen Bikini gekauft. Die letzten schönen Tage hatte ich dazu genutzt, dreimal täglich schwimmen zu gehen, was mich ein bisschen von meiner Situation abgelenkt hatte. Einen Campingplatz in Bayern leiten und verkaufen zu müssen und darüber nachzudenken, wie es danach weiterging. Was ich dann zum Beispiel mit meinem untreuen Ehemann Martin in Hamburg machen sollte. Zu einem Ergebnis war ich noch nicht gekommen. Als ich mit Milo nach dem Mittagessen über den Platz schlappte, war es bereits irrsinnig schwül. Und ein klein wenig hatte ich das Gefühl, dass Aggression in der Luft mitschwang. Vielleicht lag es auch an mir, weil ich zu viel im Campingladen geputzt hatte und mir aufgefallen war, wie viel Arbeit das alles war. Ich ging an dem riesigen neuen Wohnwagen der Hetzeneggers vorbei. Sie hatten einen Knaus Sport, der vermutlich für mindestens sechs Personen ausgelegt war. Die Froni saß unter dem orangefarbenen Sonnendach wie jeden Tag und hatte vor sich eine Thermoskanne Kaffee stehen, zwei weiße Melamin-Teller mit orangefarbenem Rand und die dazu passenden Tassen. Auf einem der Teller lag noch eine halbe Quarktasche. Ich bestell für morgen zwei Mondschnecken, rief sie mir zu, tätschelte Milos riesigen Schädel, der ihrer Kaffeetasse gefährlich nahe kam, und ich versprach mir, das zu merken. Das ist meine Hauptmahlzeit, sagte sie. Der Nachmittagskaffee. Darauf kann ich einfach nicht verzichten. Wenn ich nicht mein Süßes bekomme, werde ich richtig und ausstehlich. Veronika Hetzenegger hatte nicht nur einen riesigen Busen, sondern auch sonst gewaltige Ausmaße. Wenn sie nicht gerade ihren Nachmittagskaffee zu sich nahm, was ungefähr von ein Uhr mittags bis fünf Uhr am Abend der Fall war, saß sie mit einem Liegestuhl und einem Stapel Zeitschriften am See, immer schön im Schatten, wie man auch an ihren kalkweißen Beinen erkennen konnte. Sie sah mich mit einem strahlenden Lächeln an, wie immer, wenn sie mich erblickte. Na gut, sie hatte stets ein strahlendes Lächeln, egal, wer gerade auftauchte, jedenfalls, wenn sie ihr Süßes bekommen hatte. Auf mich wirkte sie immer sehr beruhigend. Wenn ich einen Campingplatz führen sollte, dann nur mit Gästen, die alle so waren wie die Froni. Gerade als ich wohlwollend, nickend weiter wollte, hörte ich schreckliches Gebrüll vom Geschirrspülhäuschen her. Froni verschüttete vor Schreck Kaffee und ich lief sofort los in Richtung Lärmquelle. Es war der Sepp. Vor ihm stand die blonde Sarah, vollkommen erschrocken, die Hände abwehrend erhoben. Der Sepp hatte eine Kabelrolle in der Hand und schrie aus vollen Kräften. Gott sei Dank war Evelin noch vor mir vor Ort und begann, auf Sepp einzureden. Sarah nutzte sofort die Gunst der Stunde und verzupfte sich. Was ist hier los? fragte ich. Keine Ahnung. Evelin tätschelte weiter Sepps Schulter, bis dieser allmählich verstummte und sich kommentarlos von uns wegdrehte. Der kann doch nicht einfach Campinggäste anschreien, sagte ich böse. Wird halt was gemacht haben, das ihn geärgert hat, schlug Evelin vor. Da kann er trotzdem nicht einfach Leute anschreien, sagte ich und sah mich nach Sarah um, um mich bei ihr zu entschuldigen. Letztes Jahr hat zum Beispiel so ein Kerl immer selbst Kuchenteller im Klohäuschen geplündert. Da ist er auch ausgeflippt. Zu Recht. Kuchenteller im Klohäuschen? Den stellt ihm die Pfanne jeden Tag hin. Ins Klo, echote ich immer noch verständnislos. Ja, da machen sie sich doch immer Kaffee und essen ein bisschen was dazu. Das ist doch unhygienisch. Wo die Pfanne putzt, da ist gar nix unhygienisch, verbesserte mich Evelin. Dann dingelte ihr Smartphone und sie ging zurück zur Rezeption. Seufzend setzte auch ich mich in Bewegung. Milo sprang begeistert auf und trottete neben mir her in Richtung See. Zum Thema Sepp musste mir noch was einfallen. Unter den hohen Erlen am Badeufer war es etwas kühler und ich sah eine Weile der Jugendgruppe beim Schwimmen zu. Immerhin im Wasser waren sie etwas lauter. Sie kicherten und schubsten sich vom Steg, wie ich wohlwollend feststellte. Außerdem tauchten sie sich gegenseitig unter und spritzten sich an, während die zwei jungen Frauen ebenfalls in Badeanzügen ihnen zusahen. Der schwarz gekleidete Schönling war nicht anwesend, vermutlich, weil er keine schwarze Badehose mit Krawatte dabei hatte. Milo legte sich auf mein Handtuch am Strand, beseelt von dem Wunsch, mein Eigentum mit seinem Leben zu verteidigen. Ich wartete ins Wasser und stellte mich neben Sarah. Sie unterbrach meine langwierigen Entschuldigungen sofort. Kein Problem, sagte sie strahlend. Ich war versehentlich in diese Abstellkammer geraten. Überhaupt kein Problem. Ich fand, dass sie ziemlich bleich und mitgenommen aussah, belies es aber dabei und wartete weiter ins Wasser hinein. Uwe Kleinschmidt hatte anscheinend sein Wohnmobil aufgestellt, denn auch er kam in äußerst knapper Badehose an den Strand. Er hatte zwar einen Bauchansatz und war insgesamt sehr bullig vom Körperbau, machte aber doch eine recht gute Figur. Er brauchte auch nur etwa zehn Sekunden, um festzustellen, an wen er sich jetzt ranwanzen würde. Offensichtlich war ich ihm zu alt, denn er stellte sich sofort neben die wunderschöne blonde Sarah ins Wasser und laberte auf sie ein, als würde er sie schon ewig kennen. Sie hatte eine Mine aufgesetzt, als müsste sie sich gleich übergeben. Als er anfing, ganz Paris träumt von der Liebe zu singen, stürzte ich mich ins Wasser und war heilfroh, dass er sich nicht neben mich gestellt hatte. Wenn ich tippen sollte, wer wirklich Ärger machen würde, dann stünde an allererster Stelle Uwe Kleinschmidt. Allein schon sein ständiges Gesinge ging doch jedem auf den Senkel. Zumindest mir. Ohne auf meine Haare Rücksicht zu nehmen, tauchte ich ins kühle Nass. Als ich wieder an die Oberfläche kam, sang Herr Kleinschmidt noch immer mit sonorer Stimme, denn dort ist sie ja zu Haus. Ganz Paris träumt dieses Märchen. Ich schwamm Richtung gegenüberliegendes Ufer und beschloss, ihn mir zur Brust zu nehmen, falls er weiter das arme Mädchen anbaggern sollte. Das war ich meinen Campinggästen schuldig. Als ich mich auf den Rücken drehte und zum Strand hinübersah, erkannte ich Alex Stöckel, der in Badehose ins Wasser wartete. Er winkte mir zu und in meinem Bauch breitete sich ein kribbelndes Gefühl aus. Alex war nämlich mein Freund aus Kindertagen, der zu einem sehr attraktiven Mann herangewachsen war und regelmäßig auftauchte, um mich zu umschwärmen. Das war wunderbar, auch wenn ich ahnte, dass er vermutlich nicht nur mit mir flirtete. Auf halber Strecke zum anderen Ufer holte Alex mich ein. Auch er hatte patschnasse Haare. »Na, Holder?« sagte er und lächelte mich an. »Na, Holder?« antwortete ich, während wir einträchtig nebeneinander zum anderen Ufer schwammen. »Fertig mit der Arbeit?« »Nun ja, nein, irgendetwas hat mich magisch an den See gezogen. Oder irgendwer?« verbesserte er sich gleich und sein Lächeln ließ etwas in meinem Bauch kribbeln. »Voller Campingplatz«, sagte er zufrieden. »Das heißt nicht, dass ich bleibe«, antwortete ich, weil ich das Gefühl hatte, dass jeder meinte, mir ständig positive Dinge über den Campingplatz erzählen zu müssen. Aber Alex ging nicht weiter darauf ein. »Heute Abend wär Tanzkaffee im Hotel am See vorne.« »Heute ist es so schwül,« wich ich aus. Außerdem war ich noch keine 120 Jahre alt, das Mindestalter für Tanzkafés. »Dann komme ich mit einem Gläschen Wein vorbei und wir setzen uns auf den Steg,« sagte Alex in einem Tonfall, als wäre es längst abgemacht, dass wir heute etwas zusammen unternahmen. »Oder ich bringe einen Kasten Bier vom Stöckelbräu mit.« Das war die Brauerei seines Vaters. Eigentlich mochte ich Bier nicht besonders, aber seit ich hier war, hatte sich das geändert. Vielleicht die bayerische Luft. Oder schmeckte das Bier hier einfach anders? Seit ich hier war, hatte ich mir auf jeden Fall kein einziges Mal Tee gekocht. Ich widersprach seinen Abendplänen nicht. Schweigend schwammen wir bis zum anderen Ufer und blieben dort stehen, die Füße in einer besonders sumpfigen Stelle. Fühlte sich wie Watte an. An Alex' Augen sah ich, dass er jetzt gerne mit mir geknutscht hätte und ihn nur die Campinggäste am Strand davon abhielten. Dort, auf der anderen Seite des Sees, stand noch immer Sarah, die ultrablonde Betreuerin, hüfttief im Wasser neben Uwe Kleinschmidt. Ihre Miene wirkte selbst von hier aus wie versteinert. Im Vergleich zu der schlanken jungen Frau wirkte der Singfreudige jedenfalls besonders bierbäuchig. Als er schließlich den Arm kurz um ihre Schulter legte, runzelte ich die Stirn. Das ging ja wohl gar nicht. Wenn ich wieder auf der anderen Seite war, musste ich da mal einschreiten. Ich flipp gleich aus, sagte ich zu Alex. Ich glaube, ich bin für die Leitung eines Campingplatzes nicht geeignet. Ach, deine Großmutter ist doch auch ständig ausgeflippt, erinnerte sich Alex. Und das hat alles super funktioniert. Ich ließ Uwe Kleinschmidt nicht aus den Augen. Gerade als ich erbost zurückschwimmen wollte, veränderte sich das Bild auf der anderen Seite. Sarah fauchte Kleinschmidt an und köpfelte ins Wasser. Evelyn tauchte in einem gewagten Leoparddruck-Bikini auf, riesiger Ausschnitt, seitlich hochgeschnitten, und zog damit die Aufmerksamkeit von Uwe Kleinschmidt auf sich. Außerdem kam der junge Mann mit dem kleinen Rucksack ans Ufer. Dachte er etwa, mir fielen weitere Übernachtungsmöglichkeiten ein, wenn er nur penetrant genug war? Erstaunlicherweise verließ Sarah sofort das Wasser und ging auf ihn zu. Sie umarmte ihn zwar nicht, vielleicht weil sie nass und im Bikini war, aber von hier aus sah es aus, als würden sie sich kennen. Sie drehte sich noch einmal um in Richtung Uwe Kleinschmidt, aber der konzentrierte sich gerade voll auf Evelyn. Dann verschwanden die beiden ziemlich schnell hinauf zum Campingplatz. War er ihr Freund? Wein am Abend wäre nett, sagte ich, und Alex drückte mir einen Kuss auf die Wange. Als ich nass zum Haus zurückging, traf ich den zauberhaften Österreicher, der schon wieder mit Kamera unterwegs war. Er hatte nämlich die blöde Angewohnheit, von allen Missständen auf diesem Campingplatz Fotos zu machen, um mir zu demonstrieren, was hier schief lief. Ich wünschte ihm im Stählen sein Urlaubsende herbei, grüßte aber höflich. Danach begegnete ich noch Frau Schmidt-Kunz, die mir einschärfte, dass ich unbedingt Frischmilch kaufen musste und außerdem Kekse mit Schokofüllung. Dann schlappte ich mit Milo weiter und sah zu guter Letzt noch Sarah, wie sie sich gerade mit dem schönen Jeremias unterhielt. Sarah hing dem Mann so andächtig an den Lippen, dass ich annahm, dass sie entweder in ihn verliebt war oder ihn zumindest stark bewunderte. Der junge Mann mit Rucksack war jedenfalls nirgends mehr zu sehen. Ja, das finde ich auch, sagte Sarah eben mit leuchtenden Augen und ich sah zu, dass ich weiterkam. Wie nicht anders zu erwarten, zauberte Herr Kleinschmidt gegen Abend ein Akkordeon aus dem Wohnmobil. Ich hatte mich auf mein Bänkchen vor der Rezeption gesetzt und beobachtete das Treiben auf dem Platz. An den leuchtenden Augen von Evelin sah ich, dass sie sich erhofft hatte, Herr Kleinschmidt würde musizieren und keine Sekunde später saß sie mit ihrem eigenen Klappstuhl neben ihm. Extra für sie sang er sieben einsame Tage und noch viel mehr, sieben einsame Nächte, mein Herz ist schwer, eine Woche verloren und noch allein, ich bin nicht geboren zum Einsamsein. Evelin blühte geradezu auf. Bei rote Lippen soll man küssen, holten auf Froni und Franz Hetzenegger ihre Campingstühle und gesellten sich zu den beiden. Froni stimmte noch, während sie den Klappstuhl aufstellte, in den Gesang mit ein. Sie hatte eine erstaunlich schöne weit tragende Stimme und auch textlich keine Schwierigkeiten, alle Strophen von »Steig in das Traumboot der Liebe« zu singen. Das rief nun auch die Schmidt-Kunzens auf den Plan. Die beiden wurden mit großem Helau begrüßt. Der Apotheker hatte ebenfalls eine sehr schöne Singstimme. Ich beschloss, duschen zu gehen und danach die Liste zu vervollständigen, was ich morgen für den Campingladen alles einzukaufen hatte. Von Weitem sah ich Jeremias über den Campingplatz gehen. Noch immer war er dunkel gekleidet, aber immerhin hatte er jetzt ein dunkles T-Shirt und eine kurze dunkle Hose an. Nach dem Duschen setzte ich mich wieder auf das Bänkchen vor der Rezeption. Etwas Ruhe wäre jetzt schön gewesen, andererseits war es auch schön, dass die Gäste so einen Spaß hatten. Obwohl es noch nicht dunkel war, zündete ich mir die rosa Kerze im Glas an, die nach Rose roch und nahm meinen Einkaufszettel zur Hand. Gerade als ich Joghurt aufgeschrieben hatte, damit Vroni Hetzenegger auch schön groß aufs Klo gehen konnte, baute sich direkt vor mir der Österreicher auf. Er hatte eine sehr tiefe Falte mitten auf der Stirn. Ich wartete schon darauf, dass er mir wieder ein Foto zeigte, diesmal hatte er aber keins dabei. Wie lang ist dieses Singen erlaubt? fragte er. Auf eine Tonaufnahme hatte er dankenswerterweise verzichtet. Da gibt es momentan noch keine Regeln, antwortete ich ausweichend, nachdem ich nicht wusste, ob er das Singen gut hieß oder ablehnte. Obwohl ich gerade geduscht hatte, war ich schon wieder schweißgebadet. Ab zehn Uhr ist es bestimmt Ruhestörung, nicht wahr? fragte er hoffnungsvoll. Ja, ab zehn Uhr darf nur noch geflüstert werden, sagte ich, mich an die Regeln meiner Nonna erinnernd. vielleicht waren diese Regeln ja doch nicht so schlecht. Auch mittags darf nicht gesungen werden, von zwölf bis um fünfzehn Uhr, und duschen ist um die Zeit auch nicht erlaubt. Bis zehn Uhr sind's aber noch zwei Stunden und achtundvierzig Minuten, sagte er mit einem verzweifelten Unterton. Die Sänger waren inzwischen bei dem Lied »Ich will nen Cowboy als Mann« angekommen und ich sah, dass selbst der alte Gröning sich seinen orangefarbenen, uralten Campingstuhl geholt hatte, um gesanglich zu unterstützen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dem kleinen Schmidt die Liedideen in den nächsten Stunden ausgehen würden. Seine Wissensbasis in Sachen populäres Liedgut schien sehr fundiert zu sein. Eveline war komplett enthemmt und grölte ziemlich laut mit. Vielleicht lag es auch daran, dass Herr Kleinschmidt zusätzlich zum Akkordeon noch zwei Träger vom Stöckelbräu spendiert hatte. Dass es zu Beschwerden kommen würde, war vollkommen klar. Sämtliche Kinder des Platzes umkreisten die Sänger wie Motten das Licht und Uwe Kleinschmidt animierte sie bei dem Lied »What shall we do with a drunken sailor« mitzusingen. Nach ein paar Anläufen waren alle mit dabei. Gut, zumindest die Eltern dieser Kinder würden sich jetzt nicht mehr beschweren. Zwei Stunden und 48 Minuten konnten in der Tat ganz schön lang sein, wenn man nicht zuhören wollte, wie andere Leute sangen. »Ist ja auch schön, wenn sie Spaß haben«, sagte ich vorsichtig und der Österreicher warf mir einen Blick zu, der die Hölle hätte einfrieren lassen können. Gerade spielte Uwe Kleinschmidt »Itzy Bitsi Teenie Weenie« und beinahe hätte ich selbst mitgesungen. Der Österreicher räusperte sich, sagte aber nichts, sondern nickte nur. Als er sich umdrehte, schien auf seiner Stirn die Zahl »zwei Stunden 48 Minuten« eintätowiert zu sein. Dann kamen noch ein paar Kinder vom Camp angelaufen und wollten ein Eis kaufen und ich versprach ihnen, dass sie morgen welches würden kaufen können. »Eis«, schrieb ich auf meine Liste. Seufzend starrte ich in die Flammen der Kerze. Spätestens in einer Stunde würde Alex mit einer Flasche Wein aufkreuzen. Mal sehen, ob er auch Lust hatte zu singen. Aber es kam alles ganz anders. Kapitel 4 Ich war froh um den plötzlichen Luftzug, der die aufgeheizte Stimmung unterbrach. Die Sänger waren bei »Sugar Sugar Baby« angelangt, als eine Sturmböe an den Zelten riss und die Leute zum Aufspringen brachte. Plötzlich waren alle beschäftigt. Die mit den Wohnmobilen kurbelten die Markisen ein. Wahlweise wurden diese mit vielen Gurten gegen den Wind befestigt. Dabei hörte ich sie aber trotzdem lachen und so manch einer sang »A one, a two, a three, a four, Sugar Sugar Baby« »Oh, oh, Sugar Sugar Baby« »Mhm« »Sei doch lieb zu mir«. Ich musste an meine Mutter denken, die bestimmt auch mit Begeisterung die alten Lieder mitgesungen hätte. Der alte Gröning ging mit einer grießgrämigen Mine aufs Klo. Der Österreicher hatte seine Markise mit extra breiten farbigen Gurten gesichert und sah erstmals ziemlich zufrieden aus. Die Planen wurden noch einmal fest gezurrt, die Abdeckfolien über den Windschutzscheiben doppelt verknotet. Ich hatte nichts anderes zu tun als zuzusehen, wohlwollend, wie die Sänger jetzt stumm mit Zurren beschäftigt waren, während und wieder eine Böe Staub aufwirbelte und eine noch unbefestigte Plane nach oben riss. Dann wehte der Sturm die ersten Wassertropfen in die Luft und ich ging ins Haus. Bald prasselte der Regen vom Himmel, als gäbe es kein Halten mehr und ich war heilfroh, dass ich ein stabiles Dach über dem Kopf hatte und meine Schuhe einfach in die Ecke kicken konnte. Ich wollte gerade in die Wohnung gehen, als der Strom ausfiel. Mist, im Dunklen tappte ich wieder nach unten in die Rezeption. Auch hier war es ziemlich finster und ich begann hinter dem Tresen nach einer Kerze zu suchen. Ein Windschauer wehte Froni und einen Schwall Regentropfen in die Rezeption. Sie hatte noch rote Bäckchen vom Singen, ihre Bluse war klatschnass. mir mit ihrer Taschenlampe ins Gesicht. Ach was. Ich suche jetzt den FI-Schalter, sagte ich beruhigend. Ich war zwar so geblendet, dass ich die nächste halbe Stunde nichts mehr sehen würde, aber was sollte es? Den brauchst nicht zu suchen, der ist da hinten, sagte Froni, die sich hier bestens auszukennen schien. Aber das nützt dir auch nix, weil nämlich wenn der zentrale Schalter vom Camping fliegt, dann kriegst du den vom Haus nicht rein. Und wo ist der Zentrale vom Camping Platz? Das wusste sie leider nicht. Wo war nur Evelyn abgeblieben? Gerade jetzt, wo ich sie dringend gebraucht hätte, war sie wieder in ihr Wohnmobil gezogen oder weh. Ich schickte Alex eine SMS, dass ich nun leider doch keine Zeit für einen gemütlichen Poncho und einem uralten grauen Schirm. Das sind die Leute, die keine Ahnung vom Camping haben, erklärte er das Dilemma. So was passiert an nur in den Schulferien. Wieder klatschte prasselnd das Wasser gegen die Scheibe. Ich starrte ihn ziemlich verwirrt an, weil ich keine Ahnung hatte, was das Gewitter und der FI-Schalter mit Schulferien zu tun hatten. Da hat so ein suchen. Gott sei Dank sprach er im Plural. Ich hätte ihn am liebsten geküsst. Dann kam noch der Österreicher mit seinem jüngsten Sohn, Gott sei Dank ohne Fotoapparat. Ja, ja, ich weiß der Strom, ich kümmere mich schon darum. Ich zog mir den alten Regenmantel von Nonna an, durchsichtig, mit schwarzen Rändern und aufgemalten schwarzen Taschen und zog mir die Kapuze über. Das sah ganz schlimm aus, aber da ich nicht erwartete, dass irgendjemand außer dem Gröning mich sehen würde, war mir das egal. Nimm eine Taschenlampe mit, empfahl mir Froni und reichte mir ihre. Ich hatte trotz des Regenmantels schon beim ersten Schritt nach draußen das Gefühl, klitschnass zu sein. Während wir von Wohnwagen zu Wohnwagen pilgerten, ließ sich der Gröning darüber aus, wie man die Elektrokabel und den Stecker aufzubewahren hatte, nämlich auf dem Rad des Wohnwagens. Dies ist bestimmt diese Jugendgruppe, sagte er. Dieser Jeremia, sieht aus, als hätte er noch nie in seinem Leben gekämmt. Der Regen prasselte auf uns herab und der Regenschirm vom Gröning wurde vom Wind hin und her gerissen. Gröning ging zum nächsten Wohnwagen, das war der vom Schmidt Kunz, der natürlich alles absolut vorbildlich gesichert hatte. Seine Stecker waren in einer wasserdichten Tüte mit silbernem Panzertape umwickelt. Hier würde kein Wasser eindringen, selbst nicht bei Sintflut mit kombiniertem Weltuntergang. Wohlwollend nickte der Gröning, dann riss uns der Sturm den Schirm vom Gröning in zwei. Es umflatterten mich nur noch Stoff und einzelne Metallstangen. Das brüllte der Gröning gegen den Sturm an. Im Nu waren wir klitschnass, der nagelneue Mantel von Großmutter aus dem Jahr 1970 hielt nämlich auch nix mehr aus. Den hob mir erst vor kurzem kauft, schimpfte der Gröning. Da ist gerade der Kohl Kanzler geworden. Aber der Gröning war nicht aus Zucker. Ohne mich zu beachten ging er von Wohnwagen zu Wohnwagen und ich ein paar Minuten ohne Strom aushalten und einfach nur ein paar Kerzen anzünden? Wir hätten das Problem ja auch nach dem Sturm lösen können. Als wir uns beim Klohäuschen kurz unterstellten, kam der schöne Jeremias herein. Auch im nassen Zustand sah er nicht aus wie eine gebadete Ratte so wie ich, sondern ausgesprochen gepflegt. Was für ein Wetter, sagte er und seine Zähne strahlten ein tausend Lumen Lächeln. Der Gröning sah nur böse drein und ich sagte leise Er hört ganz schlecht, dann lauter Wir müssen die Stromleitungen kontrollieren, wo zapfen sie denn ihren Strom? Wir haben gar keinen Strom, sagte er zuvorkommend. Die Kinder dürfen keine Handys haben. Der Gröning sah noch böser aus, wahrscheinlich weil der Schöne doch nichts falsch gemacht hatte. Oder weil er es unmöglich fand, dass die armen Kinder nicht an ihren Smartphones herumspielen konnten, sondern baden gehen und Eis essen mussten. Die Kinder fürchten sich gerade in den Zelten, informierte mich Jeremias mit einem Strahlen. Anscheinend wertete er alles positiv, wie ich erleichtert feststellte. Ich hätte geflucht und geschrien, wenn ich mit 40 Jugendlichen im Gewitter und strömenden Regen in Zelten hocken müsste. Und da wollte ich wissen, ob wir uns im Toiletten Gebäude unterstellen könnten. So etwas brauchen sie doch nicht zu fragen, sagte ich entsetzt. Natürlich soll ich in der Pension anrufen, ob sie noch zimmer frei haben? Der Gröning warf mir einen bitterbösen Blick zu, vermutlich die Warnung, dass ich diesem Jeremias nicht mein eigenes Bett anbieten sollte. Nein, nein, wie hat Johannes Paul II. gesagt, greatness begins beyond your comfort zone. Naja, das sollte der Papst gesagt haben, ob er damit gemeint hatte, man müsste in einem überschwemmten Zelt sitzen? Der Gröning schüttelte nur den Kopf. Das Leben fordert uns heraus, und wir sollten die Herausforderung annehmen, finden sie nicht auch? fragte Jeremias, der das Kopfschütteln vermutlich zu Recht auf sich Ich nickte nur, als der schöne Jeremias im Regen verschwand, eindeutig bereit, jegliche Herausforderung anzunehmen. Ich fühlte mich inzwischen vollkommen entkräftet, unvermindert regnete es in Strömen und der Gröning hatte noch immer nichts gefunden, was den Stromausfall erklärte. Eine Weile standen wir gemeinsam vor dem Stromkasten. Ich tat, als würde auch ich angestrengt nach etwas suchen, aber ich hatte keine Ahnung wonach, weswegen ich mich darauf konzentrierte, die Stirn zu runzeln. Die Scheune, sagte der Gröning schließlich. Welche Scheune? Auf der anderen Seite der Straße. Richtig, die Holzscheune, in der Nonna alles Mögliche gelagert hatte, was man nie wieder brauchen konnte. Zum Beispiel Fahrräder, die schon längst so verrostet waren, dass es keinen Sinn machte, sie aufzuheben. Aber da ist doch kein Strom. Er antwortete mir nicht, sondern stapfte einfach los. Wahrscheinlich hatte er gar nicht gehört, dass ich etwas gesagt hatte. Seufzend ging ich hinter ihm her. Wieso konnten wir nicht einfach den Hauptschalter umlegen? Vielleicht ging es ja jetzt einfach wieder. Auf dem Weg zur Wiese kam uns ein trauriges Häufchen Jugendlicher entgegen, die überhaupt nicht aussahen, als würden sie eine Herausforderung annehmen. mehr so, als würden sie jetzt gerne nach Hause fahren und sich in ihre trockenen Betten legen. Ich beschloss, ihnen Tee zu kochen, wenn das mit dem Strom funktionierte, und ihnen ein paar Kekse ins Toilettenhäuschen zu bringen. Als wir über die Straße zur Wiese gingen, sah ich schon von weitem, dass die Zelte der Jugendgruppe ziemlich traurig und schief im Regen hingen. Zwischen den kleinen Zelten war ein großes Zelt aufgebaut, durch das inzwischen aber ein kleiner Bach führte. Die Zeltleinen muss man spannen, schimpfte der Gröning vor sich hin. Wie sieht denn das aus? Ja, ziemlich scheiße nämlich. Ich wollte nicht wissen, was das für das Innere der Zelte bedeutete. Ich vermutete stark, dass sie nicht nur schlecht aussahen, sondern zusätzlich nicht wasserdicht waren. Und das Zelt über so eine Rinne aufbauen, da sieht man doch, dass da das Wasser läuft, wenn es mal regnet. Der Gröning hatte wahrscheinlich recht, vom Campen hatte der schöne Jeremias nicht besonders viel Ahnung, aber immerhin stellte er sich Herausforderungen. Ich blinzelte gegen den Regen an und entdeckte, dass es tatsächlich einen Stromkasten gab, bei dem man Strom zapfen konnte. Direkt neben der Schreune, ein graues, ziemlich neues Teil, ganz im Gegensatz zu den veralkten Stromkästen am Hauptplatz. Hatte meine Nonna geplant, auf dieser Wiese den Campingplatz zu erweitern? Als wir näher kamen, erkannte ich auch, dass tatsächlich ein Stromkabel angeschlossen war. Wer macht denn so etwas? schimpfte der Gröning, als er das Türchen vom Stromkasten öffnete. Außerdem ist es meins. Ihr Stromkasten? Mein Reservekabel, das liegt immer unter meinem Wohnwagen. Darum würde ich mich später kümmern. Das Kabel führte unter der Scheunentür nach innen und während der Gröning weiter motterte und schimpfte, dass ihm jemand sein Reservekabel geklaut hatte, war ich nur froh, ein Dach über den Kopf zu haben. In der Scheune hing noch die dampfige Hitze des Tages fest. Ich schaltete die Taschenlampe ein und leuchtete einmal quer durch den ganzen Raum. Vage konnte ich mich an die Scheune erinnern, aber ich war hier schon ewig nicht mehr gewesen. Ich hatte hier nicht spielen dürfen, weil man dazu über die Straße gehen musste. Ein Bauer aus dem Ort hatte hier früher sein Heu gelagert. Jetzt verrotteten und verrosteten in der Scheune ein uralter roter Rasenmäher, so gut aufgehoben war. Alte Farbeimer, Zeltplanen, Paletten, die sich die Camper ausleihen konnten, um sie unter ihre Vorzelte zu legen. Ich folgte dem Kabel mit dem Lichtstrahl. Ich konnte mir gut vorstellen, dass eines der Kinder vom Jugendcamp sein angeblich verbotenes Handy hier hatte laden wollen. Schließlich gab es heutzutage ganz viele Jugendliche, die ohne Handy keinen Tag überlebten. Tatsächlich endete das Kabel in einer Wasserpfütze, das Dach war anscheinend nicht mehr dicht. Und das, wo meine Großmutter das Dach vor ein paar Jahren erst neu hatte decken lassen. Erleichtert, die Störung gefunden zu haben, wollte ich das Kabel aus dem Wasser ziehen. Bevor ich das Kabel aufheben konnte, glitt der Strahl meiner Taschenlampe weiter bis zu lag auf dem Bauch eine junge Frau. Da liegt jemand, flüsterte ich. Der Gröning hörte natürlich kein Flüstern, anscheinend hatte er nicht einmal meinen Schrei gehört, denn er schimpfte noch immer vor sich hin, dass sein Kabel jetzt nass war und dass er es in Zukunft in seiner Service Klappe aufbewahren würde, um weiteren Diebstählen vorzubeugen. Langsam näherte ich den blonden Haaren nach zu schließen Sarah. Sie lag auf dem Bauch, den Kopf zu ihrem ausgestreckten rechten Arm gedreht, der aussah, als würde er sich nach dem Elektrokabel strecken. Vielleicht war sie ja nur hingefallen und hatte sich den Kopf so angestoßen, dass sie kurzzeitig bewusstlos war. Ihr Gesicht lag nicht im Wasser, es war also durchaus möglich, dass sie nur ohnmächtig war. Reiß dich zusammen, Sophia Ziegler, befahl ich mir und beugte mich nach vorne, um ihr Handgelenk anzufassen. Es war nass und warm, aber ich spürte keinen Puls. Als ich ihr die Haare aus dem Gesicht strich, sah ich, dass ich tatsächlich Sarah vor mir liegen hatte. Ihre Augen waren weit aufgerissen und starrten ins Leere. Der Lichtstrahl leuchtete ihr direkt ins Gesicht und für einen Moment hätte ich schwören können, dass sie geblinzelt hatte. Aber das musste ein Irrtum sein, denn ihre Pupillen waren riesig und verengten sich auch nicht, als ich ihr direkt in die Augen leuchtete. Was das bedeutete, war mir leider klar. Kapitel 5 Ich hatte den großen Drang wegzulaufen. Nachdem ich mir angehört hatte, was der Gröning zu sagen hatte, was macht sie denn? Die jungen Leute wieder, keine Ahnung vom Strom. erklärte ich ihm, dass ich die 112 rufen musste. Der Gröning sah mich an, als wäre ich nicht ganz dicht, vielleicht, weil er wieder einmal nichts gehört hatte. Ich muss telefonieren, den Notarzt anrufen, brüllte ich, während der Gröning nur nickte und vor sich hin brummelnd sein Kabel einrollte. Er ließ mich einfach stehen, als wäre nichts passiert, während ich hektisch die Ziffern ins Telefon eingab. Wie durch einen Nebel hörte ich die Stimme des Telefondienstes, der total ruhig blieb. Klar, der stand auch nicht total durchweicht, vor einer sehr wahrscheinlich toten Person. Ich machte brav alles, was mir aufgetragen wurde. Das Kabel mit einem Stock zu entfernen musste ich nicht, weil der Gröning das schon mitgenommen hatte. An den Schultern rütteln und ansprechen half bei Sarah gar nichts. Deswegen drehte ich sie um, überstreckte ihr nach Anweisung den Hals und überprüfte die Atmung. Ich starrte dabei in ihr bleiches Gesicht, während mein Herz immer wieder losraste. Keine Atmung, kein Puls. Als mich der Typ am Telefon fragte, ob ich vielleicht einen Defibrillator zur Hand hätte, hätte ich am liebsten gekreischt. Ich lege sie jetzt weg, sagte ich zu dem Typen im Telefon, weil ich eine Herzdruckmassage machen sollte. Der Mann redete aus dem Telefon beruhigend weiter. Mein Kopf war komplett leer. Ich konzentrierte mich oft einsaugte. Nach gefühlten hundert Jahren wurde das Scheunentor aufgerissen und zwei Sanitäter und ein Arzt kamen hereingespurtet. Ich war so fertig, dass ich nur noch nach vorne eingeknickt auf dem Boden knien und den Scheunenboden betrachten konnte. Ich bekam eine Weile nichts mehr richtig mit, bis mir jemand die Hand auf die Schulter legte. Alles okay? fragte einer der Sanis. Anscheinend hatten sie die Wiederbelebung beendet. Ich mochte gar nicht zu Sarah hinüber sehen. Alles richtig gemacht, sagte er beruhigend. Aber mir war klar, dass ich sie nicht hatte retten können. Im nächsten Moment wurden zwei Polizisten hereingeweht. Begann mit den Zähnen zu klappern. Die zwei Polizisten stellten sich als Brunner und Bauer vor. Der ältere hieß Brunner, war ziemlich dick und hatte eine Halbglatze. Seine Miene war furchtbar grimmig und er sah aus, als hätte er heute etwas anderes zu tun, als in einer Scheune mit einem toten Mädchen zu stehen. Der andere war noch sehr jung und schien der Ohnmacht nahe zu sein. Der Notarzt war etwas erstaunt angesichts der Tatsache, dass die Polizei so schnell vor Ort war. Normalerweise wird die Polizei erst informiert, wenn die Reanimation erfolglos war, erklärte er. Da hat jemand angerufen, erwiderte Brunner brummig, jemand vom Campingplatz. Das war ich, hörte ich eine Stimme vom Scheunentor her sprechen. Als ich mich umdrehte, kam aus dem strömenden Regen Jeremias herein. Ich hatte den Eindruck, etwas verlegen verstummte er kurz, dass die Polizei zu informieren sei. Brunner nickte nur, ich jedoch dachte mir ziemlich unflätige Dinge. Wenn Jeremias gemerkt hatte, dass etwas passiert war, hätte er schließlich auch bei der Reanimation mitmachen können. Er sah an den breiten Schultern von Brunner vorbei und schnappte nach Luft. Oh Gott, Sarah, stieß er schließlich hervor und eilte zu dem toten Mädchen. Was ist mit ihr? Der Notarzt stand auf und trat einen Schritt zurück. Wir konnten nichts mehr tun, sind sie der Vater? Jeremias antwortete nicht, er brach über Sarah zusammen und umarmte sie weinend. Er ist nicht der Vater, antwortete ich für ihn, und ich hatte das Gefühl, dass meine Zähne gleich so laut aufeinander klappern würden, dass man es hören konnte. Natürlicher Tod, wollte der Brunner vom Notarzt wissen und lenkte damit meine Aufmerksamkeit auf die Polizisten. Nein, sagte der Notarzt schlecht gelaunt und packte den Koffer zusammen. Todesursache unbekannt. Da ist doch nichts unbekannt, sagte Brunner genauso grimmig und zu Bauer, der sehr nach einem großen Aber aussah, wir lassen uns jetzt nicht den ganzen Sums aufheißen. Sieht man doch, dass das ohne Fremdverschulden ist, da kommen wir nimmer heim, wenn wir das alles durchziehen. Aber, sagte der Bauer schwächlich. Wahrscheinlich kam er gerade frisch aus der Ausbildung und wusste genau, was das Protokoll verlangte. Das musst du noch lernen, erklärte der Brunner. Sich nicht so viel aufhalsen. Wie ist es passiert? Durch ein Stromkabel in der Pfütze, sagte ich, und jetzt klapperten meine Zähne tatsächlich aufeinander. Ich habe keine Verbrennungsmale gesehen, sagte der Notarzt. Im nächsten Moment ging die Tür wieder auf und ein mir bekannter Mann kam herein. Polizeihauptkommissar Jonas Schneider, der beim Mordfall an Musch ermittelt hatte. Wie war der jetzt so schnell hergekommen? Unser Wiedersehen hatte ich mir etwas anders vorgestellt, vor allem in einem vorteilhafteren Bekleidungszustand. Ich trug noch immer den durchsichtigen Regenmantel meiner Großmutter und darunter eine kurze Jeans sowie ein weißes T-Shirt mit dem das mir meine Freundin Clara aus Hamburg geschickt hatte. Also Fremdverschulden können wir ausschließen, versuchte Brunner die Sache noch einmal abzukürzen, aber Jonas Schneider wollte sich selbst ein Bild machen. Er brachte Jeremias dazu, die tote Sarah loszulassen und einen Schritt zurückzutreten und unterhielt sich leise mit dem Notarzt. Hin und wieder warf er mir einen Blick zu, den ich nicht so ganz deuten konnte. Verlegen sah ich von ihm weg, obwohl ich ja überhaupt nichts falsch gemacht hatte. Stattdessen schaute ich in Richtung Jeremias. Er war totenbleich und zum ersten Mal sah er nicht aus wie jemand für Zahnpasta Werbung, sondern wie jemand, der überhaupt nicht mehr weiter wusste. Das machte ihn ein klein wenig sympathisch. Der Polizist Brunner neben mir grummelte vor sich hin, als Jonas Schneider akzeptierte, dass der Notarzt bei seiner Aussage Todesursache ungeklärt blieb. Die Sanitäter verabschiedeten sich, der Notarzt blieb neben mir stehen. Ich werde ihnen noch einen Seelsorger organisieren, der sie betreuen kann, sagte er. Nicht nötig, wehrte Jeremias ab, plötzlich wieder energisch. Wir haben einen Seelsorger vor Ort. Welchen Seelsorger? Kannte er etwa dem Pfarrer Gietel? Schließlich verschwand auch der Notarzt. Seltsamerweise mussten wir auf einen neuen Arzt warten, der den Totenschein ausstellte. Wieso das nicht der Notarzt gemacht hatte, wusste ich auch nicht. Und nun zu ihnen, sagte Kommissar Schneider und blieb vor mir stehen. Wie war das jetzt genau? Ich wäre ja niemals in die Scheune gegangen, wenn der FI-Schalter nicht geflogen wäre, sprudelte es aus mir heraus. Irgendwie ist dann vom ganzen Campingplatz der Strom weg, wenn der zentrale FI-Schalter draußen ist. Ich merkte schon jetzt, dass ich sobald nicht mehr zu reden aufhören können würde. Das war mir schon das letzte Mal aufgefallen, dass der Kommissar irgendwie eine starke therapeutische Wirkung auf mich hatte. Der Gröning hatte gemeint, dass ein Kabel im Wasser liegen muss, was ja auch stimmte, und er hat mit mir nach diesem Kabel gesucht. Der Gröning, vielleicht hätte ich sie doch auf dem Hauptplatz nächtigen lassen sollen. Sie? Die Jugendgruppe, schniefte ich und sulte mich in Selbstvorwürfen. Vielleicht wäre es dann nicht passiert. Vielleicht hätte ich die Jugendgruppe auch gleich ablehnen sollen, schließlich hatten mir alle gesagt, dass sie nur Ärger bringen würden. Wenn Sarah an einem Stromschlag gestorben ist, rügelte es weiter aus mir heraus. Sarah hatte kein Handy dabei, mischte sich Jeremias entsetzt ein. Und wo ist Herr Gröning jetzt? fragte der Kommissar nach, Jeremias und meine Selbstvorwürfe ignorierend. Der verstaute wahrscheinlich gerade sein Kabel des Todes ordnungsgemäß, ging auf die Toilette und dann ins Bett. Weil inzwischen war es schon nach 21 Uhr und da ging er immer ins Bett. Was heißt denn nun Todesursache nicht bekannt? fragte ich, obwohl das offensichtlich war. Wenn der Arzt die genaue Todesursache nicht ermitteln kann. Oder er den Verdacht hegt, dass der Tod unnatürliche Ursachen hat, trägt er auf dem Totenschein den Vermerk Todesursache unbekannt ein, sagte der Kommissar behutsam. Unnatürlich, echoten Jeremias und ich gleichzeitig. Es war also gar kein Elektrounfall, flüsterte ich, als würden wir belauscht werden. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht beantworten, sagte der Kommissar mit freundlicher Stimme. Sehr wahrscheinlich war es ein Unfall. Und was wollte sie hier in der Scheune mit einem Elektrokabel machen? fragte Jeremias. Seine Stimme klang verzweifelt, er schien sich tatsächlich nicht vorstellen zu können, was Sarah hier vorgehabt hatte. nur unterstellen, mutmaßte er, und hat versehentlich dieses Kabel berührt. Mein Blick schweifte ganz kurz zu Sarah. Es hatte nicht so ausgesehen, als hätte sie das Kabel in der Hand gehabt. Und dass hier ein Elektrokabel gelegen hatte, dafür gab es meines Erachtens nur zwei Gründe. Benutzung eines Handys oder eines Föhns. Aber inzwischen froh ich so sehr, nicht ausgeschlossen war, dass ich sowieso nicht mehr klar denken konnte. Begleiten Sie Frau Ziegler zum Haus, sagte Kommissar Schneider zum Polizisten Bauer. Kapitel 6 Der nächste Tag war sonnig und warm. Es sah aus, als hätte es nie geregnet und bis auf ein paar herabgefallene Äste erinnerte nichts an den Sturm. Ich war schon seit sechs Uhr auf den Beinen, war beim Bäcker gewesen und hatte meine Einkaufsliste abgearbeitet, um genügend Joghurt und Eis im Campingladen anbieten zu können. Zurück am Campingplatz hatte Eveline die Sachen ins Das brauchte ich jetzt einfach. Inzwischen verkaufte Eveline die Semmeln und war voll in ihrem Element. Was war denn da gestern bei der Jugendgruppe, wollte die Schmidt Kunz wissen. Ich dachte, ich hätte den Rettungswagen gesehen. Keine Ahnung, sagte Eveline munter. Vielleicht eine Schlägerei. Unsinn, ein ganz bedauerlicher Unfall, erklärte die Froni, und es klang, als würde sie gleich zu weinen anfangen. Ein so tragischer Unfall, bei dem ein so junger Mensch sterben. Sterben? fragte Eveline. 2,50 setzte sie im selben Atemzug hinterher. Hattest du gestern Oropax drin? fragte ich und antwortete Clara im Chat. Nein, es ist hier aufregender als in der Stadt. Ich habe keine ruhige Minute, von wegen ruhiges Landleben. Zur Aufmunterung schickte mir Clara ein Foto von einem gut gebauten Typen mit nacktem Oberkörper, der eine Axt in der Hand hielt. Seufzend legte ich das Handy weg. Wieso? fragte Eveline. Das musste doch gehört haben, der Rettungswagen, der Notarzt, die Polizei, fragte die Froni verständnislos. Hab eben einen guten Schlaf, sagte Eveline und sagte, fast als wollte sie von ihrem guten Schlaf ablenken, die Kornspitz vom Meierbeck werden immer kleiner. Ich hatte sie tatsächlich den ganzen Abend nicht gesehen und um genau zu sein, war ich heilfroh gewesen. Ich war noch komplett aufgeputscht gewesen, durchgefroren und hatte mich gefühlt zwei Stunden lang unter die heiße Dusche gestellt. Danach war mir noch immer kalt und ich hatte mich mit zwei Wärmflaschen und der schrecklichen türkisen Fernsehdecke von Nonna vor den Fernseher gelegt und unkonzentriert von einer Sendung zur nächsten gesappt. Kommissar Schneider war nicht mehr aufgetaucht, vielleicht hatten sich Brunner und er doch darauf geeinigt, dass die Todesursache bekannt und von keinem Fremdverschulden auszugehen war, um das mal ein bisschen abzukürzen, wie es Brunner vermutlich formuliert hatte. Neben mir knallte jemand etwas auf den Tresen und ich sah auf. Der kritikfreudige Österreicher – irgendwann würde ich mir auch seinen Namen merken – stand mit grimmiger Miene vor mir. Sehen Sie, was das ist? fragte er. Ich sah auf und bemerkte auf dem Tresen drei Bilder. Man erkannte darauf abgebrochene Äste, die auf dem Rasen lagen. Musste irgendwo seitlich des Geschirrspülhäuschens sein. Der Typ nervte wirklich wahnsinnig. Ich kümmere mich darum, sagte ich, während ich den Blick auf den Computer hielt. Der funktionierte nämlich hinten und vorne nicht. Und das fand ich problematischer als einen abgebrochenen Ast, das wuchs ja irgendwann nach. Und wann? Heute um zehn Uhr dreißig, erfand ich. Nachdem Sarah gestorben war, erschien mir das alles nicht mehr so dringend. Irgendwie fühlte ich mich ziemlich schuldig, auch wenn mir gestern alle versichert hatten, dass ich nichts falsch gemacht hatte. Statt sich zu verzupfen, riss sich der Kerl die Jogginghose bis auf Halbmast und forderte mich auf, mir das anzusehen. Herr im Himmel, stieß ich hervor. Mehr deswegen, weil ich es unmöglich fand, dass mir ein Camper seine knallbunte Boxershorts und sein kalkweißes nacktes Bein zeigte. Offensichtlich war er in der Nacht beim Gang auf die Toilette auf dem naschen Rasen ausgerutscht. Wahrscheinlich nahm er hochdosiert Blutverdünner, dem riesigen blauen Fleck nachzuschließen. Wieso ich daran schuld sein sollte, wusste ich nicht. Eveline kam aus dem Campingladen herüber und betrachtete nun auch den Bluterguss, der aussah wie Südamerika ohne das Kaporn. Tut mir leid, sagte ich, während ich ihn grimmig ansah. Ich kümmere mich darum. Als er mit Leidensmine die Jogginghose wieder hochzog und verschwand, stemmte Eveline die Fäuste in die Hüften. Deine Großmutter hätte ihn rausgeworfen hochkannt. Allein dafür, dass er die Hose runtergezogen hat. Das glaubte ich auch. Da ich mehr der Texter war als der Rausschmeißer, begann ich, ein paar wohl überlegte Sätze in den Computer zu tippen. Eveline und ständigen Todesfälle dem Campingplatz das Genick brechen würden. Iwer wirklich am Boden zerstört, wenn der Campingplatz dicht macht, erläuterte Froni. Wir haben nämlich überlegt, uns ein stabiles Vorzelt zu kaufen, mit allen Schikanen, sogar mit einem Erker. Vielleicht überlegt sich ja unsere liebe Sophia, ob sie nicht doch im Winter den Campingplatz offen lässt. Ich verkaufe, hätte ich am liebsten gesagt, auf die Tastatur ein. Das wäre ein Traum, stimmte Evelyn zu. Was hieß hier Traum? Seit drei Wochen wohnte sie bei mir im Haus, von ihrem Faible für Campingplätze hatte ich bis heute noch nichts bemerkt. Als ich meinen Text für den Österreicher ausdruckte, las ihn Evelyn kopfschüttelnd. Camping am See ist ein naturnahes Gelände, es gibt Unebenheiten, Bäume, Hecken und naturbelassene Wege. Auch Insekten. Alles ist der Witterung ausgesetzt. Bei Regen sind die Wege und das Gras nass. Die Beleuchtung ist nachts stark reduziert, um unseren Gästen einen ungestörten Schlaf zu gewährleisten. Wir bitten die Gäste um angepasstes Verhalten und Eigenverantwortung. Du bist verrückt, sagte sie nur. Wenn er das nächste Mal in der Nacht an einen Baum läuft, um diesen Hinweis gleich an die Rezeptionstür zu hängen. Gerade als ich damit fertig war, hielt ein dunkler BMW vor der Schranke und Jonas Schneider stieg aus. Plötzlich hatte ich unglaublich schwitzige Hände, die ich mir eilig an der Jeans abwischte. Nicht etwa, weil mich Jonas Schneider so durcheinander brachte, das machte er zwar auch, aber momentan war es, wann mir klar war, was es bedeutete, wenn er hier in der Früh auftauchte. Mit der Spurensicherung im Schlepptau, denn die zwei Frauen im dunklen Passat, die direkt hinter dem BMW parkten, kannte ich noch vom letzten Mal. Sagen sie nichts, bat ich dumpf. Der Rechtsmediziner hat herausgefunden, sie ist ertrunken. Ich nickte, als hätte ich mir das auch gedacht. Wahrscheinlich hat sie einen elektrischen Schlag bekommen und ist bewusstlos gelegen, spekulierte ich. Das hätte der Notarzt auch mal feststellen können. Aber das war jetzt auch egal, ob sie an dem elektrischen Schlag gestorben war oder weil sie zufällig danach in die Pfütze gefallen war. Bei bewusstlosen Personen fehlen oft die typischen Zeichen des Ertrinkens, erklärte mir der Kommissar. Paltaufflecken, Wiedlerzeichen, Schaumpilz. Oje. Alles in Ordnung? fragte mich der Kommissar, weil ich anscheinend grün im Gesicht geworden war. Ja, ich muss mir noch mal die Scheune ansehen, sagte er. Sie waren ja die Erste am Fundort, können Sie mir das noch einmal genau zeigen? Ich nickte und trottete schweigend neben ihm her. Wieso er sich das noch einmal ansehen wollte, war mir nicht ganz klar. Schlimm genug, dass Sarah vielleicht bewusstlos ertrunken war, nur weil wir so lange gebraucht hatten, sie zu finden. Als erstes hätte ich gerne, dass sie sich ansehen, ob sich seit gestern etwas verändert hat, fragte er, wenn es ihnen nichts ausmacht. Es machte mir zwar etwas aus, aber ich ließ den Kommissar mit Plastikhandschuhen das Scheunentor aufschieben und eugte vorsichtig hinein. Es war allerdings dunkel gestern, erklärte ich. Bei Sonnenlicht sah es tatsächlich ein bisschen anders aus. Mein Blick wurde magnetisch von der Stelle angezogen, wo ich mich um Sarah gekümmert hatte, und noch immer lagen dort die Verpackungen von Kanülen herum, die der Notarzt dort aufgerissen hatte. Die Wasserpfütze, in der das Kabel gelegen hatte, war etwas kleiner geworden, oder sie war mir in der Nacht nur so groß erschienen. Anscheinend hatten Kinder die Scheune als Versteck benutzt. Auf dem Boden lagen jede Menge Schokoladenpapierchen. Direkt rechts neben dem Eingang waren eine alte schwarze Luftpumpe, ein großer Korb mit einer Gartenschere, eine Heckenschere und in einer aufgeweichten Pappschachtel rostige Zeltheringe. In einer Holzkiste hatte Nonna von den Campern hinterlassene Dinge aufgehoben. Flossen, Schwimmbrillen, ein Bobbycar und jede Menge altes Plastik Spielzeug. Das hatte ich alles gestern nicht gesehen, aber ich nahm stark an, dass das nicht heute erst aufgetaucht war. Wo Sarah gelegen hat, das wissen sie ja. Ich habe sie berührt und keinen Puls gefunden. Wegen des Kabels in der Pfütze bin ich davon ausgegangen, dass es ein Elektrounfall war. Zeigen Sie mir noch einmal, wo sie gelegen hat und wo das Kabel. Hier, deutete ich, auf dem Bauch? Ja. Die Pfütze war inzwischen fast eingetrocknet. Wie groß war die Pfütze? Irgendwie war es unheimlich, dass man in so wenig Wasser ertrinken konnte. Aber wenn man ohnmächtig war, war das auch kein Wunder. Ich zeigte ihm die Pfütze, man sah nur noch an der dunkleren Erde, dass dort gestern Wasser gewesen war. Die Pfütze war gestern von der Ausdehnung in etwa so groß wie zwei Autoreifen. Das Wasser war anscheinend sehr schnell versickert. Und dann? Ich habe sie umgedreht. Mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass sie mit dem Gesicht im Wasser gelegen hat. Aber wahrscheinlich war ich durch das Elektrokabel so abgelenkt. Und wie haben sie das Elektrokabel entfernt? Das war der Gröning, der hat es einfach genommen. Trotz der Gefahr des Stromschlags? Ähm, nein, der FI-Schalter war ja rausgeflogen. Eine Weile sahen wir gemeinsam auf den Boden der Scheune. Es waren unglaublich viele Fußabdrücke zu sehen. Aber kein Wunder bei der Menge an Personen. Ich dachte immer, wenn der FI-Schalter fliegt, stirbt man nicht am Stromschlag, sagte ich. Aber vielleicht hatte Sarah ein schwaches Herz gehabt, war ohnmächtig, nach vorne gekippt und hatte dann natürlich das Wasser eingeatmet. Was haben sie dann gemacht? Den Notruf gewählt, sagte ich. Dann hatte ich gewisse Erinnerungslücken. Meines Wissens hatte ich das gemacht, was mir aufgetragen worden war, aber sicher wusste ich das nicht. Erschrocken zuckte ich zusammen, als die Scheunentür energisch aufgerissen wurde. Hinter uns tauchten in weißes Plastik gehüllt die Spurensicherungstanten auf. Die Blonde kaute gerade mit offenem Mund einen Kaugummi zu Tode und sah reichlich gelangweilt aus. Als sie einen Blick in die Scheune warf, verdrehte sie an ihre Kollegin gerichtet ein wenig die Augen. Hallo, war ihr die Scheune nicht aufgeräumt genug? Oder sah sie es nicht ein, wieso sie hier Spuren sichern sollte? Ich fand das auch etwas übertrieben, wenn es doch sehr wahrscheinlich ein Unfall gewesen war. Denken sie, dass es Mord war? flüsterte ich, obwohl es nicht nötig gewesen wäre, zu flüstern. Zumindest sind mir einige Dinge nicht so ganz klar, sagte der Kommissar. Sie hatte nämlich eine Wunde am Hinterkopf. Ich frage mich, wo sie sich die Eine Weile sahen wir zwischen der Holzpalette und der Pfütze hin und her. Da war jede Menge Abstand dazwischen. Vielleicht hat sie sich dann noch einmal aufgerappelt und ist beim Hinausgehen ohnmächtig geworden, schlug ich vor, da sie sich unmöglich eine Verletzung an der Palette zuziehen hatte können und dann mit dem Gesicht voraus in der Wasserpfütze landen. Sind das da nicht Schleifspuren? fragte ich. Wir gingen beide in die Hocke. Hier sind gestern mindestens sieben Personen zu viel herumgelaufen, erklärte mir der Kommissar. Ich bezweifle, dass wir noch aussagekräftige Spuren am Boden finden werden. Entschuldigung. Wichtiger war die Versorgung von Sarah, sagte er. Machen Sie sich über die Fußspuren keine Gedanken. Wo genau lag denn nun das Elektrokabel? Es war draußen im Stromkasten eingesteckt. Ich zeigte auf die Scheunentür und ging geradewegs in die Pfütze hinein. Und wo ist das Kabel jetzt? Ähm, das Elektrokabel war von Gröning, erläuterte ich. Das hat er wieder mitgenommen und es in seiner Service Klappe eingesperrt. Mitgenommen echote er verständnislos. Service Klappe? Service Klappen sind diese Türchen am Wohnwagen, durch die man von außen an Staukästen herankommt, erklärte ich hilfsbereit. Und er hatte es hier in die Scheune gelegt? Nein, er hatte es unter seinem Wohnwagen liegen und irgendjemand muss es ihm geklaut haben oder es sich geliehen haben. Ich bin davon überzeugt, wenn Sarah es genommen hatte, ihr Handy zu laden, dann hätte sie es bestimmt wieder zurückgebracht. Er nickte an die Spurensicherung gewandt, sagte er, von dem Kabel brauchen wir auch Fingerabdrücke. Die waren bestimmt schon alle längst Geschichte. Ich hatte nämlich gesehen, dass der alte Gröning einen alten Hadern aus seiner Hosentasche gezogen und das Kabel hindurch hatte gleiten lassen. Und Sie meinen, dass Sarah sich das Handy hier laden wollte? Weswegen sollte sie hier sonst Strom brauchen? fragte ich. Vielleicht hatte sie sich auch die Beine rasieren wollen oder die Haare föhnen, aber ich sah hier weder einen elektrischen Rasierer noch einen Föhn. Und wo ist das Handy? Woher soll ich das wissen? fragte ich verständnislos nach. Eine rhetorische Frage, erklärte er mir, während eine der Spurensicherungstanten den Griff des Scheunentors auf Fingerabdrücke untersuchte und die andere ins Innere der Scheune ging. Erst jetzt verstand ich seine Frage. Wenn sie hier ihr Handy geladen hatte, dann musste es ja auch hier herum liegen. Ausgenommen jemand hatte es mitgenommen. Wann haben sie die Frau zum letzten Mal gesehen? Wollte der Kommissar von mir wissen. Keine Ahnung, ich war ja damit beschäftigt gewesen, mich um singende Camper zu kümmern. Sie war eine Betreuerin von dem Jugendcamp, nennt sich Jugendcamp Sonne, es sind 40 Jugendliche im Alter von 12 und 15 Jahren, leierte ich herunter, weil ich das extra noch einmal nachgesehen hatte. Sie sind erst gestern in der Früh angekommen und ich hatte mich nicht weiter um die Gruppe gekümmert, haben die Zelte aufgestellt und sich ganz manierlich verhalten. Es kam mir vor, als wäre das vor 100 Jahren gewesen. Als ich zurück zur Rezeption ging, sah ich, dass ich vor dem großen Zelt, in dem die Jugendgruppe gemeinsam essen konnte, alle um Jeremias versammelt hatten. Sie saßen brav in einem Kreis um ihn herum. Nachdenklich blieb ich stehen und überlegte, ob ich zu mir herüber. Erst dachte ich, er würde ihnen die Situation erklären, aber er sprach eben, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ich blieb stehen und sah ihm zu, wie er die Arme hob und er rief aus, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Der Kommissar blieb neben mir stehen und sagte zu mir, sie haben mir gar nicht gesagt, dass er Priester ist. Wusste ich nicht, murmelte ich, etwas ärgerlich, weil mir das nicht gleich klar gewesen war. Allein von der Bekleidung her, die Ähnlichkeit mit dem Pfarrer Gietl, das war anscheinend nicht nur die Bekleidung gewesen, die mich an ihn erinnert hatte. Abschließend behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen. Kapitel 7 Ich war richtig froh, dass mich Evelyn bat, für sie im Supermarkt einzukaufen. Jetzt ins Dorf zu fahren, kam mir wie Urlaub vor. Als ich die Landstraße entlang tuckerte, dachte ich weder daran, dass Jeremias vermutlich Pater war, noch dass der Kommissar auf meinem Campingplatz noch einen Mörder suchte. Stattdessen genoss ich die Fahrt vorbei an den Feldern und dem Neubaugebiet, dem uralten Forsthaus, der Brauerei Stöckel bis zur Kirche. Ich parkte vor dem Meierbeck, um mir noch eine Nussschnecke mitzunehmen. Als ich gerade zahlte, sah ich den Schwarz, den Chef von Immobilien Schwarz, gerade bei Meierbeck zu verzehren, um ihm nicht über den Weg zu laufen. Er hob grüßend die Hand und mein Blick folgte dem Seinen. Alex! Er kam gerade aus der Raiffeisenbank Filiale und steuerte auf den Schwarz zu. Dieser klopfte ihm juvial auf die Schulter, schüttelte seine Hand und sie begannen eine Unterhaltung. Alex? Was hatte er mit dem Schwarz zu besprechen? sah irgendwie nicht aus, als würden sie sich streiten, mehr so, als würden sie sich gerade blendend verstehen, denn sie lachten beide. Das war ja unglaublich. Ich runzelte die Stirn und biss noch mal in mein Teilchen. Dass sie mir feinett an den Schwarz verkaufen, sagte die Frau von Meierbeck so dicht hinter mir, dass ich aufschrie. Was ging die denn meinen Campingplatz an? Es war doch kaum zumutbar, dass ich einen Campingplatz führte, auf dem ständig so Nörgler wie dieser Österreicher ihren Urlaub verbrachten. Was macht der Alex da? fragte ich, statt meinem Ärger Luft zu machen. Der Stöckel, der macht halt auch seine Geschäfte und ging zurück hinter den Verkaufstresen. Was meinst, wieso das alles so gut läuft? Weil es eben Geschäftsleute sind. Die können das Geschäfte machen. Ach, ich beobachtete mit zusammengekniffenen Augen Alex und den Schwarz und kam mir irgendwie verraten vor. So, als würde sich Alex hinter meinem Rücken mit dem Schwarz verbrüdern. Hatte er nicht die ganze Zeit so getan, als wäre der Schwarz unser aller Erzfeind? Und jetzt sah ich da viel kameradschaftliches Schulterklopfen. Sich durchsetzen, sagte sie. So sieht es aus. Wenn du dich nicht durchsetzt, dann hast verloren. Wie wahr. Ich beobachtete, wie sich die beiden mit Handschlag verabschiedeten. Ärgerlich aß ich mein Plunderteilchen auf und ging zum Auto. Die Einkäufe waren schnell erledigt und es war angenehm beruhigend, dass Evelin danach um mich herum schwirrte und irgendetwas plapperte. Als ich die letzte Einkaufskiste hineintrug, sah ich, dass jemand auf meinem Zettel, den ich extra für den Österreicher an die Rezeptionstür geklebt hatte, etwas dazu geschrieben hatte. Am Hirschgrund ist besondere Vorsicht walten zu lassen. Meide sumpfiges und schilft durchwachsenes Wasser. Beobachte deine Kameraden genau und leiste bei Bedarf erste Hilfe. Etwas verständnislos schüttelte ich den Kopf. Hatte das der Österreicher ergänzt? Das war der Gröning, erläuterte Evelin, nahm er die Kiste weg und verschwand im Haus. Ich seufzte nur. Dem Gröning konnte ich nicht böse sein. Ich setzte mich vor den Computer und starrte eine Weile frustriert vor mich hin. Nicht nur, weil außer dem Textverarbeitungsprogramm auf dem PC nichts funktionierte, sondern weil ich an Alex denken musste. Der ständig mit mir flirtete, mir erklärte, ich solle nicht an den Schwarz verkaufen und dann mit dem Schwarz irgendetwas am Laufen hatte. Dann zog ich zur Ablenkung mein Smartphone heraus und checkte meine Nachrichten. Keiner hatte mir geschrieben. Weil ich gerade schon dabei war, gab ich bei Google Jugendcamp Sonne ein und sofort ploppte eine Seite auf. Unser Programm für junge Menschen. Ein Angebot für Eltern und Erzieher, die die Zukunft ihrer Schützlinge positiv gestalten wollen. Unsere weltweit tätige Organisation hilft Jugendlichen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, Freundschaften zu schließen und bietet Orientierung für Liebe und Sexualität. Altersgruppe zwölf bis fünfzehn Jahre. Eine kirchliche Gruppe? Etwas komisch, dass mir das Jeremias nicht gesagt hatte, aber eigentlich konnte es mir auch egal sein. Evelin kam noch immer irgendetwas erzählend aus dem Campingladen in die Rezeption und stellte zwei kleine Weckgläschen auf den Tresen. Für dich, Schätzchen, wir müssen jetzt besonders gut zu uns sein. Die Gläser waren schichtweise mit Joghurt und pürierten Früchten gefüllt, mit einem Topping aus gerösteten Haferflocken. Anscheinend hatte Evelin aus dem Inhalt unseres Kühlschranks und der Gefriertruhe etwas gezaubert, das unglaublich lecker aussah. Meine bohrenden Kopfschmerzen ließen auf der Stelle nach. Danke, lächelte ich. Sieht toll aus, das esse ich jetzt dann gleich. Neugierig las ich weiter über das Sonnencamp. Anscheinend hatte das Camp im Jahr zuvor in der Karmark stattgefunden. Die tägliche Heilige Messe feierten die reitbegeisterten Jugendlichen mit den Priestern Kahlmann und Friese. Beide wirken schon seit Jahren in Südfrankreich. Der krönende Abschluss des Camps fand in stimmungsvoller Atmosphäre am Strand statt. Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren, das Ehepaar Kurt und Elfriede Schmid, Stimmen der Teilnehmerinnen, die Natur, die Pferde das Strandleben genießen, machten diese Erfahrung zum schönsten, was ich bisher erlebt habe. Es war eine wunderbare Chance, sich selbst zu finden. Danke für diese tolle Erfahrung. Ich seufzte einmal schwer, weil ich nicht so der kirchliche Typ war. Dann ging mit einem Dingeln die Rezeptionstür erneut auf und die Froni kam herein. Sie musste sich schließlich mit Joghurt eindecken. Ach, wie süß, sagte sie begeistert und sah meinen Joghurt im Gläschen an. Kommen man den kaufen? Klar, sagte Evelyn und verschacherte, ohne mit der Wimper zu zucken, mein zweites Frühstück. Die beiden redeten noch eine Weile über den positiven Einfluss von Joghurt auf die Verdauung, doch meine Verdauung war ihnen ganz offensichtlich Schnuppe. Ich googelte noch nach Pater Jeremias und kam auf der Seite einer anderen Gruppe heraus, die sich Rekruten Christi nannte. Das klang ziemlich militärisch. Die Bildersuche zeigte mir jedenfalls, dass ich tatsächlich auf unseren schönen Jeremias gestoßen war. Unglaublich, befand Evelyn, während sie sich weit über den Tresen lehnte, um an meinen Rechercheer ergebnissen teilnehmen zu können. Sie hatte bereits neue Joghurts produziert, die direkt neben ihren Brüsten auf dem Tresen thronten. Schnell nahm ich mir ein, bevor wieder jemand hereinkam, der mit der Verdauung Schwierigkeiten hatte. Auf dem Bild sieht er unglaublich heiß aus, setzte sie hinzu. Ich fand ja, dass der Typ immer unglaublich heiß aussah, sogar in Natur. Vielleicht sogar noch mehr als auf dem Bild. Echt vergeudete Attraktivität, seufzte sie, wenn man bedenkt, dass er im Zölibat lebt. Ich verdrehte die Augen und dann kam schon die Schmidt-Kunz hereingeweht, da sie von der Froni gehört hatte, dass es leckeren Joghurt gab. Naja, wir können ihm aber trotzdem dankbar sein, erklärte sie Evelyn, als diese sie über Pater Jeremias informierte. Es war äußerst hellsichtig, von ihm die Polizei zu rufen. Wer weiß, ob das mit dem Mord sonst überhaupt rausgekommen wäre. Da hatte sie tatsächlich recht, denn dass der Polizist Brunner den Notarzt doch noch genötigt hätte, den passenden Totenschein auszustellen, war anzunehmen. Frau Schmidt-Kunz bezahlte für die zwei Joghurts und ging wieder. Ob Fremdverschulden vorliegt, wissen wir noch gar nicht, sagte ich zu Evelyn und sah mir meine WhatsApp-Nachrichten an. Clara hatte mir schon wieder das Bild eines halbnackten, gut gebauten Mannes geschickt, der gerade bei der Hausarbeit war, anscheinend eine ihrer Traumvorstellungen und mein Noch-Ehemann Martin fragte nach, ob es mir gut ginge und sagte, dass er mich vermisse. Vielleicht, weil er jetzt selbst halbnackt seinen Haushalt erledigen musste und es doch zeitaufwendiger war, als gedacht, jeden Tag eine Frau für den Sex und den Haushalt abzuschleppen. Wieso ist dann unser toller Herr Hauptkommissar da? fragte Evelyn mit hochgezogenen Augenbrauen. Wenn ich eins sagen darf. Ich hab ja ein wenig den Verdacht, dass er hinter mir her ist und deswegen jetzt ermittelt. Ich seufzte leise und ließ sie in dem Glauben. Oder denkst du, Pater Jeremias hat's umgebracht? fragte Evelyn neugierig. Wenn es Mord war, dann war er es. Vielleicht ist er ein Satanist. Er ist Priester. Das schließt sich doch nicht aus, behauptete sie. Vielleicht hat er eine Teufelsaustreibung gemacht, die schief gegangen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, mummelte ich undeutlich, während ich den Joghurt löffelte. Das kann sich überhaupt niemand vorstellen. Bei Teufelsaustreibungen wird ja oft der Tod des Betreffenden in Kauf genommen. Es sah aber nicht nach Teufelsaustreibung aus, wandte ich ein und versuchte abzulenken. Schmeckt echt lecker dein Joghurt. Du weißt doch gar nicht, wie so etwas aussieht, behauptete Eveline. Dann wurden wir glücklicherweise von zwei jungen Müttern unterbrochen, die Postkarten kaufen wollten. Da es keine gab, stöberten sie im Campingladen herum und waren so begeistert von den Joghurts im Glas, dass sie gleich acht Stück für morgen vorbestellten. Morgen wird's aber mit Blaubeertopping sein, sagte Eveline, als verfügte sie über einen ausgeklügelten Joghurtplan. Wir sahen den beiden jungen Frauen hinterher und Eveline sagte zufrieden, du musst mir heute noch Blaubeeren kaufen, außerdem brauchst du Postkarten, am besten welche vom Campingplatz. Ich ignorierte sie und wandte mich wieder dem Smartphone zu. Eilig klickte ich die Homepage der Rekruten Christi weg. Ich persönlich war jedenfalls noch immer sauer auf den lieben Pater Jeremias, dass er mir bei der Reanimation nicht geholfen hatte. Auch jetzt, wo ich wusste, dass Sarah schon tot gewesen war, als ich sie entdeckt hatte, blieb das schlechte Gewissen wie ein kleiner, fieser Troll in meinem Magen sitzen. Die Tür der Rezeption ging mit einem Dingeln auf und Kommissar Schneider kam herein. Hätten sie einen Eimer und eine Leiter für mich? Eimer und Leiter wiederholte ich verständnislos. Wollte Wasserlacher am Boden der Scheune kommt, erklärte er mir. Dazu müsste jemand Wasser auf das Scheunendach schütten. Ja, woher wohl so eine Pfütze kam, wenn draußen der Regen herunter platterte? Ich seufzte, weil ich die Aktion für komplett sinnlos hielt, aber brav ging ich zum Klohäuschen, um zwei Eimer zu organisieren. In meiner Eile lief ich direkt in Uwe Kleinschmidt hinein. Der sah ja schlecht aus. Er schien über Nacht gealtert zu sein, war bleich und übernächtig und drängelte sich wortlos an mir vorbei, als ich etwas zu ihm sagen wollte. Ich sah ihm kurz hinterher, dann ging ich schnell ins Klohäuschen und füllte zwei Eimer mit Wasser. Herr Schneider nahm sie mir ab. Während wir zur Scheune gingen, berichtete ich dem Kommissar meine Ermittlungsergebnisse bezüglich des schönen Jeremias. Das hat er mir auch schon erzählt, verriet mir der Kommissar. Vielleicht erinnern sie sich ja noch an meine Empfehlung vom letzten Mal. Keine eigenen Ermittlungen, nein, das hatte ich nicht vergessen. Natürlich weiß ich das noch, aber googeln ist ja nicht so richtig eine Ermittlung und außerdem komplett ungefährlich, informierte ich ihn. Aber manchmal scheint es da mit ihnen ein bisschen durchzugehen, setzte er hinterher und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er schon wieder ein Grinsen unterdrückte. Ja, das war mir beim letzten Mal tatsächlich passiert, aber nur deshalb, weil es darum gegangen war, die Unschuld meiner geliebten Nonna zu beweisen. Dieses Mal war ich in Bezug auf den Mörder erheblich gelassener. Schon okay, erwiderte ich gnädig. Was ist jetzt mit der Pfütze? Wir blieben an der Straße stehen, die wir überqueren mussten, um zur Scheune zu gelangen und ließen zwei Autos passieren. Das ist mir heute früh in der Dusche eingefallen, sagte der Kommissar und sah mich weiter an, obwohl die Autos schon längst vorbeigefahren waren. Ich wollte mir den Kommissar lieber nicht unter der Dusche vorstellen, obwohl es bestimmt kein schlechter Anblick war. Die Pfütze war irgendwie eigenartig. Da war die Pfütze, aber es waren auch auf einer Seite Spritzer. Ich schluckte. Vielleicht hat Sarah noch gezappelt. Er hob eine Augenbraue und holte sein Handy heraus. Er hatte ein Foto vom Unglücksort gemacht und wischte so schnell das Foto größer, dass ich die tote Sarah nicht mehr ansehen musste, sondern mich auf die Pfützenränder konzentrieren konnte. Die Spritzer konnte ich in der Pfütze zappeln würde, wären die Spritzer nicht so gerichtet. Aber ich habe Sarah umgedreht, vielleicht hat das auch gespritzt. Hätte das nicht seitlich von ihr gespritzt, wollte er wissen. Ich zuckte mit den Schultern und wir gingen zusammen über die Straße an den schlecht gespannten Zelten der Jugendgruppe vorbei. Schon von Weitem sah ich, dass seine Kollegen Brunner und Bauer schon vor Ort waren und Herr Brunner unglaublich schlechte Laune hatte. Wir sahen zu, wie die beiden die Leiter aus der Scheune trugen und aufstellten. Der übellaunige Brunner dirigierte Bauer an die Stelle, wo dieser die Leiter anlegen sollte. Während der Kommissar und ich in der dämmerigen Scheune standen, hörten wir die beiden Polizisten darüber diskutieren, wer das Wasser ausschütten sollte und wohin am besten. Herr Brunner fand die Aktion sowieso komplett daneben, anscheinend war ihm nicht klar, dass der Kommissar das alles mithören konnte. Ich betete ein wenig, dass das Dach das alles aushielt und nicht in den nächsten Minuten ein Polizist vor uns durchs Dach fallen würde. Die Balken sehen ziemlich stabil aus, beruhigte mich Herr Schneider, der meinen besorgten Blick richtig interpretiert hatte. Das Wasser am Boden war schon längst verdunstet, man sah nur noch einen dunkleren Fleck auf dem sonst staubigen Scheunenboden. Wir hörten ein lautes Platschen von oben und gleich darauf ein zweites. Ich hielt die Luft an und sah abwechselnd auf den Boden und hinauf zum Dach. Können wir das wiederholen? schrie der Kommissar. Von oben hörte man ein verhaltenes Stöhnen und ein lauteres Klar! Herr Brunner kam mit seinen leeren Eimern in die Scheune und warf ebenfalls einen Blick auf den Boden. Die Dachziegel sehen ziemlich neu aus, sagte er. Ja, scheint mir auch so, sagte der Kommissar zu Herrn Brunner, der mit den Eimern wieder verschwand. Das Dach ist auch nicht alt, hat meine Nonna vor zwei oder drei Jahren neu eindecken lassen, erinnerte ich mich. Sie hatte Angst, dass ihr die ganze Scheune zusammen kracht, vielleicht ist das Wasser ja auch nicht durch das Dach getropft, sondern seitlich hereingelaufen. Wir sahen uns gemeinsam den Boden an. Dass der Kommissar mich bei all dem mitmachen ließ, fand ich höchst erstaunlich, kamen aber zu dem Schluss, dass es so auch nicht passiert sein konnte. Die Nein, ihre persönlichen Gegenstände haben wir uns noch nicht angesehen. Und hier in der Scheune auch nicht? Hier in der Scheune haben wir gar kein elektrisches Gerät gefunden. Bis auf den kaputten Heizlüfter dort drüben. Von meiner Nonna, das musste ich nicht erwähnen. Es lag schon so viel Heu und Dreck darauf, dass es ausgeschlossen war, dass ich Sarah ein bisschen vor dem Teil hatte aufwärmen wollen. Vielleicht hat sie das Kabel auch gar nicht reingelegt, überlegte der Kommissar nachdenklich. Also der Gröning war es nicht, sagte ich. Da bin ich mir sicher. Vielleicht hatte sie das Handy ja im Zelt vergessen und wollte es noch holen. Auch die zwei nächsten Eimer Wasser sickerten nicht durch das Dach und ich überließ es dem Kommissar und den zwei Polizisten sich darüber Gedanken zu machen, woher das Wasser stammte. Als ich wieder zur Rezeption kam, sah ich, dass meine Camping Ordnung schon wieder durch einen Punkt ergänzt worden war. Springe niemals in unbekanntes Gewässer, kein Kopfsprung in seichtes oder trübes Wasser, Schädel Basisbruch, Paket oder Schritsprung ist nicht so tief führend. Na prima, das klang nach Originalton Gröning. Wenn das nicht aufhörte, würde ich den Zettel laminieren. Seufzend ging ich in die Rezeption, wo ich fast über zwei Kartons fiel, die direkt neben dem Tresen geparkt waren. Es handelte sich hauptsächlich um Werbebroschüren für Camper, wofür ich eigentlich nur eine große Papiertonne als Bestimmungsort sehen konnte. Die musst du auslegen, erklärte mir Evelyn kopfschüttelnd. Die hatte deine Großmutter extra bestellt, damit sich deine Camper über alle Neuheiten auf dem Campingmarkt informieren können. Die kannst du deinen Gästen doch nicht vorenthalten. Ich nahm ihr ein Heft und blätterte einmal durch. Außerdem brauchst du wirklich dringend Postkarten vom Platz, grummelte Evelyn weiter. Heute haben schon wieder Leute nachgefragt. Außerdem könnte ich gut Tassen brauchen mit einem See- oder Camping- Motiv. Tassen? ihren Hinweis, während ich weiter in den Camping- Zeitschriften las. Camping in Deutschland am günstigsten. Albtraum statt Urlaub. Ich überflog schnell den Bericht über gehäufte Einbrüche in Wohnmobile. Wie schrecklich. Und wie gut, dass mein Campingplatz noch nicht unter der Rubrik Albtraum statt Urlaub aufgeführt war. Direkt darunter war eine Werbung für Nordseeurlaub und einen Campingplatz, der unglaublich schön vor dem Meer lag. Ich seufzte und dachte an mein Klohäuschen, das noch immer so hässlich war wie am ersten Tag. Ich packte so viele von den Heften übereinander, wie ich tragen konnte und legte sie auf die Bank vor die Rezeption, wo sie hoffentlich von alleine verschwinden würden. Ich wollte auf gar keinen Fall meinen Campern den Bericht über die Einbrüche vorenthalten. Außerdem musst du zu sehen, dass du endlich ein anständiges Computerprogramm hast, damit wir die Registrierung der Camper elektronisch machen können. Wie sieht es denn aus, wenn du mit dem Taschenrechner die Preise addierst? Erklärte mir Eveline das Dilemma. Ich kann mir keinen neuen Computer leisten, sagte ich, und ich bin froh, dass wenigstens mein Mailprogramm auf dem PC läuft. Eveline beschwerte sich noch ein bisschen über meine Trägheit und holte dann meine Kaffeekanne aus der Rezeption, angeblich um sich um Bärchen zu kümmern. Welches Bärchen? fragte ich noch. Uwe, geht es nicht besonders, sagte Eveline und machte sich mit schwingenden Hüften auf die Suche nach Herrn Kleinschmidt. Mein Kaffee verschwand mit ihr zum Bärchen. Ich ließ meinen Blick über den Platz gleiten, das Geräusch von Hämmern auf Camping Heringen war allgegenwärtig. Der Camper, der vor einer halben Stunde angekommen war, fuhr mit seinem Wohnmobil ständig vor und zurück und ließ tausendmal seine Satellitenschüssel kreisen, aber nichts schien ihn zu Frieden zu stellen. Ärgerlich kam der Gröning zu mir. Die haben mir mein Reservekabel weggenommen, erzählte er mir empört. Wenn ich das Kabel nicht mehr bekomme, werde ich klagen. Sie kriegen das Kabel schon wieder, sagte ich beruhigend und stellte fest, dass mich seltsamer Weise die Beschwerden gerade überhaupt nicht aufregten. Die Polizei untersucht das Kabel doch bloß auf Fingerabdrücke. Der Gröning ging wieder, jedoch nicht ohne mich vorher zu fragen, was die Polizei denn mit seinen Finger abdrücken wollte. Dass es der Mörder auch in der Hand gehabt haben könnte, ließ er nicht gelten. Danach kam reichlich ärgerlich der neue Wohnmobil Fritze zu mir und wollte lieber einen anderen Platz haben. Schon okay, sagte ich, sollte er doch meinetwegen jeden einzelnen Platz daraufhin überprüfen, wo ihm der beste Satelliten Empfang möglich war. Eine Weile beobachtete ich ihn, wie er zum nächsten Platz fuhr, bis mein Blick bei Kleinschmidts Wohnmobil hängen blieb. Evelin und Uwe saßen dort im Schatten der Marquise und tranken meinen Kaffee. Kapitel 8 Auf dem Weg zurück in die Rezeption hörte ich Geschrei und Motorengeräusch und hatte das spontane Bedürfnis loszulaufen und jemanden zu retten. Das Gebrüll stammte von unserem Sepp. Er saß auf dem Rasentraktor und schrie. Man verstand tatsächlich kein einziges Wort, wie Evelin angekündigt hatte. Hinter ihm rannte eine Polizistin von der Spurensicherung her. Wie ich noch vom letzten Fall wusste, war sie früher Friseurin gewesen und gerade bereute sie wahrscheinlich zum wiederholten Male, dass sie zur Polizei gewechselt war. Auch der Kommissar kam herbeigespurten, was ziemlich gut aussah bei so einem feschen Mannsbild und ich sah mit Befriedigung dabei zu, wie die beiden eine Weile rannten und es schließlich aufgaben. Das Gebrühe vom Sepp entfernte sich, er würde auf gar keinen Fall aufgeben. Schließlich war heute Morgen ein Gast abgereist und er hatte den Auftrag, den Platz zu mähen. Jonas Schneider blieb neben mir stehen und atmete nicht einmal schwer. Irgendwelche Probleme? fragte ich vorsichtig. Schon gut, rief der Kommissar der Polizistin zu. Er hat gewaltsam den Rasentraktor entfernt, redete sich die Spurensicherungstante in Rage. Er hat trotz wiederholter Aufforderung, sie schnappte nach Luft, weil sie so außer Atem war, den Rasentraktor vom Tatort entfernt. Tut mir leid, sagte ich, weil ich mich doch irgendwie zuständig fühlte, wobei ich nicht ganz verstand, was der Rasentraktor mit der Mordermittlung zu tun hatte. Man kann sich mit ihm nicht unterhalten, er will nur Rasen mähen, das mit dem Mord versteht er bestimmt gar nicht. Die Friseurin sah mich an, als wäre ich nicht ganz dicht. Und wer ist er? fragte der Kommissar, noch immer hörte man den Sepp in weiter Ferne unverständlich brüllen. Der Sepp Glundner, erklärte Evelin, die den unpässlichen Uwe Kleinschmidt seinem Schicksal überlassen gesagt, ließ es diesmal jedoch bleiben, weil es gerade wohl zu unglaubwürdig klang. Wir sahen alle zu, wie der Sepp vor dem Abspülhäuschen parkte und anfing an der Tür des angebauten Schuppens zu rückeln. Man hörte bis hierher, dass er dabei guturale Laute von sich gab. Ich musste zugeben, dass ich ein klein wenig Angst hatte. Der ist ja nicht ganz dicht, fauchte die Friseurin. Ich kümmere mich darum, sagte der Kommissar, wieder ausgesucht freundlich und ich lächelte ihn an. Es war eigentlich wunderbar, dass er hier war. Vielleicht sollte ich ihm vorschlagen, dass er auch ganz ohne Mord seine Zeit hier verbringen konnte. Er war immer freundlich, beruhigend und allzeit bereit, sich jeglichen Mist anzuhören. So einen Mann musste man erst einmal finden. Der Sepp mäht die Plätze, wenn ein Gast abgereist ist. In dieser Saison hatte er erst gestern zu arbeiten angefangen, weil seine Mutter gestorben ist. Dachte schon, er kommt gar nicht mehr, erklärte Eveline. Etwas beunruhigt sah ich sogar aus dieser Entfernung, dass der Sepp im Gesicht schon ganz rot angelaufen war, voller Zorn, weil der Schuppen nicht zu öffnen war. Was will er denn im Schuppen unten? Da hat er wahrscheinlich irgendwelches Werkzeug drin, mutmaßte Eveline und merkte tadelnd an, weil du auch immer alles absperrst. Elli hat nie irgendwo abgesperrt, das ist komplett unnötig. Bei meiner Nonna war auch nicht alle Nase lang jemand tot auf dem Campingplatz aufgefunden worden. Als Sepp erneut einen grauenvollen gutturalen Laut ausstieß, rannte ich hastig in die Rezeption und schnappte mir den Schlüssel. Lass mich mal, sagte Eveline und nahm mir den Schlüssel ab. Dich kennt er noch nicht, ich stell dich ihm mal vor, wenn er bessere Laune hat. Bessere Laune? Aus sicherer Entfernung hörte ich zu, wie sie flötend auf den Kerl einsprach, bestimmt eine Oktave höher als sonst. Dankenswerterweise veräppte das Gebrüll. Oje, sagte ich und wandte mich dann wieder dem Kommissar zu. Ich hatte Angestellte, die nur herumbrüllten, mit denen man nicht sprechen konnte und die vielleicht sogar gewalttätig wurden, wenn ich sie anredete. Irgendwie sah ich dem Kommissar an, dass es gerade in seinem Gehirn gewaltig ratterte. Vielleicht überlegte er, wie hoch das Frustrationslevel vom Sepp war und ob er in der Lage war, einen Mord zu begehen. Seine Mutter ist eben erst gestorben. Kein Wunder, dass er so durcheinander ist, erklärte Evelin noch einmal, als sie zurückkam. Heute trug sie eine Lycra-Hose in Zebra-Optik und dazu ein cremefarbenes Häkeltop mit einem äußerst gewagten Ausschnitt, der ständig verrutschte. Sie war neunzig, sagte sie, während sie sich ihr Top zurecht zupfte. Er sieht auch wie neunzig aus, wandte ich ein. Er ist fünfundsechzig, erklärte Evelin. Nicht jeder kann sich so gut halten wie ich. Er ist vor allem nicht ganz richtig im Kopf, sagte ich düster. Ja, deswegen hat deine Großmutter ihn ja eingestellt, erklärte mir Evelin, dass du mir nett auf die Idee kommst, ihn rauszuwerfen. Erstaunt sah ich sie an. Sie hat extra jemanden eingestellt, der nicht richtig im Kopf ist? Ja. Weil er nämlich ganz sicher nirgendwo eine Stelle gefunden hätte, die ihm entspricht. Das einzige, was er kann, ist Rasentraktor fahren und Bäume schneiden, sagte Evelin streng. Deswegen darfst du Annett verkaufen. Wegen dem Sepp. Ja. Jeder andere würde ihn rauswerfen. Das kannst du wirklich nicht machen. Ich konnte mir tatsächlich nicht vorstellen, dass der Schwarz den Sepp als Poolboy einstellen würde. Der Kommissar sah zwischen uns hin und her, als würde er ein Tennisspiel beobachten und war bemüht, sich nicht in die Unterhaltung einzumischen. Er tut keiner Fliege etwas zu leide, beteuerte Evelin und lächelte den Kommissar an. Auch sie schien seinen Blick so zu deuten, dass er dem Sepp eine Spurensicherungstante kam schwer schnaufend an uns vorbei und der Kommissar und die Frau gingen zurück Richtung Scheune. Als sie verschwunden waren, fügte Evelin hinzu, du musst nur bisschen darauf achten, dass der Sepp keine Gäste belästigt und gewalttätig wird. Damit drehte sie sich von mir weg und stolzierte zurück in die Rezeption. Gewalttätig, echote ich erneut und folgte ihr auf dem Fuß. Papageis für mich. Du meinst also wirklich, er verfügt über ein gewisses Gewaltpotenzial? Naja, manchmal ärgert er sich halt. Aber wundert dich das? Ständig lassen irgendwelche Schratzen ihr Plastikgrümpel herumliegen und wenn der Sepp drüber fährt, wie bitte? Der fuhr über das Spielzeug meiner Camping Gäste? Ist wieder irgendetwas am Rasenmäher kaputt? Da muss man schon verstehen, dass er sich ärgert und sie unterbrach sich selbst. Und was? Mir schwarnte das Schlimmste. Naja, in der letzten Saison hatte von einem besonders uneinsichtigen Kind sämtliche Plastiktraktoren geschreddert und geschreddert und das Kind dann geschüttelt bis es kolt hat. Oh Gott, nur kurz geschüttelt, beruhigte sie mich, als würde es das besser machen. Die Kinder sind heutzutage ganz leicht zum Weinen zu bringen. Ich sah wohl sehr frustriert aus, denn sie tätschelte meine Schulter und fügte hinzu, mach dir mal keinen Kopf, er ist ein ganzer Netter. Was hat Nonna in so einem Fall gemacht? fragte ich und setzte mich vor meinen Schreibtisch, um die neu angekommenen Post zu sortieren. Evelyn zuckte mit den Schultern. Sie hat die Eltern des Kindes zur Saug gemacht. Auf unseren Sepp hat sie echt nix kommen lassen. Ob ich persönlich dem Sepp solche Rückendeckung zukommen lassen würde, wollte ich jetzt nicht versprechen. Ich stutzte, als ich einen Brief entdeckte, der direkt an mich adressiert war. Waren das etwa Scheidungsunterlagen? dachte ich empört. Das wäre doch wieder typisch, dass mein Nochmal nicht einmal anrufen konnte, um das persönlich zu besprechen. Oder vorbeikommen. Ich wollte ihn zwar auch nicht hier haben, aber per Post. Ich riss empört den Brief auf und erkannte sofort am Briefkopf, dass der Absender nicht mein Mann, sondern Immobilien schwarz war. Ich machte große Augen, als ich sah, was mir der Typ für den Campingplatz bot. Eine halbe Million Euro. Damit wäre ich generalsaniert. Die Schulden wären Ruckizucki bezahlt, ich könnte eine lebenslange Klageorgie mit Klaus und Gruber führen und mir noch einige sonnige Tage auf den Malediven gönnen. Was hieß hier Malediven? Ich würde sofort in den Norden fahren und mir mal wieder so richtig den Wind um die Nase blasen lassen. Als ich wieder aufsah, standen der Kommissar, Froni und Evelyn vor mir. Anscheinend hatte der Kommissar bereits etwas gesagt, aber die Vorstellung, komplett sorgenfrei zu sein, machte meine Ohren klingeln. Allein der Gedanke, keine Morde mehr an der Backe zu haben, keinen Österreicher, der ständig herumnüllte, nicht jeden Tag um sechs Uhr aufstehen und Semmeln besorgen zu müssen. Wie bitte? fragte ich. Ich würde gerne ein paar Leute befragen, wiederholte der Kommissar. Dürfte ich das wieder in dem Raum dort hinten machen? Das letzte Mal hatte ich ihm nämlich den Campingladen zur Verfügung gestellt, aber inzwischen hatte ich dort gewienert und geputzt und hielt es nicht länger für den Ort, wo ich Mörder befragt haben wollte. Vielleicht im Özzzimmer, schlug Evelyn vor. Das kam noch weniger in Frage. Ich finde, Sie sollten das ganze Mörderpark doch bitteschön mit aufs Präsidium nehmen. Die wollen wir hier gar nicht befragt haben, sagte Froni, nicht ahnend, dass auch sie befragt werden würde. Schon gut, sagte ich, Sie können das hier in der Rezeption machen. Da mein PC sowieso nicht richtig funktionierte, jedenfalls nicht hilfreich war bei der Abrechnung, hatte ich für die Rezeption nicht so viel Verwendung. Etwas unwillig machten sich Froni und Evelyn vom Acker. Ist Ihnen irgendjemand aufgefallen, der Streit mit Sarah gehabt hatte, oder von dem Sie denken, er hätte etwas gegen Sie gehabt, fragte mich der Kommissar. Ich runzelte die Stirn. Die letzten Tage waren so turbulent gewesen. Sarah war eine ausgesprochen liebenswerte junge Frau, sagte ich. Ich sah sie vor mir im Badeanzug, wie sie ins Wasser gesprungen war, und dann der junge Mann am Ufer. Der junge Mann, rief ich aufgeregt und fragte mich, wie ich den hatte vergessen können. Genau, an dem Tag, an dem die Jugendgruppe angereist ist, ist auch ein junger Mann gekommen, vielleicht im Alter von Sarah, sie kannten sich, er wollte hier übernachten, hatte aber keine Camping- Ausrüstung dabei. Und wie hieß er? Schon wieder hatte ich keinerlei Ausweis eingesammelt. Wir haben ihn nicht aufgenommen, deswegen habe ich mir auch keinen Ausweis zeigen lassen, rechtfertigte ich mich. Ich konnte mir doch nicht von jedem, der hier vorbeikam, gleich Name und Anschrift notieren. Wer hat ihn denn gesehen? Eveline, ich? Keine Ahnung, er ist ja einfach so über den Campingplatz marschiert, wahrscheinlich alle möglichen Leute, aber wir haben gerade viele Camping- Gäste, da achtet man nicht so auf den Einzelnen. Der Kommissar nickte, wir bräuchten ein Bild von ihm. Trauen sie sich zu, sich mit einem Polizeizeichner zusammenzusetzen? Eigentlich konnte ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber für Sarah wollte ich es versuchen. Und vielleicht erinnerte sich Eveline besser. Ich blieb alleine in der Rezeption zurück, es wollte und wollte mir nicht einfallen, wie der Typ ausgesehen hatte. Als der Kommissar eine kurze Weile später mit Pater Jeremias zurückkehrte, machte ich artig Platz und verzog mich mit meiner Tasse Kaffee in den Campingladen. Dass ich von dort Astrain mithören konnte, musste ich dem Kommissar ja nicht stecken. Kapitel 9 Sarah hat sich in unserer Gemeinde sehr engagiert, hörte ich Pater Jeremias zuvorkommend erzählen. Sie ist außerordentlich gut mit jedermann ausgekommen, sowohl mit den Kindern als auch mit den anderen Betreuern, hatte stets ein offenes Ohr. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer etwas gegen sie gehabt haben könnte. Sind sie sicher, dass es tatsächlich Mord war? Eine andere Erklärung für die Fundsituation sehe ich momentan nicht. Eine Weile herrschte Schweigen drüben in der Rezeption, in der der Pater diese schwerwiegende Information anscheinend erst verdauen musste. Aber der Kommissar hatte Recht. Sarah hatte eine Verletzung am Hinterkopf, die sie sich nicht selbst zugefügt haben konnte. Sie war daran zwar nicht gestorben, dafür aber in einer Wasserpfütze ertrunken, deren Entstehung man sich nicht erklären konnte. Jedenfalls nicht ohne einen Menschen mit einem Eimer. Es war zwar eine seltsame Art und Weise, jemanden zu ermorden, und ich konnte mir mein Gehirn verknotete sich bei dem Versuch zu rekonstruieren, was tatsächlich zu ihrem Tod geführt haben könnte. Sie war ein sehr wertvolles Mitglied unserer Gemeinde, sagte Pater Jeremias mit trauriger Stimme. Ihr war es sehr wichtig, den Jugendlichen spannende Themen rund um die innere Schönheit zu vermitteln und wie man zu einer selbstbewussten verantwortungsvollen Persönlichkeit heranwächst. Sie war seit zwei Jahren bei uns. Sie hatte mit einem Coworker Jahr gestartet in Prag. Schon damals hatte sie sich sehr aktiv an der Gestaltung des Programms beteiligt. Mir war sofort klar, dass sie uns eine große Hilfe sein würde. Vor allen Dingen hat sie sich unglaublich darüber freuen können, wie die Mädchen sich während der Zeit bei uns entwickelt haben. Wie übrigens alle Jugendlichen, die an unseren Seminaren und Workshops teilnehmen. Ja, so hatte sie tatsächlich gewirkt, auch auf mich. Um mich zu beschäftigen, räumte ich noch die letzten Packungen Kekse, die auf dem Tisch lagen, ordentlich gestapelt ins Regal. Sie wollte Gott auf diese Weise etwas zurückgeben, hat sie mir immer gesagt, fügte der Pater hinzu. Ihre Beziehung zu Gott vertiefen, im Glauben und als Mensch wachsen. Während ich das Kühlregal anstarrte, musste ich daran denken, mit welch verklärter Miene Sarah Jeremias angesehen hatte. Er war offensichtlich ein großes Vorbild für sie gewesen, aber ich schätzte ihn so ein, dass das alles an ihm abperlte, dass er die Bewunderung zwar brauchte, aber es ihm egal war, wer ihn anhimmelte, ob das nun Sarah war oder Corinna oder ich. Vielleicht irrte ich mich da auch gerade gewaltig, aber er wirkte einfach eine recht. Plötzlich erschien mir der gestrige Abend in einem ganz neuen Licht. Wieso war Jeremias plötzlich in der Scheune aufgetaucht, wo er doch bei den Jugendlichen im Klohäuschen hätte sein müssen? Und wieso hatte er schon gewusst, dass ein Toter in der Scheune lag, oder welchen Grund sollte er sonst gehabt haben, die Polizei anzurufen? Ich musste dem Kommissar dringend einen Tipp geben. Das Camp wird von drei Betreuern begleitet, fragte der Kommissar nach einer kurzen Pause. Zwei Betreuerinnen und ich bin dabei, um die geistlichen Impulse zu setzen, erklärte Pater Jeremias flötend. Weshalb haben sie denn die Polizei informiert, wollte der Kommissar wissen. Na, endlich kam das mal zur Sprache. Ich war auf der Suche nach Sarah und wollte in ihrem Zelt nachsehen. Als ich über die Straße ging, kam mir dieser alte Mann entgegen. Ach, der Gröning. Und der hat mir erzählt, dass in der Scheune eine tote Frau liege und man die Polizei informieren müsse. Der Gröning wieder. Das hätte er mir auch gleich sagen können, dass Sarah tot ist. Dann war der Pater vermutlich erst durch den Gröning auf das Drama aufmerksam geworden und hatte sich gar nicht vor der Reanimation gedrückt. Ich will niemanden beschuldigen, der Mörder zu sein, wechselte der Pater das Thema und senkte die Stimme. Aber dieser alte Mann, der mir da entgegen gekommen ist, hatte ein Elektrokabel in der Hand. Außerdem hatte ich gestern Mittag den Eindruck, dass er irgendwie Interesse an Sarah hatte. Der Gröning? Empört atmete ich interessiert nur Grünspechte und Wasserhahnenfuß und ich würde dem Kommissar gleich erklären, dass es eine absolute Frechheit war, den Gröning zu verdächtigen. Jetzt direkt in die Befragung zu platzen, war mir dann aber doch etwas unangenehm, deswegen ließ ich das bleiben. Als Raucherin wäre jetzt der Moment gewesen, eine Zigarette anzuzünden. Stattdessen nahm ich mir eine der gerade aufgeräumten Gerade noch war ich fest davon überzeugt gewesen, dass der junge Priester der Mörder war, aber was er erzählte klang logisch. Er hatte Sarah gesucht, weil sie sich nicht mit im Klohäusel untergestellt hatte. Dass er das nicht gleich gemerkt hatte, war auch verständlich. In dem kleinen Klohäuschen hatte mit den 40 Jugendlichen bestimmt ein riesiges Chaos geherrscht, trotz guter Manieren. Dass der Gröning an Sarah Interesse gehabt haben könnte, schied natürlich aus. Wenn sich jemand an sie herangewanzt hatte, dann ja wohl der Kleinschmidt. Aber im Nachhinein betrachtet schien Kleinschmidt eher der joviale Typ zu sein, der mal schnell jemanden berührte. Das war zwar nicht okay, aber deswegen war er ja nicht gleich ein Mörder, oder? Ich versuchte mich zu erinnern, Ich hatte nicht beobachtet, was die Leute während des Unwetters im Einzelnen gemacht hatten, nur kurz hatte ich in den prasselnden Regen geschaut. So wie ich mich erinnern konnte, waren alle direkt zu ihren Wohnwegen geeilt und hatten ihre Markisen sturmklar abgespannt. Auch der Gröning und der Kleinschmidt. Sie hatten ja alle zusammen gesungen. Und dann? Das wusste ich nicht. schließlich war ich beim ersten Regenschauer ins Haus geflüchtet. Ich hatte mir gedacht, dass es alle anderen auch so gemacht hatten, alle Luken geschlossen. Und verflucht, wenn man nicht vorher noch auf der Toilette gewesen war. Eine Weile dachte ich noch darüber nach, wie seltsam es war, dass jemand in dieser hektischen Stimmung noch losgezogen sein sollte, um ein Mädchen zu ermorden. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Viel wahrscheinlicher war es doch, dass irgendein wahnsinniger Mörder schon die ganze Zeit in der Scheune gesessen und die Gunst der Stunde genutzt hatte. Um nicht allzu neugierig zu wirken, ging ich nicht durch die Rezeption am Kommissar und an Pater Jeremias vorbei nach draußen, sondern durch die Hintertür des Campingladens auf die kleine Terrasse. Im Hochsommer war es hier schön schattig und kühl, man saß gemütlich unter dem Blätterdach einer riesigen Birke. Meine Nonna pflegte hier im Sommer ihren Nachmittags Kaffee zu trinken. Normalerweise standen da mit einer Plastikplane bedeckt die Gartenstühle und der Tisch in einem geschützten Eck an der Hauswand. Etwas erstaunt blieb ich stehen, denn die ganze Gartengarnitur war verschoben worden und die Plane lag in der Ecke, wo normalerweise die Stühle standen. Als ich sie aufhob, sah ich, dass darunter die Sitzauflagen lagen, gerade so, als hätte sich da jemand eine Schlafstadt gebaut. Hier hatte jemand übernachtet, vielleicht sogar der Mörder von Sarah. Ich steckte mir den gesamten Keks in den Mund und ging zurück, um dem Kommissar Meldung zu erstatten. Ich hatte mir schließlich fest vorgenommen, ihm zu helfen, ohne zu schnüffeln. Die Befragung von Pater Jeremias war offensichtlich vorbei, die Rezeption war leer und der Herr Kommissar weit und breit nicht zu sehen. Als ich gerade Richtung See schlappen wollte, drehte ich mich noch einmal um und bemerkte, dass der Kommissar gerade zur Straße ging, offensichtlich Richtung Sommercamp unterwegs. Eilig lief ich mit klatschenden Flipflops hinter ihm her. Milo schlurfte hinter mir drein. Bis ich ihn einholte, hatte er schon das Zelt von Sarah erreicht. Dort waren die Spurensicherungstanten versammelt. Direkt daneben standen Pater Jeremias und Corinna, letztere mit roten Flecken im Gesicht. Zuerst konnte ich nicht erkennen, was sie gerade betrachteten, aber als ich näher kam, sah ich eine Plane, auf der ein Rucksack lag und alle es sich hauptsächlich um Kleidung handelte. Dazu noch ein winziger Kulturbeutel mit Duschsachen und ein Handtuch. Kein Buch, keine Geldbörse. Milo steckte seinen Kopf nach vorne und schnupperte an dem Rucksack. Schnell packte ich ihn am Halsband und zog ihn zurück. Ein Handy haben wir bislang nicht gefunden, sagte die von der Spurensicherung, die früher Friseurin gewesen war. Korinna fragte Pater Jeremias mit freundlicher Stimme, aber ich meinte eine gewisse Kälte in seinen Augen zu erkennen. Kannst du dir vorstellen, wozu dieser Kopfhörer gehört? Ich persönlich hatte auch so einen, man konnte ihn ins Handy einstecken und dann telefonieren, ohne das Handy in der Hand zu haben. Wahlweise Musik hören. Korinnas Gesicht wurde noch fleckiger. Vielleicht hatte sie einen MP3-Player dabei, sagte sie schüchtern. Was ist ein MP3-Player? wollte Jeremias wissen. Gott im Himmel, lebte der Typ auf dem Mond. Das ist ein Gerät zum Musik hören. Ich dachte, heute hört jeder seine Musik vom Telefon, wandte ich ein. Der Kommissar drehte sich zu mir um und sah mich stirnrunzelnd an. Entschuldigung, murmelte ich und sagte dann lauter, ich müsste ihnen dann auch was zeigen. Seite an und Smilo. Normalerweise hat doch jeder Jugendliche ein Handy mit, dem er Musik hört, wiederholte ich. Pater Jeremias hat gesagt, dass er sich das gar nicht vorstellen kann, bei Sarah. Schließlich seien Handys im Camp verboten und Sarah würde immer mit großem Vorbild Ja, ja, unterbrach ich ihn. Ich wette, wenn man alle Rucksäcke durchsuchen würde, dann würde man schon noch andere Handys finden. Ich persönlich würde Corinna so aus, als hätte sie Angst vor ihm. Vielleicht hatte Evelyn ja doch recht mit ihrer Satanisten Theorie. Ja, die Befragung mit ihr steht noch aus, sagte der Kommissar. Vielleicht war es ja doch kein Mord, seufzte ich. Das ist praktisch ausgeschlossen, erklärte er mir. Wir wissen inzwischen, dass sie reines Leitungswasser in der Lunge hat. Ich blieb sprachlos stehen. Was heißt das? Sie hat nicht, Wasser verschluckt es in der Pfütze war, erklärte er und hielt mir die Tür zur Rezeption auf, sondern Leitungswasser. Das konnte ja wohl nur bedeuten, dass jemand Wasser in einen Eimer gefüllt und Sarahs Kopf hineingehalten hatte, als sie bewusst los gewesen war. Mich überlief ein Schauder. Hier entlang, sagte ich, und ging vor dem Kommissar durch die Rezeption und den Campingladen. Dort war Evelyn wieder zu Gange und mixte Beeren zu einer Creme. Sie hatte ein durchsichtiges Top an, durch das man ihren schwarzen Spitzen-BH sehen konnte. Hier, sagte ich, und zeigte dem Kommissar die Terrasse. Gestern war das noch nicht so. Keine Ahnung, musste ich gestehen, ich war die letzten Tage nicht auf der Terrasse. Inzwischen hatte es sich nämlich bei mir etabliert, dass ich zum Kaffeetrinken vor der Rezeption auf dem Bänkchen saß und die Kaffeetasse neben mich auf den Holzblock stellte. Das war ganz schön, man konnte über den See am Hirschgrund blicken und hin und wieder kamen Camper vorbei und boten einem Kuchen an, besonders Froni Hetzenegger, die immer etwas abzugeben hatte. Sieht tatsächlich so aus, als hätte hier jemand geschlafen. Hat sich mit der Plane zugedeckt, sagte ich. Und sich auf die Sitzauflagen gelegt. Vielleicht ein Landstreicher, vielleicht sogar dieser unbekannte junge Mann oder auch unser Mörder. Der Kommissar ließ die Spurensicherungstanten wieder ihr Werk verrichten, was die Friseurin offensichtlich mit größtem Widerwillen Tat. Eigentlich eine tolle Sache, wenn man mal seine Terrasse so richtig entrümpelt haben wollte. Ich konnte im Vorbeigehen sehen, was so alles auftauchte. Ein alter Aschenbecher aus Remini, Bonbonpapierchen wahrscheinlich aus dem Jahre 1985 und sogar eine alte Socke. Mit letzterer hatte meine Nonna immer die Ritzen der Stühle gereinigt, soweit ich als hätte ich in den letzten Wochen Zeit für einen Großputz gehabt. Das musste sie ja wohl am besten wissen, immerhin war sie bereits beim ersten Mord vor Ort gewesen, um die Spuren zu sichern. Um mich aufzuheitern, stellte ich mir vor, wie die schmutzige Socke meiner Großmutter auf DNA-Spuren untersucht wurde. Richtig aufmuntern konnte mich das nicht. Die Vorstellung, dass sich Mörder auf meiner klingelte mein Smartphone. Alex wollte wissen, ob wir heute unser Dates nachholen konnten. Ich habe gerade so viel um die Ohren, sagte ich ausweichend. Sein Intermezzo mit Schwarz hatte ich nämlich nicht vergessen. Vielleicht hätte ich ihn jetzt darauf ansprechen sollen, aber so per Telefon hatte ich keine Lust auf eine anstrengende Diskussion, dass ich immer so ein Pech mit Männern haben musste. Ach komm schon, du wirst doch nicht den Mann versetzen, der dich schon immer geliebt hat, hörte ich ihn sagen. Du hast früher mit dem Zirkel Löcher in Wasserflaschen gestochen und mich damit bespritzt, erinnerte ich ihn. Das war schon damals ein Zeichen dafür, wie sehr ich dich verehre. Herr im Himmel, Männer. Kapitel 10 Der nächste Tag begann wieder mit einer Beschwerde des Österreichers. Inzwischen war er dazu übergegangen, mir nur noch kommentarlos Fotos hinzulegen. Offensichtlich machte er sich die Mühe, die Fotos beim nächsten Drogeriemarkt ausdrucken zu lassen, denn dass er einen mobilen Drucker mit dabei hatte, so weit wollte ich in meiner Fantasie nicht gehen. Vielleicht sollte ich ein Fotoalbum machen, sagte ich zu Eveline, die sich gerade mit ihrer Frisur beschäftigte. Es gibt magnetische Wandfarbe, dann könntest du das alles mit Magnetsticks an die Wand pinnen, erwiderte sie ernst und beugte sich dann über das neuste Bild. Es war der Steg in den See, ein Brett war locker. Ein Wunder, dass überhaupt noch ein Gast auf diesem Campingplatz lebt, bei all den Missständen hier, erklärte Eveline ironisch. Ihr würdet ihn einfach rauswerfen, diesen Gesellschaft wandte ich ein, obwohl mich der Typ ganz schön nervte. Das haben Würmer auch, trotzdem will ich sie nicht haben. Ich grinste und betrachtete das Bild genauer. Wahrscheinlich musste man nur das eine Ende wieder festnageln, dann war alles okay. Ich würde es mir auf jeden Fall ansehen. Dich mit Kunz hat größere Brüste bekommen, stellte Eveline fest, die sich das gesamte Bild genauer für kiesfarbenen Badeanzug stehen. Sieh dir das an. Das macht doch nur der Ausschnitt, wandte ich ein. Unsinn, wahrscheinlich nimmt sie Hormone. Von der Pille kriegt man doch größere Brüste. Eveline schüttelte den Kopf. Die braucht doch keine Pille mehr. Außerdem bezweifle ich, dass die noch Sex haben. Der Schmidt Kunz kann bestimmt nimmer. Jetzt war es an mir, den Kopf zu schütteln. Immerhin hatte ich vor drei Wochen einen Zettel bei den Schmidt Kunzens entdeckt, wo es um Sexstellungen nach Bandscheiben OPs ging. Ich war jedenfalls noch nie mit ihm im Bett, erklärte sie mir. Ich auch nicht, seufzte ich. Aber deswegen können sie ja trotzdem Sex miteinander haben, oder? Nun ja, du hast ja sowieso keinen Sex, sagte Eveline und ihre Stimme klang besorgt. Ich sagte nur eins, irgendwann ist es alles so verschrumpelt da unten, dass gar nichts mehr geht. Da kann man nicht mal mehr aufs Klo. Ich versuchte, diesen Schwachsinn weiträumig zu umschiffen. Eigentlich eine Unverschämtheit, mir Bilder zu geben, auf denen andere Personen abgebildet sind. Stimmt, vielleicht will ich mit Kunst gar nicht, dass wir ihre Brüste sehen, grübelte Eveline. Unsinn, sagte ich, ich sehe sie doch jeden Tag im Badeanzug. Danach klingelte das Telefon und Eveline und ich wurden gebeten, nach Regensburg zu fahren, um mit dem Polizeizeichner ein Phantombild zu erstellen. Auf Evelines Anraten hin machten wir uns einen schönen Tag in Regensburg. Das mit dem Zeichner entpuppte sich als ein einziges Fiasko, weil sich keine von uns mehr erinnern konnte, wie der Typ ausgesehen hatte. Ich war mir jedenfalls ziemlich sicher, dass das, was am Schluss als Bild entstand, mit dem realen jungen Mann überhaupt nichts mehr zu tun zu hören. Ich sag's dir, da stimmt was nett bei diesen Kindern, sagte Eveline, während ich die Haustür aufsperrte. Ich konnte auch nicht verstehen, dass man nicht irgendwo Taschenlampen herumgeistern sah oder wenigstens leises Gekicher in den Zelten hörte. Die beten halt den ganzen Tag. Wahrscheinlich hat sie der Exorzist unter Drogen gesetzt, sagte Eveline. Ich habe sie heute beim Baden gesehen und außerdem haben sie eine Wanderung um den See gemacht, widersprach ich. So ganz anormal waren sie jetzt nicht und sie sahen auch nicht aus, als ständen sie unter Drogen. Welcher Jugendliche geht freiwillig spazieren, ohne sich aufzuregen, wandte Eveline zu Recht ein. Dann tätschelte sie mir die Schulter und sagte, sie müsse noch mal nach dem Bärchen sehen, dem gehe es noch immer nicht gut. Ich wollte lieber nicht wissen, wie genau ihre Pflege aussah. Ich an deiner Stelle würde mich mal um diesen Kommissar kümmern, sagte Eveline. Der sieht auch aus, als würde es ihm nicht so gut gehen. Vielleicht ist er ja über mich inzwischen hinweg und kann sich auf etwas Neues einlassen. Schlaf gut, umschiffte ich auch diese Klippe und ging ins Haus. Der nächste Vormittag verging wie im Flug. Ich verkaufte so viel Eis, dass ich bald wieder Neues kaufen musste. Der Österreicher kam wieder vorbei, um sich über den Steg zu beschweren, der noch immer eine globale Gefährdung darstellte. Als endlich alle Eisbedürfnisse gedeckt waren, schlenderte ich mit meinem Hammer und meinen Nägeln hinunter zum See. Milo ging wie immer zwei Schritte hinter mir und sah aus, als würde er den Tag nicht überleben. Am Steg angelangt, brach er direkt hinter mir zusammen. Man erkannte nur an den hellen Augenbrauen im dunklen Fell, dass er seine Augen bewegte und mich keine Sekunde aus den Augen ließ. Tatsächlich war ein Brettlose. Froh darüber, dass mich außer Milo keiner beobachtete, er sah danach nicht einmal mehr wie ein Nagel aus. Ich setzte mich auf die Fersen und verfluchte meine zwei linken Hände. Da hörte ich Schritte hinter mir und als ich mich umdrehte, stand Corinna vor mir, die zweite Betreuerin des Jugendcamps. Hallo, sagte ich und drehte mich wieder dezent zu den krummen Nägeln, weil Corinna rot geweinte Augen hatte. Sie sah mir dabei zu, wie ich versuchte, die Nägel aus dem Holz zu bekommen. Ich verstehe das einfach nicht. Es kommt mir vor, als würde ich in einem Albtraum leben und einfach nicht mehr aufwachen, sagte sie schließlich. Tut mir leid, murmelte ich und hebelte mit dem Hammer an einem der Nägel herum. Nach einer Weile des Schweigens fragte ich, müsst ihr noch immer hier bleiben? Der Nagel war inzwischen ein modernes Kunstwerk und steckte immer noch im Holz. Glaubt der Kommissar, dass Sarah ermordet worden ist? fragte sie nach einer kleinen Pause. Versucht gerade diesen jungen Mann zu finden, der am Tag eurer Ankunft Sarah gesucht hatte, wich ich sie an. Sie hatte sich neben Milo gekniet und streichelte seinen Rücken. Nein, welcher junge Mann? Hat Sarah nicht von dem jungen Mann erzählt? Nein, wir waren ja hauptsächlich mit den Kindern beschäftigt und in der Nacht im Zelt war ich ja alleine. Sie schluchzte auf und umarmte Milo. Ich sollte ihn als Therapiehund vermieten. Ich war stolz darauf, dass er sich das Fell vollheulen ließ, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich dagegen wusste nicht, was ich jetzt sagen sollte. Wenn ich nur wüsste, weshalb sie allein in die Scheune gegangen ist, brachte sie schließlich schniefend hervor. Dann weißt du also auch nicht, was Sarah in der Scheune wollte, fragte ich nach, den Blick wieder fest auf den krummen Nagel gerichtet. Ich bin mir Jeremias, wir dürfen doch keine Handys dabei haben. Und dass ausgerechnet die heilige Sarah eins mitgenommen hat, die Polizei hat bislang kein Handy gefunden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ist ihr am ersten Tag aus der Deckelklappe vom Rucksack gerutscht. Was für ein Handy war es denn? Kein besonders neues, vielleicht ein Galaxy S3, sagte sie. Ich bin mir ganz sicher, dass sie es niemals einfach so verwendet hätte. Das muss ein Notfall gewesen sein. Was für ein Notfall denn? fragte ich und platzierte den Nagel, um einen erneuten Versuch zu wagen. Das weiß ich doch nicht, schniffte sie. Habt ihr euch nie über persönliche Dinge unterhalten? wollte ich wissen. Sarah war ja schon länger dabei als ich, wir kannten uns nicht. Sie hatte darauf gehofft, dass ihre beste Freundin mitfahren würde, aber Pater Jeremias war dagegen. Jeder Mensch ist eine Offenbarung, hat er gesagt. Wir sollten uns nicht auf bestimmte Personen konzentrieren, die liebe Gottes wirke in jedem Menschen oder so. Sie zog schon wieder die Nase hoch und sprach nicht weiter. Hm, machte ich, als würde ich das auch denken, dann schlug ich so stark auf den nächsten Nagel, dass der sich auch verbog. Mist. Ich habe den Verdacht, ja, fragte ich aufmunternd, da sie offenbar nicht wusste, ob sie mich einweihen sollte oder nicht. Es gibt hier diesen einen Mann, wisperte sie, der hat sie am Arm gepackt. Ich weiß nicht, was er zu ihr gesagt hat, aber ich glaube, als ich aufsah, bemerkte ich, dass sie rot lange nicht mehr gehört. Da hat sie nur losgelassen, weil ich gerade gekommen bin und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht später ... Wer war das? fragte ich, obwohl ich die Antwort eigentlich schon kannte. Dieser Kerl, der gesungen hat. Der Kleinschmidt sah ich mich bestätigt. Keine Ahnung, aber er hat sie am Arm gepackt und Sarah hat ihn angefaucht. Sie unterbrach sich schon wieder, da sich Schritte näherten. Milo sprang auf und begrüßte wedelnd den Kommissar. Hallo, murmelte Corinna nur. Sie drehte sich um, als hätte sie überhaupt nicht mit mir gesprochen und ging eilig an den Kommissar vorbei Richtung Campingplatz. Sie hatte anscheinend keine Lust, sich mit ihm über die Angelegenheit zu unterhalten. Hatte sie Sprechverbot bekommen? Das konnte ich mir zwar nicht vorstellen, aber es sah ganz so aus, als würde sie vor dem Kommissar reißaus nehmen. Seufzend wandte ich mich wieder meinem Nagel zu, schlug einmal heftig darauf und verbog ihn endgültig so, dass er zu nichts mehr zu gebrauchen war. Ich musste mich dringend noch einmal mit Corinna über die Sache unterhalten. Wenn sie mit dem Kommissar nicht sprechen wollte, würde wenigstens ich helfen, fragte ich. Kann ich ihnen helfen, fragte er zurück und nahm mir den Hammer aus der Hand. Ja, sie könnten diesen Stick reparieren, schlug ich im Scherz vor und reichte ihm einen Nagel. Während ich ihm bei der Arbeit zusah, dachte ich ein klein wenig über Uwe Kleinschmidt nach. Auch ich hatte ja gesehen, dass er Sarah am Strand den Arm um die Schulter Schmidt war ganz schnell auf Evelyn umgeschwenkt. Das musste allerdings nichts heißen. Er hätte im Anschluss ohne weiteres Sarah ermorden können. Der Kommissar hatte das Brett ruckizucki wieder angenagelt und die verbogenen Nägel entfernt. Es war eine Wonne ihm dabei zuzusehen. Danach saßen wir noch einträchtig nebeneinander auf dem Steg und ließen die Beine baumeln. Ich bin mir sicher, dass Sarah ihr Handy laden wollte, verriet ich ihm das, was Corinna gesagt hatte, ohne sie reinzureiten. Mir will einfach kein anderer Grund einfallen, weshalb man als junge Frau mit einem Kabel in einer Scheune abhängen wollen würde. Oder jemand anderer hatte vor, sein Handy zu laden, sagte er nachdenklich. Und sie hat ihn oder sie dabei erwischt. Okay, vielleicht war er tatsächlich der bessere Ermittler. Das würde zumindest auch gut erklären, wieso in der Scheune kein Handy herumlag. Und hat es ihm oder ihr verboten, fügte ich hinzu, während ich mit meinen nackten Zehen versuchte, ins Wasser einzutauchen. Der andere wollte aber ganz unbedingt telefonieren und hat sie deswegen niedergeschlagen. Ich schaffte es, mit den Zehenspitzen die Wasseroberfläche zu berühren und planschte ein wenig. Die stille Wasseroberfläche wurde von konzentrischen Ringen überzogen. Möglicherweise. Dann muss jemand von den Jugendlichen der Mörder sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sarah Corinna oder Pater Jeremias das Telefonieren verboten hätte. Der Kommissar schwieg. So richtig konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass einer der Jugendlichen Sarah niedergeschlagen und dann einen Eimer Wasser organisiert hatte, um sie zu ertränken. Schließlich waren sie alle so brav und diszipliniert, zogen sich niemals an den Haaren und nahmen jede Herausforderung an. Aber vielleicht wollte sie unbedingt telefonieren, weil sie etwas ganz Dringendes mitteilen wollte. Etwas, das keiner wissen sollte und der Mörder wollte das verhindern und hat dann das Handy mitgenommen und vernichtet. Ich schwieg, beeindruckt von meinen eigenen Gedankengängen. Oder haben bei ihrem Gepäck war es definitiv nicht, verriet er mir und ich lächelte ihn an, weil ich es wirklich nett fand, dass er mir seine Ermittlungsergebnisse anvertraute. Also hat der Mörder es vernichtet. Oder sie hatte tatsächlich kein Handy dabei, wandte er ein. Corinna hat mir eben erzählt, dass Sarah in der Tat ein Handy dabei hatte, verriet ich jetzt doch. Ach, er runzelte die Stirn. Vor mir hat sie das abgestritten. Ich zog eine Augenbraue nach oben. Da es strengstens verboten war, ein Handy zu benutzen, wollte sie das wahrscheinlich nicht so direkt sagen. Und wieso hätte Sarah so unbedingt telefonieren wollen? fragte er interessiert nach. Ich zuckte mit den Schultern. Corinna hält Uwe Kleinschmidt für sehr verdächtig gab ich schließlich noch preis. Er hat ihr am ersten Tag den Arm um die Schulter gelegt. Ich erzählte die gesamte Episode, aber als ich mir selbst beim Reden zuhörte, bemerkte ich, wie nebensächlich das alles klang. Der Kommissar schwieg und wir blieben noch eine ganze Weile nebeneinander am Steg sitzen. Das fühlte sich richtig gut an. Schade, dass der Kommissar immer nur da war, wenn etwas Schreckliches passiert war. Kapitel 11 Zum Mittagessen hatte uns Evelin eine ihrer neuesten Kreationen von Sandwich im Glas gemacht, was ziemlich lecker aussah und auch genauso gut schmeckte. Mit meinen Gedanken war ich jedoch noch immer beim Handy von Sarah. Natürlich war Jeremias fest davon überzeugt, dass seine heilige Sarah sich an alle seine Regeln gehalten hatte. Aber ich zweifelte keine Sekunde an Corinnas Aussage. Wenn sie ein Handy gesehen hatte, dann hatte sie es gesehen. Ich nahm ihr ein leeres Blatt Papier und schrieb Handy, Smartphone, Samsung S3 verloren, bitte dringend abgeben, Finderlohn. Wir müssen uns gesund ernähren, erklärte Evelin mit fester Stimme, während ich Hüttenkäse, Pumpernickel, Tomatenei und Gurkenstückchen ziemlich und prosaisch einfach verrührte. Unser Immunsystem wird von dieser laufenden Morderei so in Mitleidenschaft gezogen, dass wir gut auf unsere Vitaminversorgung achten müssen. Ich dachte, du isst nur noch zweimal am Tag, sagte ich, weil ich mich noch gut daran erinnern konnte, dass sie vor einer Stunde eine Quarktasche und einen Kaffee konsumiert hatte. Die Quarktasche war mein Proteinschub, sagte sie. Und das jetzt? Ist meine Mahlzeit, antwortete sie pikiert. Die drei jungen Mütter, die gerade hereinkamen, waren sehr angetan von der neuesten Kreation, denn sie bestellten für den nächsten Tag gleich auch Sandwich im Glas. Wieso sie noch nicht längst abgereist waren mit ihrem Nachwuchs, wo es doch einen Todesfall gegeben hatte, wusste ich auch nicht. Anscheinend gingen alle davon aus, dass es sich um einen bedauerlichen Unfall handelte und bei den Ermittlungen um reine Routine. Ich nahm meinen neuesten Zettel und hängte ihn an die Tür der Rezeption. Als ich zurückkam, stellte Evelyn zufrieden fest, das mit diesen Gläsern ist die totale Marktlücke. Mit dem Leergut in der Hand wollte sie gerade nach oben in die Wohnung gehen, da blieb sie abrupt stehen und blickte aus dem Fenster. Der Pater, mummelte sie, stellte die schmutzigen Gläser neben mir ab und trat eilig vor die Tür. Was? fragte ich, aber sie antwortete nicht mehr. Ich wandte mich den Unterlagen von Klaus und Gruber zu, um ihnen so richtig drohen zu können wegen der Klohäuschengeschichte, die sie meiner Nonne angedreht hatten, sollte ich vielleicht erst einmal einen Rechtsanwalt kontaktieren. Wahlweise hätte ich ja auch die halbe Million vom Schwarz annehmen können, aber irgendwie war es mir lieber, die Klaus und Grubers gaben mir einfach mein Geld zurück. Ah, Pater Jeremias, hörte ich Evelin draußen sagen, schön sie zu sehen. Ich hätte nämlich ein paar Fragen. Nur zu, sagte Pater Jeremias zuvorkommend und ich lauschte neugierig. Zum Exorzismus, konkretisierte Evelin, wie das denn ist. Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken. Leider hatte ich keine Möglichkeit, Evelin aufzuhalten, außer ich bekam jetzt sofort einen lautstarken Schreianfall. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, worauf sie hinaus wollen, hakte Jeremias vorsichtig nach. Nun ja, ich frage mich manchmal, ob es so etwas gibt wie Sie senkte die Stimme. Besessenheit. Die Lehre der katholischen Kirche basiert auf der Bibel, antwortete Pater Jeremias freundlich, aber für meine Begriffe etwas ausweichend. Gott hat alles geschaffen, die Engel und die Dämonen. Ach, es gibt also tatsächlich Dämonen, erkundigte sich Evelin atemlos. Nun ja, Dämonen und Teufel sind gefallene Engel. Und Sie erkennen Dämonen? fragte Evelin mit ehrfüchtiger Stimme. Das Böse will sich oft nicht offenbaren, seinen Namen nicht nennen, erklärte Jeremias weiter. Ich stand auf und trat ans Fenster. Sah nicht so aus, als wäre ihm das Thema unangenehm. Ich hab gelesen, dass man manche Dämonen am Geruch erkennen kann, sagte Evelin, die sich offensichtlich schon richtig weitergebildet hatte. Pater hat bestimmt schon Sessions durchgeführt und bei Sarah ist es eben schief gegangen. Ich seufzte schwer. Danach war es eine Weile schön ruhig in der Rezeption. Ich genoss den Frieden, verfluchte den unbekannten Mörder und machte eine Liste, was als nächstes zu tun war. Voll in Fahrt erstellte ich in Gedanken eine weitere Liste mit mordverdächtigen Personen. Ganz oben stand der unbekannte junge Mann und natürlich auch ein klein wenig der Sepp. Um den Sepp tat es mir irgendwie leid. Dann fiel mir noch der Uwe Kleinschmidt ein, der ja auch ein bisschen verdächtig war, aber ich verwarf ihn wieder. Weil ich auf meine To-Do-Liste, auf der Dinge standen wie Rechtsanwalt wegen Klaus und Gruber anrufen, gerade keine Lust hatte, schlüpfte ich in meinen Bikini und ging über den Platz. Das Wohnmobil von Uwe stand verlassen da. Nicht auszuschließen, dass hier das Handy von Sarah lag und nie gefunden wurde, dachte ich mir jetzt doch. Der Sepp würde nämlich niemals ein Smartphone klauen, der kam mit solcher Technik doch überhaupt nicht zurecht. Reiß dich zusammen, dachte ich mir streng, auch der Kleinschmidt würde niemals ein Handy klauen. Mit beschwingten Schritten ging ich weiter zum See. Nie wieder wollte ich im Alleingang ermitteln, erinnerte ich mich mit Schrecken daran, wie es das letzte Mal ausgegangen war. Am Strand saßen Froni und die Schmitt Kunz und ratschten. Der Schmitt Kunz war zu einem Spaziergang aufgebrochen und der Hetzenäger, Mann der Froni, zum Meierbeck gefahren. Am Mittwoch hat der Meierbeck immer diese saftigen Gulatschen, sagte die Froni zufrieden, die kann man sich nicht entgehen lassen. Heute ist nicht Mittwoch, bandte die Schmitt Kunz ein. Froni kicherte. Man vergisst im Urlaub doch immer wieder, was für ein Wochentag ist. Ein gutes Zeichen. Auch ich hatte Schwierigkeiten, mir zu merken, welcher Tag es war. Irgendwie spielten Wochentage in meinem Leben keine Rolle mehr. Was sind denn Kolatschen, fragte ich jetzt doch neugierig nach. Hefeteig, antworteten beide andächtig, mit Mohn, Quack und Marmelade. Das klang wirklich gut, die würde ich auch ausprobieren, beschloss ich und wartete ins Wasser. Als ich auf die andere Seite schwamm, sah ich, dass Uwe Kleinschmidt dort gerade einen Spaziergang machte. Über die kleine Holzbrücke marschierten die Kinder vom Camp im strammen Tempo. Vorne weg Corinna am Schloss Pater Jeremias. Ich legte mich auf den Rücken und trieb ein wenig im Wasser, beobachtete die Wolken, die weiß und flockig über den blauen Himmel zogen. Als ich zurück ans Ufer kam, war der Strand menschenleer und auch der Campingplatz wie ausgestorben. Vielleicht waren gerade alle zum Essen gefahren oder zum Einkaufen. Mir sollte es recht sein. Als ich wieder an Uwe Kleinschmidts Wohnmobil Emma vorbeikam, stockten meine Schritte. Der Kleinschmidt hatte sich seit dem Todesfall ziemlich eigenartig verhalten. Während er am ersten Tag nur so gesprüht hatte vor Sangeslust, war er, seit Sarah umgekommen war, nur noch ein Schatten seiner selbst. Wieso fiel mir das erst jetzt so deutlich auf? Das kleine Küchenfenster war offen und ich war mir sicher, dass ich dort einsteigen konnte. Der Kommissar konnte bestimmt nicht grundlos das Wohnmobil nach Handys absuchen. Ich dagegen konnte das Wohnmobil kontrollieren, weil ich Gas gerochen hatte. Vielleicht war Gefahr in Verzug. Ich drehte mich in alle Richtungen, aber weit und breit war niemand zu sehen. Leise nahm ich aus konnte ich erkennen, was der Kleinschmidt in seiner Küche stehen hatte. Eine Flasche Shampoos, ein Holzbrettchen, auf dem noch Brotbrösel lagen, sowie der Rand von einem Speckstreifen, einen Plastikbecher. Vorsichtig schob ich meinen Oberkörper durch das Fenster. Das Wohnmobil war nicht sonderlich aufgeräumt. Hier auf die Schnelle das Handy von Sarah zu finden, würde schwierig werden. Als ich Koje von Uwe Kleinschmidt befand, dort lag splitterfasernackt Uwe Kleinschmidt auf der ebenfalls splitterfasernackten Evelin Kaminski und bewegte sich auf und ab. Den Bruchteil einer Sekunde beobachtete ich seinen nackten Hintern, dann schweifte mein Blick zu Evelin, die mich mit zusammengekniffenen Augen anstarrte. Oh Gott, oh Gott, war er nicht gerade eben noch drüben im Wald gewesen und hatte einen Spaziergang gemacht? Hatte ich nicht gerade angenommen, dass es ihm furchtbar schlecht ging? So schlecht anscheinend doch nicht. Als das Wohnmobil rhythmisch zu schwanken begann, schlängelte ich mich lautlos wieder zurück ins Freie. Mist, 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 ich konnte mir nicht vorstellen, dass Evelin mich nicht erkannt hatte. Kapitel 12 Evelin war ziemlich lange sauer. Sie tauchte am Abend nicht mehr auf und auch am nächsten Morgen durfte ich selbst die Semmeln holen. Nachdem ich brav die Semmelchen und die Joghurts im Glas verkauft hatte, recherchierte ich eine Weile nach einer Software für die Verwaltung von Campingplätzen, kam aber nicht sehr weit. Danach wählte ich im Fünf-Minuten-Takt die Nummer von Klaus und Gruber, aber entweder waren sie verstorben oder sie ignorierten mich. Empört rief ich nun doch meinen Rechtsanwalt an, aber die Sekretärin teilte mir mit, dass er leider in einer Besprechung und auch den restlichen Tag nur schwer zu erreichen sei. Entnervt knallte ich den Hörer auf. Es war doch immer dasselbe mit Rechtsanwälten. Beim kurzen Der Hund muss raus Spaziergang versuchte mich mein noch Ehemann dreimal zu erreichen und ich drückte das Gespräch in Klaus und Gruber Manier einfach weg. Darauf hatte ich jetzt wirklich keine Lust. Als ich gerade ins Dorf aufbrechen wollte, um Klaus und Gruber persönlich die Meinung zu geigen, kam Fanny wutschnaubend in die Rezeption gestürmt. Sie hatte ihren geblümten Putzkittel an und auch die eine Strähne in ihrem straffen weißen Dutt hatte sich wieder gelöst. Ich putze jetzt schon seit sechzig Legion, kreischte sie mich an. So was ist mir in all der Zeit nicht passiert. Ich nickte erschrocken. Und das lass ich mir nicht quallen. In der Hand hielt sie ein Foto, das sie mit einem hörbaren Klatschen auf den Tresen schlug. Aha, der Österreicher hatte wieder zugeschlagen. Ich nahm das Foto in die Hand und ließ es in den Abfall segeln. Das wissen wir doch alle. Der Typ hat einfach einen Schuss. Nehmen sie einfach nicht ernst, was er sagt. Ich schlüpfte in meine Sandalen. Hauptsache wir alle wissen, was wir an dir haben, schleimte ich noch eine Runde. Ich könnte nicht zufriedener sein. Jetzt eine neue Putzfrau suchen müssen, würde mich in eine schwere Depression treiben. Ich möchte, dass du dir das anziehst, ist geputzt und zwar weh. Ich fischte gehorsam das Foto wieder aus dem Abfall und legte es neben die Computertastatur. Ich hatte jetzt andere Sorgen als einen Putzfehler von Fanny. Da diese jedoch schon hochrot im Gesicht war, senkte ich gehorsam meinen Blick. Der Österreicher hatte allen Ernstes ein Waschbecken fotografiert, in dem man noch Zahnpasterreste und Haare kleben sah. Ich steh doch nicht neben jedem, der sich die Zähne putzt und macht den Speiberer weg. Seine Buben, die sollten sich was schämen. Die wissen nix von einer Klobörste, das fotografiere ich ihm mal. Wer bin ich denn? Den Scheißhaufen von den kleinen Schratzen wegmachen? Dann soll er mit ihnen aufs Klo gehen und direkt vor Ort für Ordnung sorgen. Sie in Flagranti dabei erwischte, wie sie die Kloschüssel dreckig hinterließen, war natürlich verlockend. Bevor ich nachsehen konnte, wann der Österreicher endlich abreisen und Frieden auf dem Campingplatz einkehren würde, fiel mein Blick noch einmal auf das Bild. Mein Mund verzog sich unwillkürlich zu einem Grinsen. Das musste ich unbedingt meiner Freundin schreiben, die würde sich darüber köstlich amüsieren. Bestimmt würde sie sagen, dass einem das auch nur in Bayern passieren konnte, was natürlich Unsinn war. Dann wurde mir schlagartig eiskalt, denn auf dem Foto war auch Sarah mit abgelichtet. Ich erschrak so sehr, dass ich das Bild erst einmal energisch umdrehte und tief durchatmete. Das war doch unmöglich. Nein, war es wohl nicht, wenn das Bild nämlich schon älter war. Am Tag ihres Todes zum Beispiel aufgenommen. Eine Weile saß ich nur da, der erste Impuls war, das Bild schnellstens in den Abfalleimer zu werfen, aber das ging natürlich gar nicht. Im Zweifelsfall war es den Ermittlungen dienlich, auch wenn ich nicht wusste, wie. Vorsichtig, als wäre es explosiv, drehte ich das Foto wieder um und bräugte mich ganz nah darüber. Ja, das war Sarah. Sie stand an der Tür zum Waschhaus. Dass der Österreicher fotografiert hatte, hatte sie bestimmt nicht einmal bemerkt, denn sie unterhielt sich gerade sehr angeregt mit einem Mann. Nicht mit irgendeinem, selbst den konnte ich erkennen, obwohl es nicht ganz scharf war. Der Typ, der, der kein Zelt dabei gehabt hatte. Aufgeregt sprang ich auf. Er war also gar nicht sofort abgereist, hatte vielleicht Sarah umgebracht und war danach erst verschwunden. Gesehen hatte ich ihn seitdem nicht mehr. Mit klatschenden Flipflops rannte ich auf der Suche nach Corinna über den Platz. Die konnte mir vielleicht sagen, wer das war. Und dann hätte ich den Fall im Alleingang gelöst. Das war doch wirklich ein Ding. Corinna begegnete ich vor dem Toilettengebäude, wo sie mit ein paar Jugendlichen auf dem Weg zum See war. Fanny trat gerade aus dem Klohäuschen, schüttete das dreckige Wasser weg und kam dann zu uns herüber. Kennt irgendjemand diesen jungen Mann hier? fragte ich und wedelte mit dem Waschbecken Foto herum. Corinna nahm das Foto, als wäre es hochexplosiv und ich sah ihr direkt ins Gesicht, um sofort zu erkennen, wenn sie log. Ihre Augen weiteten sich etwas, vielleicht, weil sie den Mann kannte, vielleicht aber auch, weil sie das Waschbecken schrecklich fand. Nach ein paar Sekunden schüttelte sie den Kopf. Nein, nein, den kenne ich nicht, aber wenn es ein Freund von ihr ist, ist es auch kein Wunder, ich kenne Sarah ja auch erst seit diesem Camp. Auch die anderen Kinder beugten sich über das Foto und an ihren erschreckten Gesichtern sah man, dass sie Sarah ansahen und nicht den jungen Mann. Ja, gibt's das, schrie plötzlich die Fanny neben mir. Jetzt wird plötzlich allen Leuten dieses Waschbecken gezeigt. Soll ich dir zeigen, wie ich gewinert hab, und dann speibt wieder jemand ins Waschbecken. Schon gut, schon gut, beruhigte ich sie. Es geht doch jetzt gerade darum, einen Mörder zu finden. Was machen sie denn hier? fragte hinter mir eine tiefe Stimme. Der Kommissar. Hinter ihm tauchte Evelyn auf, mit frisch frisierten Haaren und sah mich an, als wäre ich ein elender Spanner. Ich finde gerade erklärte ich ihm ärgerlich, weil er schon wieder so klang, als hätte ich etwas falsch gemacht. Die Kinder sahen zu, dass sie wegkamen. Vermutlich hatten sie Angst, dass Fanny irgendwie ausfällig wurde oder sie zum Waschbecken putzen verdonnerte. Sehen Sie, das da ist der junge Mann, der Sarah am Tag ihres Todes gesucht hatte. Vermutlich der Mörder also. Der Kommissar nahm ihr das Bild weg sah sich ausführlich das schmutzige Waschbecken an und dann Sarah und den jungen Mann. Der Mann, von dem wir das Phantombild haben? fragte er nach. Ja, das ist der Mann, der hier ohne Zelt oder Wohnwagen campen wollte. Der Kommissar runzelte die Stirn, vielleicht, weil auch ihm aufgefallen war, dass das Phantombild dem realen Mann nicht einmal ansatzweise ähnelte. So konnte die Erinnerung trügen. Wer hat ihn sonst noch gesehen? Fanny stand neben mir, die Arme in die Seite gestemmt. Ihre Augen glitzerten noch immer wütend. Ja, ich hab ihn auch gesehen, bestätigte Evelyn. Ein höflicher junger Mann, bei dem ich mir sofort gedacht habe, es stimmt was nicht. So ein Unsinn. Bei Pater Jeremias hatte sie gesagt, dass mit dem, was nicht stimmte, nur weil er einen guten Zahnarzt hatte. Bei dem höflichen jungen Mann hatte sie lediglich darauf geachtet, dass ich ihm keine Schlafstadt anbot. Geben Sie mir mal das Foto, sagte ich, und hielt es gleich Herrn Hetzenegger und dem Gröning hin, die eben des Weges kamen. Aber die beiden kannten den jungen Mann nicht. Zeig mal her, sagte die Fanny und setzte sich ihre Lesebrille auf. Ach, des ist der Kilian. Wie bitte, du kennst ihn persönlich? fragte ich erstaunt. Na, natürlich nicht, empörte sie sich. Aber der hat mit diesem Mädel gestritten. Mit Sarah? fragte der Kommissar. Ja, und sie hat zu ihm gesagt, Kilian, so geht es einfach nicht. Was geht nicht? Woher soll ich das wissen? fragte Fanny ungehalten und nahm die Lesebrille wieder ab. Ich kenne die beiden doch gar nicht. Eindruck, dass sie sich gut kannten, bestätigte ich. Und er ist abgereist? fragte der Kommissar. Jedenfalls wollte das Mädchen das so, erklärte Fanny. Sie hat ihm gesagt, er soll verschwinden und er hat gesagt, er werde kämpfen. Aber sie hat gemeint, es ist zu spät. Zu spät, echote ich mit aufgerissenen Augen. Was war zu spät? Keine Ahnung. Toll, dass du so viel mitkriegst, lobte ich Fanny, um noch mehr Informationen aus ihr heraus zu kitzeln. Ihr lauscht nicht, verbesserte sie mich kühl. Die Leute meinen wahrscheinlich, ich bin schwerhörig, das bin ihr aber nett. Das hat niemand angenommen, sagte ich beschwichtigend. Viel wahrscheinlicher war, dass die meisten Menschen eine Putzfrau nicht als Person wahrnahmen, sondern als Inventar. Das wollte ich ihr aber so nicht sagen. Dabei könnte ich Romane schreiben über das, was ich schon in diesem Klohäusel erlebt habe, sagte sie mit grimmiger Miene. Man denke nur an dieses eine Pärchen, das in der hintersten Männerdusche Sex hatte und dann Arno vergessen hatte, abzusperren. Oh je, so genau wollte ich das jetzt nicht wissen. Der Kommissar hatte das Bild des Österreichers konfisziert und schickte Herrn Bauer auf die Suche nach jemandem, der Kilian kannte. Wenn Corinna ihn nicht kennt, dann vermutlich auch die anderen vom Jugendcamp nicht, sagte ich unzufrieden. Kann sein, bestätigte der Kommissar. Dann muss ich Sarahs Eltern befragen. Wenn es ein Freund von Sarah ist, dann sollten die ihn identifizieren können oder irgendwelche anderen Freunde von Sarah. Haben sie ihn gesehen hat, ist sie mit ihm hoch zum Campingplatz gelaufen. Als ich vom Baden zurückgekehrt war, hatte Kilian sich schon längst aus dem Staub gemacht, außerdem hatte ich das alles bereits verdrängt. Ihr hätt auch noch eine Aussage zu machen, sagte Evelyn. Pater Jeremias ist nämlich der Exorzist. Ich denke nicht, dass dieser junge Mann in seiner Gefährlichkeit an diesem Pater herankommt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Pater der Mörder ist. Vermutlich ein missglückter Exorzismus Versuch. Der Kommissar betrachtete Evelyn mit ausdrucksloser Miene und nickte kurz. Ich sah zu, dass ich schnell weiterkam. Schließlich hatte ich vor, mir heute persönlich mein Geld bei Klaus und Gruber zu holen. Als ich vor dem Haus der Firma parkte, fiel mir auf, dass es niegelnagel neu war. Das stimmte mich etwas missmutig. Vermutlich steckte nämlich das ganze Geld meiner Nonna in diesem Gebäude und kein Mensch konnte mich mehr auszahlen. Es hatte wohl keiner damit gerechnet, dass ich persönlich vorbeikommen würde, denn Herr Klaus, den ich schon von seiner Homepage erkannte, machte mir sehr reserviert. Ich will mit ihnen besprechen, auf welches Konto sie mir mein Geld überweisen werden, da wir zum einen überhaupt keinen Renovierungsbedarf mehr haben und ihr Kostenvoranschlag zum anderen ausreichen würde, um ein gesamtes Toilettenhaus Dorf zu bauen. Wir machen ihnen ein ganz schickes Toilettengebäude, versprach mir Herr Klaus stattdessen, als hätte ich überhaupt nichts gesagt. Sie werden staunen. Ich habe den Campingplatz verkaufen, und zwar bevor ich irgendetwas renoviert habe. Sie wissen genau, dass ihr Vorgehen nicht legal ist. Was hat denn Dr. Fäuser mit ihnen bis jetzt besprochen? Das war nämlich mein Rechtsanwalt. Dr. Fäuser hat gar nichts mit mir besprochen, sagte er strahlend. Ich werde Zinsen dafür fordern, dass sie so lange auf meinem Geld sitzen, sagte ich böse, wobei sich vielleicht hätten sie das Erbe ausschlagen sollen, wenn sie die Schulden nicht übernehmen wollen, allerdings geht das nur innerhalb der Sechs Wochen Frist, soviel ich weiß. Herr Klaus strahlte mich noch immer an. Der Kostenvoranschlag ist total überzogen. Sie haben meine Nonna richtig über den Tisch gezogen und es ist absolut unüblich, die gesamte Leistung im Voraus zu bezahlen, informierte ich ihn. Da wird ihnen mein Rechtsanwalt das Gleiche erzählen. Diesem Vollpfosten von Rechtsanwalt musste ich dringend den Marsch blasen, notierte ich im Geiste. Ihrer Großmutter war es absolut wichtig, dass wir das mit dem Toilettengebäude durchführen, sagte Herr Klaus und sah mich mitleidig an. Das hat sie immer wieder betont. Sie wollte aus dem Campingplatz etwas ganz Besonderes machen und verhindern, dass noch irgendetwas dazwischen kommt. So nennt man das also, wenn man eine alte Frau hereinlegt, konterte ich. Kann sein, dass ihre Großmutter uns mehr Geld überwiesen hat, als wir für das Gebäude benötigen werden, lenkte Herr Klaus ein, aber es gibt ja bei ihnen an allen Ecken und Enden Renovierungsbedarf, was wir dann gleich in einem Aufwasch Ich sah mir seinen blitzenden nagelneuen Schreibtisch an, der bestimmt eigentlich mir gehörte. Nein, das ist mein letztes Wort, antwortete ich böse. Mir jetzt auf die Tour zu kommen, als würde ich das Erbe meiner Nonna nicht ehren. Aber ich will nicht so sein, ich bin kulant, sie brauchen kein Toilettengebäude renovieren lassen, sie können auch ein kleines Haus bauen lassen. Noch heute würde ich Dr. Fäuser auf den Mann losjagen. Es sah nicht so aus, als hätte Herr Klaus spontan ein Einsehen. Wir stellen Minihäuser her, erklärte Herr Klaus mir mit steigender Begeisterung. Ratzfatz aufgebaut, sie können sich jede Größe wünschen, jederzeit erweiterbar. Es braucht lediglich ein Punktfundament, alles total flexibel. Kommen Sie, ich zeige Ihnen unseren Prototypen, den könnte ich Ihnen innerhalb Haft. Er sprang auf. Sie können das Haus auch verlegen, wenn Sie von hier weg ziehen, neuer Standort, neuer Zweck. Ich meine, Sie als Campingplatz Besitzerin wissen doch solche mobilen Häuser bestimmt mehr zu schätzen als jeder andere. Ich taperte hinter ihm drein und jonglierte die vielen unanständigen Wörter, die mir auf der Zunge lagen. Als wir an meinem Auto vorbeikamen, sah ich, dass Milo seine Nase an die Fensterscheiben gedrückt hatte, und zwar an jede, und man nicht mehr erkennen konnte, was im Inneren des Wagens ablief. Niedrig Energie Haus, sagte Herr Klaus gerade enthusiastisch und stapfte mit mir über eine hölzerne Veranda. Das Häuschen sah wirklich schnuckelig aus. Hätte ich vor, einen Campingplatz zu führen, würde ich mir das wirklich überlegen. Sie haben eine arme alte Frau hereingelegt, kam ich aufs Thema zurück. Herr Klaus öffnete mir die Tür und ließ mir den Vortritt. Auch von innen sah das Holzhäuschen sehr gemütlich aus, hell und Licht. Wahrscheinlich war das doch die richtige Firma, um ein tolles Toilettengebäude zu entwerfen. Vielleicht musste man ihnen nur sagen, welche Fliesenfarbe sie nicht verwenden sollten, und sie würden mir ein unglaublich schönes, dachte ich verzweifelt, nein, 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 ich würde hier gar nichts renovieren. Von der Küche des Hauses sah man direkt in den Garten der Nachbarn und durch eine Lücke zwischen den Häusern auf die Hauptstraße. Dort blieb gerade ein Mann stehen, in Jeans, T-Shirt und mit einem großen roten Rucksack auf dem Rücken. Unter dem Deckel klemmte eine Isomatte. Ein Schlafzimmer, Wohn-Essbereich und Badezimmer, eine Wellness-Oase, erklärte Herr Klaus weiter. Eindeutig sein Lieblingswort, Wellness-Oase. Sehen Sie hier, das Sanitäre, alles top. Ich brauchte Geld, um meine Rechnungen zu bezahlen und keine Wellness-Oase und kein Häuschen. Noch immer sah ich den Typen mit dem unglaublich großen Rucksack, während ich mir überlegte, welchen verlässlichen Rechtsanwalt ich mit meinen Angelegenheiten betrauen konnte. Aber vielleicht war das die Lösung, mit einem riesigen Rucksack hinaus in die Welt ziehen, sich um nichts mehr kümmern. Andererseits sah es unglaublich unbequem aus. Der Wanderer trug nämlich auch noch eine Art Rolle unter dem Arm, was wahrscheinlich ein Zelt war. Manometer, das wäre mir vielleicht doch zu anstrengend. Wissen Sie was, sagte Herr Klaus gerade begeistert, diesen Prototyp bekommen Sie für ein Viertel des eigentlichen Kaufpreises. Der Enthusiasmus über seine eigene Großzügigkeit wirkte geradezu auffordernd. Prototyp? Mein Blick schweifte wieder zum Fenster. Gerade wollte ich sagen, dass mich sein Prototyp sowas von gar nicht interessierte, da drehte sich der Wanderer um. War das nicht dieser Freund von Sarah? Der auf dem Foto, dieser Kilian? In meinem Kopf ratterte es gewaltig. Was tat er wieder hier? Wollte er sich vergewissern, ob Sarah tatsächlich tot war? Nein, wissen Sie was, Sie bekommen den Prototyp geschenkt, stieß Herr Klaus hervor, der meine ratlose Miene falsch interpretiert hatte. Das ist für uns die beste Werbung, Sie bekommen dieses Häuschen und unsere Kunden können es bei Ihnen auf dem Campingplatz bewundern. abgemacht. Mein Blick schweifte wieder zur Straße, aber der junge Mann war verschwunden. Ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob er es war oder nicht. Das war ja ein riesiger Zufall. Kapitel 13 Wie in Trance fand ich mich von meinem Auto wieder und musste feststellen, dass ich komplett versagt hatte. Ich hatte kein Geld zurückbekommen und Herr Klaus redete sich zu allem Überfluss mit Sicherheit ein, dass ich sein Wellness Häuschen nehmen würde. Gerade als ich mich aufgerafft hatte, zurück ins Büro zu gehen, um wenigstens diesen falschen Eindruck richtig zu stellen, kam das Auto von Herrn Klaus aus der Einfahrt geschossen. Er winkte mir zu und schon war er weg. Der blöde Sack. Die Scheiben meines Autos waren immer noch komplett mit Hunde Atem beschlagen und ich bekam kurz keine Luft, als ich die Tür öffnete. Milo sah mich erwartungsfroh an. Als erstes telefonierte ich mit Dr. Fäuser, den ich zu meiner Überraschung tatsächlich an die Strippe bekam und der mich ein bisschen beruhigte. Er versprach sich zeitnah in die Materie einzuarbeiten und Klaus und Gruber zu schreiben. Wieso er das nicht schon längst gemacht hatte, fragte ich nicht, weil ich mit den Gedanken noch bei dem jungen Mann war. Danach kurfte ich eine Weile durch die Stadt auf der Suche nach Kilian, aber ich fand ihn nirgends. Deswegen hielt ich noch kurz beim Supermarkt und kaufte die Minze, um die Evelyn mich gebeten hatte, gefühlte Tonnen von Jogurteimern und mehrere Schachteln Erdbeeren. Wahrscheinlich hatte ich mich geirrt, schließlich gab es jede Menge junge Männer, die so aussahen wie Saras vermeintlicher Freund. Kurz bevor ich den Campingplatz erreichte, sah ich den jungen Mann wieder. Er ging gerade den Feldweg entlang, der parallel zur Straße verlief, Richtung Campingplatz. Noch 500 Meter und er würde direkt vor der Wiese stehen, auf der das Jugendcamp Sonne seine Zelte aufgestellt hatte. Ich stieg dermaßen in die Eisen, dass Milo von der Rückbank in den Fußraum rutschte und dabei ächzend ausatmete. sagte ich, ich muss was überprüfen, du bewachst das Auto, klaro? Seit wann sprach ich eigentlich mit Hunden? Milo sah mich an, als hätte er alles verstanden und ich fuhr an den Straßenrand, um mich an den Fremden heranzupirschen. Wie erwartet verhielt sich der Kerl höchst eigenartig. Inzwischen war ich mir hundertprozentig sicher, dass es sich um den jungen Mann handelte, der so erregt mit Sarah diskutiert hatte. Statt mit seinem Gepäck direkt zur Rezeption zu gehen, schlich er in den Wald hinein, der an die Campingwiese grenzte. Ich wusste noch nicht genau, was ich machen sollte. Bevor ich voreilig irgendwelche Leute informierte, wollte ich erst einmal sehen, was er vorhatte. In gebückter Haltung rannte auch ich in den Wald. Wollte er abzukassieren oder bezahlte mein Auftragskiller vor der Tat. Meine grenzenlose Fantasie war schon immer ein Problem gewesen, in meinem Job als Werbetexterin zwar klar von Vorteil, aber im realen Leben doch ein bisschen überzogen. Ich blieb atemlos hinter einer dicken Wuche stehen und heuchte ein wenig. Da, ein Knacken. Lautlos ging ich hinter einem größeren Gebüsch in Deckung und beobachtete, wie der Kerl seinen Rucksack gegen einen Baumstamm lehnte, das eingerollte Zelt daneben legte und dann eine Position suchte, wo er das Camp am besten beobachten konnte. Eigenartig, das sprach nicht besonders für seine Unschuld. Ich wünschte, ich hätte ein Fernglas dabei gehabt. Stattdessen überlegte ich, wie ich einen besseren Blick auf das ganze Geschehen bekommen konnte. Zwischen den großen Buchen stand Das war vielleicht meinem Alter nicht angemessen, aber was tat man nicht alles zum Schutz seiner Camping Gäste. Vorsichtig erklomm ich die untersten drei Äste, und das war schwieriger, als ich es aus meiner Kindheit in Erinnerung hatte. Entweder war ich zu schwer geworden oder zu kraftlos. Der junge Mann war mittlerweile in die Hocke gegangen und hatte den Blick weiter in Richtung Camp gerichtet. Mehr tat er nicht. Nach einer Weile sah ich auf die Uhr, es waren zehn Minuten vergangen und der Typ rührte sich nicht von der Stelle. Ich musste an das Vanilleeis in meinem Auto denken, das gerade schmolz und an Milo, der vielleicht dringend pinkeln musste. Reglos blieb ich sitzen. Im Schneckentempo vergingen die nächsten fünf Minuten. Ich hatte den Eindruck, dass mir ein Bein einschlief. Mit Sorge überlegte ich, ob der junge Mann vielleicht darauf wartete, dass es Nacht wurde. Dann hatte ich nämlich echt ein Problem. Ich konnte unmöglich acht Stunden hier auf dem Baum sitzen. Ich gab meine Sitzposition auf, um das Blut in meinem Bein wieder zum Zirkulieren zu bringen und stellte mich vorsichtig auf einen wippenden Ast. Was machen Sie denn hier? fragte eine tiefe Stimme und ich rutschte den Baumstamm umarmend nach unten. Jemand packte mich am Arm und ich landete mehr schlecht als recht auf dem Boden. Mein eingeschlafenes Bein knickte ein und ich fiel um. Milo sprang mir halb auf den Bauch und schleckte mir glücklich quer übers Gesicht. Etwas verschwommen sah ich den Kommissar vor mir stehen. Ich habe gerade ihren Hund aus einem Auto befreit das vollkommen inkorrekt abgestellt war, sagte er. Muss das sein? schimpfte ich. Aus Milo! Ich fange gerade für sie den Mörder und sie erschrecken mich so, dass mir das Herz stehen bleibt. Hatten wir das nicht schon einmal besprochen? Wollte er kopfschüttelnd wissen, reichte mir aber die Hand, um mich hoch zu ziehen. Ja, aber vorhin hatte ich schlichtweg keine Ahnung, wie ich sie informieren sollte, ohne gleichzeitig den Mörder aus den Augen zu verlieren. Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst und wahrscheinlich ist er weg. Er war nicht weg. Stattdessen war er von dem Getümmel angelockt worden und stand etwa 20 Meter von uns entfernt. Er wirkte nicht besonders mörderisch, eher ratlos. Das ist er, sagte ich. Kann ich helfen? erkundigte sich der junge ziemlich mutig, nachdem der Kommissar und Milo neben mir standen. Aus der Nähe betrachtet sah der Mann noch ungefährlicher aus, nach gerade sympathisch und vor allen Dingen sehr jung. Er wurde rot und druxte ein wenig herum. Eine Freundin von mir ist auf dem Jugendcamp, sagte er, ich wollte mit ihr sprechen. Und wieso sitzen sie dann hier hinter einem Baum? fragte ich kopfschüttelnd, uns er etwas geknickt zu. Ich nickte, obwohl ich gar nicht wusste wieso. Wer war diese Freundin? Corinna vielleicht? Wie heißt ihre Freundin? Sarah Weinzieher, vervollständigte ich, und plötzlich hatte ich eine schreckliche Vorahnung. Sie ist momentan wie besessen von diesem Jeremias, stieß er zornig aus. Ich will ja gar nicht, dass sie wieder zu mir zurückkommt, ich will nur, dass sie wieso zur Besinnung? fragte der Kommissar behutsam, ohne ihm zu eröffnen, dass Sarah tot war. Sie steckt ihre gesamte freie Zeit in die Arbeit dieser Sekte. Sie will mir einfach nicht glauben, dass es eine Sekte ist. Seit zwei Jahren geht das nun schon so. Seit sie in Prag war, das war eine richtige Gehirnwäsche. Er beilte seine Hände zu Fäusten. Hatten Sinn war ich nicht mehr bei ihnen. Weshalb auch? Mir brach es gerade das Herz. Offensichtlich wusste er tatsächlich nicht, dass Sarah gestorben war. Kommen sie, sagte der Kommissar und legte dem jungen Mann vorsichtig die Hand auf die Schulter. Ich glaube, wir müssen ein Gespräch führen. Ich hatte den beiden auf der Terrasse hinter dem Haus die Gartenstühle aufgestellt, eine Tischdecke aufgelegt und etwas zu trinken auf ein Tablett gestellt. Natürlich war meine Aktion komplett unnötig gewesen, weil der Kommissar über Sarahs Eltern bereits alles über Kilian herausgefunden hatte. Aber das hatte ich doch nicht ahnen können. Lass uns das Auto ausräumen, sagte ich zu Evelin und fühlte mich richtig kraftlos. Von der Terrasse war kein Ton zu hören. Kilian befand sich vermutlich weiterhin in Schockstarre. Ich bezweifelte, dass der Kommissar auch nur einen einzigen vernünftigen Ton aus ihm heraus bekam. Kilian war beinahe aus den Latschen gekippt, als er von Sarahs Tod erfahren hatte. Es tat mir unendlich leid, dass ich ihn darüber hinaus auch noch verdächtigt hatte. So eine Scheiße, sagte Evelin und tätschelte Milo den Kopf. Als wir vor der Tür zur Rezeption standen, sah ich, dass der Gröning noch eine weitere Baderegel auf meinem Zettel vermerkt hatte. Körperliche Gesundheit ist Voraussetzung, kein Fieber, keine ansteckenden Krankheiten, besonders keine Hautausschläge. Manometer, das waren meine Regeln, da konnte doch nicht Hinz und Kunz dazu schreiben, was ihm beliebte. Hinter uns ratterte in Höchst Geschwindigkeit der Sepp auf seinem Rasentraktor vorbei. Nachdem keine Kinder heulten, nahm ich an, das zumindest für den Moment alles in Ordnung war. Vielleicht sollten wir den Paragittel informieren, als Seelsorger für Kilian, schlug Evelyn vor, während ich die Eispackungen in der Gefriertruhe stapelte. Ich persönlich glaubte ja, dass Kilian an Kirche gerade weniger Interesse hatte. Da Milo ständig fiepte, beschloss ich, uns beiden einen Gefallen zu tun und einen ausgedehnten Spaziergang zu machen. Ich hatte von den Problemen am Campingplatz so richtig die Schnauze voll, schritt energisch hinunter zum See und bog auf den Seeweg ein. Zufrieden trottete Milo neben mir her und pinkelte gegen jeden Baumstamm. Die Jugendlichen waren gerade beim Baden, die Stimmung war ziemlich gedämpft. Ich hatte nicht mitbekommen, ob sie lieber alle nach Hause gefahren wären. Pater Jeremias hatte jedenfalls betont, dass es kein Problem sei, hier zu bleiben. Die Schmidt Kunzens hatten ihre Liegestühle am Strand aufgestellt und Froni Hetzenegger kam gerade mit ihrer Thermoskanne Kaffee und einem Stapel Zeitschriften des Weges. Zwei Biegungen weiter hörte und sah man bereits nichts mehr von meinen Camping Gästen und ich wurde etwas langsamer. Ich ging über eine kleine Holzbrücke, die an einer sehr schmalen Stelle des Sees die beiden Ufer verbannt. Kurz blieb ich stehen und beugte mich über das Geländer. Im Schatten des grünlichen Wassers standen ein paar große Fische und schienen zu schlafen. Der mit Fichtennadeln bedeckte Waldweg sah so einladend aus, dass ich wieder beschwingt ausschritt. Die Gegend hier war wirklich sehr erholsam. Irgendwann tauchte der alte Gröning vor mir auf. Er war ziemlich schnell unterwegs und freute sich riesig mich zu treffen. Ich zeig dir jetzt einmal was, sagte er und bog auf einen schmalen Weg ab. Dann fing er an zu erzählen, was er für Vögel hörte. Das ist ein Grünspecht, sagte er, als ein Vogel neben uns sehr laut QQQ grief. Und dort ein Buchfink. Nachdem ich jetzt die ganze Zeit gedacht hatte, der Gröning wäre fast taub, war ich doch ein bisschen erstaunt. Wo gehen wir hin? fragte ich, aber diese Frage verstand er wiederum nicht. Vielleicht musste ich auch QQQ rufen. Unser Waldsee, sagte er schließlich stolz. Eine Weile standen wir schweigend und blickten über den winzigen See, der aussah, als wäre er verwunschen. Das morastige Wasser war tief dunkel und die Sonne, die durch das Blätterdach fiel, warf Lichtreflexe auf die mit Blättern überzogene Wasseroberfläche. Viele offene Wasserstellen gab es nicht, das meiste war bedeckt mit etwas, das wie ein weißlicher Schleier blühte. Wasserhahnenfuß, das sieht jeden Tag anders aus, erzählte mir der Gröning stolz, als wäre es ein persönlicher Weiher. Wenn man in ein paar Wochen herkommt, wird als hätten die Frösche vergessen, dass wir hier standen, fingen sie alle gleichzeitig an zu quaken. Das machte einen irrsinnigen Radau. Hörst du das? fragte mich der Gröning. Natürlich hörte ich das, schließlich quakten die Frösche ungefähr in der Lautstärke eines Düsenjägers. Ich sagte Ja und nickte dann, weil der Gröning mein Ja nicht hörte. Trotz der Lautstärke fühlte ich, der Gröning hierher geführt hatte. Der Schwarz durfte das hier einfach nicht in die Hände bekommen. Er durfte weder das Moor trocken legen, noch die Bäume fällen. Wo sollte der Grünspecht leben? Wo sollte der Wasserhannenfuß blühen? Eine Weile starrten wir noch auf den See. Danke, sagte ich zum Gröning. Er nickte mir zu, als hätten wir ein Abkommen geschlossen. Kapitel 13 Danach trennten sich unsere Wege und ich umrundete noch den ganzen See. Als ich auf dem Rückweg einen Blick auf die Uhr warf, stellte ich fest, dass ich mich ziemlich verbummelt hatte. Ich hatte geschlagene vier Stunden gebraucht, weil ich mich an dem schönen sonnigen Fleckchen nahe der Quelle auf eine Bank gesetzt und beim Blick über den See jegliches Zeitgefühl herrlich erfrischt. Dieses Gefühl war schlagartig wieder vorbei, als ich auf den Campingplatz zurückkehrte. In meiner schönsten Campingplatzecke stand ein Betonlaster und kippte gerade Beton aus. Was passiert hier? brachte ich fassungslos hervor. Der Hetzenäger sah mich ziemlich verständnislos an. Naja, das Fundament, sagte er, während der Beton sich mit stetigem Schwall auf dem Boden ergoss. Das ist der beste Platz für das Häuschen. Ich war nahe dran, in Tränen auszubrechen. Ich will dieses Häuschen nicht, flüsterte ich, und die beiden Hetzenägers tätschelten meine Schulter. Das steht da 1A-mäßig, versicherte mir der Hetzenäger. Und das Häuschen sieht einfach fantastisch aus, flötete seine Frau die Froni. Noch während ich zur Rezeption ging, holte ich das Handy aus der Hosentasche und rief meinen Rechtsanwalt an. Das ist ganz schlecht, informierte mich der. Das hätten sie wirklich verhindern müssen. Wir haben nun eine ganz schlechte Ausgangslage, ihr Geld zurück zu bekommen. Na prima. Zornig wischte ich das Gespräch weg. Sollte dieser Rechtsanwalt nicht ein bisschen mehr auf meiner Seite sein und sich da reinhängen? Immerhin hatte ich nirgendwo unterschrieben, dass ich das Wellnesshäuschen an des Geldes statt haben wollte. Während ich die Tür zur Rezeption öffnete, tippte ich wütend auf die Nummer von Klaus und Gruber. Als ich jedoch das Häuflein Elend namens Kilian vor mir sitzen sah, verpuffte meine Wut augenblicklich. Willst du heute Nacht hier schlafen? fragte ich behutsam. Ich weiß nicht, erwiderte er dumpf. Setz dich doch bisschen in die Sonne, schlug ich vor. Das entscheiden wir einfach nach dem Abendessen. Ich beschloss ihn in dieser Verfassung auf gar keinen Fall in die Bahn zu setzen. Eveline sah aus, als wollte sie mich mit wütend an. Du konntest den Typen nicht im Haus aufnehmen. Ich sehe es noch nicht als erwiesen an, dass er damit nichts zu tun hat. Eveline sagte ich nur, du wirst schon sehen, er wird uns in der Nacht die Kehle durchschneiden. Was man einmal getan hat, das macht man immer wieder. Ich drehte die Augen Richtung Himmel. Eveline mal abgesehen davon, dass auch Sarah nicht die Kehle durchgeschnitten wurde. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Wenn du ihn im Haus schlafen lässt, dann zieh ich aus. Ich zog beide Augenbrauen nach oben. Sollte das jetzt allen Ernstes eine Drohung sein? Wo ich schon seit geraumer Zeit nur darauf wartete, dass sie endlich wieder in ihrem Wohnmobil übernachtete? Ich dachte, du bist dir sicher, dass es der Exorzist war. Beleidigt drehte sie sich um und stolzierte mit Schwung hinaus. Ich bezweifelte, dass Evelyn demnächst ausziehen würde, egal wie gefährlich sie Kilian einschätzte. Seufzend wandte ich mich wieder meinem Fundament Problem zu und wählte die Nummer von Klaus und Gruber. Wieder einmal ging keiner dieser Saftsäcke ans Telefon. Wahrscheinlich wussten sie schon, was ich zu sagen hatte. Zornig starrte ich auf den Computer Bildschirm. Nichts funktionierte. Es wäre schon praktisch, wenn ich nicht jedes Mal mit dem Taschenrechner ausrechnen müsste, wie viel Platzgebühren zu bezahlen waren. Mal abgesehen von dem leidigen Problem, dass ich keinerlei Überblick hatte, welcher Platz wie lange besetzt war. Die Tür ging auf und Kilian kam wieder herein. Wenn es ein Problem ist, dass ich bei Ihnen übernachte, werde ich noch heute abreisen. Ich sah vom Computer Bildschirm hoch und lächelte ihn an. Ach was, das können Sie auch morgen früh in aller Ruhe machen. Er sah auf meinen Computer Bildschirm. Sie kennen sich nicht zufällig mit Computern aus, seufzte ich. Überlegen Sie sich eine neue Software zuzulegen? fragte er nach einem Blick auf den Bildschirm. Das überfordert mich total, gestand ich. Er nickte, blieb einfach stehen und starrte vor sich hin. Dort steht Kaffee und eine Tasse. Im Kühlschrank im Laden ist eine offene Milch, sagte ich, was Kilian anscheinend als Aufforderung betrachtete, sich meines Problems mit der Software anzunehmen. Eine Weile saßen wir schweigend vor dem Bildschirm und lasen. Irgendwann nahm er mir die Maus aus der Hand und klickte selbst herum. Ich lehnte mich zurück und betrachtete ihn. Kommt darauf an, was Sie alles brauchen. Eine ganz einfache Software wäre die hier, aber es gibt natürlich auch Systeme, bei denen man auch andere Angebote auf dem Campingplatz bargeldlos nutzen kann, wie zum Beispiel Duschen, Waschmaschinen und so. Duschen konnte man bei uns ganz umsonst und für die Waschmaschine gab's Münzen. Er runzelte plötzlich die Stirn. Wenn ich nur hier geblieben wäre, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. Das bezweifle ich, sagte ich und legte ihm meine Hand auf den Handrücken. Wären sie jede Sekunde bei ihr gewesen, sie wollte sie nicht hier haben. Sie können mich duzen, sagte er dumpf. Du mich auch, ich heiße Sophia. Ich sah eine Beziehungsberichte scrollte. Sarahs Eltern haben dir nichts davon gesagt? Ich habe mit Sarahs Eltern überhaupt keinen Kontakt mehr. Die waren doch heilfroh, dass sich Sarah da engagierte, sagte er böse, blickte aber noch immer auf den Bildschirm. Wieso? Weil Sarah, nun ja, sie war ziemlich ausgeflippt und aufmüpfig, bevor sie sich diesem Pater Jeremias anschloss. Wir haben zusammen angefangen zu studieren und sie hat eigentlich sich um nichts gekümmert jeden Abend in einer anderen Bar. Seine Hände beilten sich zu Fäusten. Mit ihren Eltern gab es ständig Stunk und dann kam dieser Pater Jeremias, der uns davon überzeugen wollte, uns Gott zuzuwenden. Sarah hat sich zuerst über ihn tot gelacht. Er warf mir einen Blick von der Seite zu. Jedenfalls dachte ich das am Anfang, aber im Nachhinein hat sie dazu gebracht, in die Vorlesungen zu gehen und jeden Tag zu beten und in seine Gottesdienste zu kommen. Als erstes dachte ich mir dabei gar nichts. Sie war plötzlich so entspannt und nett zu jedermann. Sie trank nicht mehr so viel, gab das Rauchen auf. Ihre Eltern waren davon natürlich begeistert. Er schwieg eine Weile grimmig. Dann hat er sie gefirmt. gefirmt? Ja, macht man normalerweise als Kind, aber sie hat sich damals schon geweigert, so etwas mitzumachen. Aber plötzlich war sie begeistert davon, gefirmt zu werden. Anschließend war sie in Prag, danach war sie wie ausgewechselt. Er hörte auf zu sprechen und starrte auf den Bildschirm, als wäre das viel interessanter als der Gedanke an Sarah. Wie ausgewechselt hakte ich nach. Sie hat sich plötzlich ganz in den Dienst dieser Sekte gestellt, sagte er dumpf. Ich bin auch erst dann misstrauisch geworden, habe recherchiert. Alles auf der Homepage von den Rekruten Christi hört sich so gut und glatt an, als wollten sie die Welt retten, aber er vervollständigte den Satz nicht. Ich verstand jedoch auch so, was er meinte. Eveline hatte schon recht. Dieser Pater Jeremias war einfach zu glatt, aber deswegen war er noch lange kein Mörder. Und ihre Eltern wollte ich wissen. Mit ihnen habe ich ein einziges Mal gesprochen, ihnen gesagt, dass das eine Sekte ist, aber sie waren so froh, dass Sarah plötzlich vernünftig war und wieder studierte. Sie waren von ihrer Entwicklung richtig begeistert. Eine Weile starrten wir gemeinsam auf den Bildschirm, beide gedanklich mit etwas anderem beschäftigt als mit Campingsoftware. Die Rezeptionstür dingelte und Fanny steckte ihren Kopf herein. Sie hatte sich umgezogen, ihre Putzklamotten steckten nun in einer abgetragenen Plastiktüte und sie selbst trug ein schickes schillerndes blaues Kleid. Ich brauche Scheuermilch, sagte sie. Ihr Blick blieb an Kilian hängen und ihre Augen verengten sich. Da haben wir ja den Übeltäter. Kilian sah erschrocken auf. Ihr habt den Schwangerschaftstest gefunden, sagte sie zu ihm. Also keine Widerrede, ich weiß alles. Schwangerschaftstest? echote ich kopfschüttelt. Ja, einen positiven Schwangerschaftstest und ich sag dir gleich, Bürschchen, so geht es nicht. Das arme Mädel hat sich wahrscheinlich umbracht, als sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hat. Kilian sah aus, als würde er am liebsten im Boden versinken. Scheuermilch, kommandierte Fanny noch einmal in meine Richtung und verschwand dann. Sie war nicht schwanger, beeilte sich Kilian klarzustellen. Jedenfalls nicht von mir, sie, ich sah ihn mit großen Augen an. Sie wollte keinen Sex, wisperte er und wurde rot, wollte sich aufsparen. Aufsparen? Ja, das war auch so eine Entwicklung nach dem Aufenthalt in Prag. Sie wollte sich für die Ehe aufsparen. Dabei hatte sie vorher mit allen möglichen Typen Sex gehabt, sagte er empört. Wir saßen noch immer betreten da, als der Österreicher in die Rezeption gestürmt kam. Diesmal würde ich ihn hinausschmeißen, so viel war sicher. Dieses ewige Genörgel hielt doch kein Mensch aus. Hinter ihm tauchten Eveline und Fanny auf, anscheinend auch mit dem festen Vorsatz, ihm die Meinung zu geigen, immerhin hatte er mir noch kein Foto auf den Tresen geknallt. Ich habe gehört, dass sie verkaufen wollen, sagte er mit einem freundlichen Lächeln. Was, verkaufen? Ich stand auf dem Schlauch. Seine Semmeln hatte er jedenfalls schon längst geholt, das würde ich mir nicht anhängen lassen. Den Campingplatz, erklärte er. Ich wollte schon immer einen Campingplatz haben. Das konnte ich mir nicht vorstellen, so wie er an allem etwas auszusetzen hatte. Und ich wollte Sie fragen, was für eine Preisvorstellung Sie haben. Sie wollen diesen Campingplatz kaufen? Vergewisserte ich mich etwas irritiert. Ja, so richtig auf Vordermann bringen, schwärmte er. Den Strand neu anlegen, ein neues Toilettenhäuschen, eine Putzkolonne, die viermal am Tag putzt, ein Animationsprogramm, einen schicken Campingladen, in dem man auch Campingartikel kaufen kann. Aha, machte ich erstaunt. Putzkolonne, fauchte Fanny hinter ihm, und ich war froh, dass sie keinen Schrober bei sich trug. Also, hakte er nach, Fanny ignorierend. Das kommt nicht in Frage, erklärten Fanny und Evelyn gleichzeitig. Ja, also das muss ich mir erst überlegen. Den Preis hielt ich mich bedeckt und fing mir mörderische Blicke von Fanny und Evelyn ein. Gut, dann komme ich morgen wieder, flötete der Österreicher. Kapitel 14 Am nächsten Tag kam Herr Klaus vorbei und inspizierte das Fundament des Häuschens, das seiner Meinung nach absolut großartig war. Das ist ja traumhaft, rief er immer wieder begeistert aus, während ich demonstrativ mein Handy herausholte und die Nummer meines Rechtsanwalts aufrief. Da wollen wir doch mal sehen, was Dr. Fäuser zu dieser Unverschämtheit sagen wird, stieß ich hervor. Da wird wahrscheinlich Schmerzensgeld fällig, und das Fundament ist morgen wieder weg, sonst informiere ich die Polizei. Das würde den Polizistenbauer bestimmt rasend freuen. Dr. Fäuser ist momentan in einer Besprechung, erklärte mir die freundliche Sekretärin zum wiederholten Male, und ich drückte genervt das Gespräch weg. Allen anderen schien das Thema Rechtsprechung komplett schnutzt zu sein, denn wirklich alle Dauercamper und sogar die Putzfrau hatten sich um uns versammelt und bestätigten dem blöden Klaus, dass das alles wunderbar sei. Wir wollen das Häuschen nicht aufgestellt haben, fuhr ich immer wieder dazwischen, bis mich Evelin einfach packte und wegführte. Lasst es mal den Hetzenegger regeln, der hat von so baulichen Sachen eine Ahnung. Und sein Häuschen, du wirst noch dankbar sein. Das ist der neueste Trend. Ich sehe mein Geld nie wieder, wenn ich jetzt nicht rigoros gegen diese Eigenmächtigkeit vorgehe, fauchte ich. Die Ansammlung um Herrn Klaus löste sich langsam auf. Ich schloss nicht aus, dass er mit dem Hetzenegger bereits entschieden hatte, wann das Häuschen aufgestellt werden würde. Sehr zufrieden mit sich winkte mir Herr Klaus zum Abschied zu. Wahrscheinlich war er heilfroh, dass er endlich den Platz, den das Haus auf seinem Gelände momentan noch einnahm, anderweitig würde nutzen können. Ich sah ihm grimmig hinterher. Das würde ich zu verhindern wissen. Neben mir blieb Kilian stehen. Ich habe jetzt eine tolle Software gefunden, sagte er. Wir gingen gemeinsam zurück zur Rezeption. Dort stand noch ein neuer Kommentar auf meinem Zettel. Bei Kältegefühl raus aus dem Wasser. Krampfgefahr. Am liebsten hätte ich das Blatt Papier heruntergerissen. Ich musste mit dem Gröning wirklich ein ernstes Wörtchen reden. Schau mal, da wäre auch ein Abrechnungskonzept integriert. Preislisten. Finde ich sehr übersichtlich. Es gibt sogar eine Buchungsplattform und die Möglichkeit, einen Online-Shop mit anzudocken. Außerdem muss man alte Wirtschaftsjahre nicht löschen. Das finde ich sehr vorteilhaft. Es würde keine alten Wirtschaftsjahre geben, sagte ich mir, nickte aber. Mir gefällt das hier am besten, sagte Kilian, und zum ersten Mal hörte ich in seiner Stimme nicht nur Frust und Trauer, sondern Begeisterung. Da kannst du deinen Gästen auch WLAN geben. Ist sowieso total veraltet ein Campingplatz ohne WLAN. Gerade jüngere Gäste sprichst du damit überhaupt nicht an. Die sollen ja auch nicht ständig daddeln, sagte ich. Und hier diese Statistikfunktion, das ist super, damit kann man selbst evaluieren, was besonders gut läuft. Eveline war stehen geblieben und sah uns über die Schulter. Wirst du tatsächlich ein Computerprogramm kaufen? fragte sie. Nachdem sie die ganze Zeit rumgenörgelt hatte, klang sie jetzt nicht besonders zufrieden. Nein, sagte Kilian an meiner Stadt. Dieses hier kann man 30 Tage testen. Das machen wir und dann sehen wir weiter. Das hatte ich zwar so nicht gesagt, sei es drum. Was machst du eigentlich beruflich so? fragte Eveline mit misstrauischer Miene. Für mich klang es fast, als wollte sie ihn fragen, ob er nicht Profikiller war. Ich studiere Physik, fünftes Semester. Hm, machte sie, nicht überzeugt. Okay, testen wir das Teil. Ich stand auf, tätschelte Kilian die Schulter und warf Eveline einen warnenden Blick zu. Er hatte jetzt schon fünf Minuten nichts mehr über Sarah gesagt. Das war heilsam. Der arme Kerl brauchte Ablenkung. Du denkst doch nicht ernsthaft darüber, nach dem Österreicher deinen Platz zu verkaufen, wurde Eveline misstrauisch. Irgendwie hatte ich dabei auch ein ungutes Gefühl. Obwohl es mir eigentlich egal sein konnte, was der zukünftige Käufer mit dem Platz machte, tat mir der Gedanke weh, ihn diesem unangenehmen Typen zu überlassen. Ich weiß nicht, sagte ich ausweichend. Als erstes muss jetzt mal dieser Mord geklärt werden. Nun, das habe ich ja schon oft genug gesagt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es der Exorzist ist. Wir können heilfroh sein, wenn nicht noch mehr passiert. Ach Quatsch, sagte ich ärgerlich, nur weil er dich nicht anschaut. Ich jedenfalls werde das mit dem Exorzisten weiterverfolgen, sagte sie bestimmt. Wir müssen uns geistlichem Beistand suchen, sag ich dir. Ich nickte neutral, in der Hoffnung, sie möglichst bald loszuhaben. Ich werde einen Termin mit Pfarrer Gietl ausmachen. Zur Beichte? Ach wo, ich will Tipps haben, wie wir diesen Teufelsaustreiber zum Einknicken bringen. Außer Nicken fiel mir auch darauf nichts ein. Als ich endlich wieder allein in der Rezeption war, nutzte ich die Gunst der Stunde und chattete erst einmal mit meiner Schwester, las eine Mail von meinem Noch-Ehemann, in der er mir seine ewige Liebe gestand, und löschte daraufhin sämtliche seiner restlichen Mails ungelesen. Gerade als ich beschloss, noch einmal Pater Jeremias zu googeln, hörte ich aufgeregtes Stimmengewirr vor dem Haus. Als ich meinen Hals etwas streckte, sah ich durch das Fenster Kommissar Schneider sowie drei Kinder. Sie waren zwischen fünf und zwölf, und ich wusste, dass sie zu dem nörgeligen Österreicher gehörten. Vielleicht traten sie in seine Fußstapfen und hatten auch etwas zu nörgeln. Und er hat sie angebrüllt, sagte gerade der Mittlere, ein spindeldürres, hellblondes Kerlchen. Da hat sie fast geweint. Wer, Sarah? Und ich hab gedacht, er bringt sie um mit seinem Rasenmäher. Aha, es ging um den Sepp. Aber ich wusste, dass er nur über Spielzeug fuhr und nicht über echte Menschen. Außerdem traute ich ihm keinerlei ausgeklügelte Planung zu. Es war praktisch auszuschließen, dass er Sarah mitten in der Nacht niederschlug und Wasser hinkippte, damit sie starb. Wenn, dann hätte er das doch im Affekt tagsüber gemacht und unweit seines Rasenmähers. Und weswegen hat er sie angeschrien, wollte der Kommissar wissen. Vielleicht hatte Sarah ihr Zelt dort aufgebaut, wo er Rasenmähen wollte, oder sie war seinem Kuchenteller zu nahe gekommen. Sie hat ihm was gestohlen, sagte der Größere, ebenfalls spindeldürr und hellblond. Ich hab das gesehen, sie hat sich was aus dem kleinen Schuppen genommen und das hat er gesehen. Da ist er richtig ausgeschleppt, bestätigte der Jüngere. Hat einen ganz roten Kopf bekommen. Und was hat sie ihm gestohlen? Das wusste keines der Kinder und ich befürchtete, dass auch Sepp das nicht mehr wusste. Zwei Sekunden später stand Kommissar Schneider vor mir und fragte nach dem Sepp. Anscheinend waren seine Ermittlungen ins Stocken geraten, wenn er sich jetzt schon den armen Sepp vorknöpfte. Der arbeitet immer, wann es ihm gerade passt, sagte ich. Ich hatte mit ihm nämlich noch kein einziges Wort geredet. Und mir war es auch komplett egal, was er wann machte, solange weder Mensch noch Spielzeug dabei zu Schaden kamen. Plötzlich sah ich die Szene, die die Kinder beschrieben hatten, deutlich vor mir. Ich kann mich da auch daran erinnern, sagte ich schließlich. Er hat sie angeschrien und Sarah war richtig erschrocken. Aber ich weiß nicht, weshalb. Hatte mich auch bei ihr entschuldigt, aber sie hat abgewiegelt. Die Sache war ihr anscheinend unangenehm, sagte ich geknickt. Aber Sepp ist bestimmt kein Mörder, der vergisst doch sofort wieder, dass er sich gestritten hat. Der Kommissar sah nicht besonders überzeugt aus. Aber ich kann ihn suchen, erbot ich mich, als ich Rasenmähergeräusche hörte. Das tat ich dann auch und fand den Sepp beim Rasenkantenschneiden hinter dem Häuschen. Als ich ihm zurief, er möge doch mal schnell kommen, reagierte er nicht. Auch nach wiederholtem Zuruf war nix zu wollen. Energisch riss ich den Stecker aus der Steckdose und der Rasenkantenschneider gab keinen Ton mehr von sich. Der Kommissar will Sie sprechen, sagte ich. Der Sepp lief rot an und plötzlich wusste ich wieder, wieso ich ihn für einen wahnsinnigen Magier gehalten hatte. Mit einem unmenschlichen Gebrüll humpelte er mit dem Gerät in der Hand auf mich zu, offensichtlich um sich zu rächen. Ich drehte mich hastig um und rannte in meinen Flipflops los. Nur ein paar Meter weiter stand Jonas Schneider, der die Situation beobachtete, und ich flüchtete mich hinter ihm. Noch immer schreiend kam Sepp auf uns zugehinkt und ich krallte mich am Arm vom Kommissar fest. Gerade noch rechtzeitig erreichte Evelyn uns. »Habe ich net g'sagt, dass ich dich erst vorstellen muss«, zischte sie mich an, als wäre ich an der ganzen Situation schuld. »Sepp, das ist unsere liebe Sophia, du weißt schon, die Enkelin von der Elli.« Er hörte augenblicklich zu schreien auf und seine Augen füllten sich mit Tränen. Zum ersten Mal verstand ich, was er sagte. »Elli«. Er fing an, wie ein Kind zu weinen. Etwas verlegen ließ ich den Arm des Kommissars los. Der Kommissar setzte sich mit Evelyn auf das Bänkchen neben der Rezeptionstür, der Sepp zwischen ihnen. Sepp hörte nicht auf zu weinen, und ich verdrückte mich hastig in die Rezeption. Leider konnte ich nicht verstehen, was geredet wurde, weil Sepp so laut heulte. Mein Herz klopfte noch immer im Hals, und ich fragte mich, wie das weitergehen sollte, wenn ich nicht einmal angstfrei mit meinen Angestellten reden konnte. Sepp's Schluchzen veräppte schließlich. Mein Herzschlag blieb trotzdem konstant hoch. Erst als Evelyn wieder in die Rezeption kam, wurde ich ruhiger. »Er kann sich nicht mehr erinnern«, sagte sie schulterzuckend, als wäre das sowieso alles egal. »Das beunruhigt mich.« »Du solltest dir lieber über den Exorzisten Gedanken machen«, wies mich Evelyn auf ihre Lieblingstheorie hin. Die Kinder wirken alle so, als hätten sie schon eine Gehirnwäsche hinter sich. »Was hat der Sepp denn nun gesagt?« »Der kennt die doch gar nicht.« »Ich habe doch selbst gesehen, wie er Sarah angeschrien hat.« »Der kann sich doch nicht an jeden erinnern, den er schon mal angeschrien hat«, verriet Evelyn mir. »Wer weiß, ob er sich überhaupt gestritten hat.« Er hatte damals beim Schuppen definitiv eine Auseinandersetzung mit Sarah. »Was macht sie auch im Schuppen?« fragte Evelyn, als wäre Sarah an allem schuld. Wahrscheinlich dachte er, sie will etwas stehlen, das kann er gar nicht haben. »In unserem Schuppen gibt es nix zum Stehlen«, wandte ich ein. So viel ich wusste, hob da der Sepp sein Werkzeug auf und ein paar Geräte. Wie etwa den Rasenkantenschneider, seine Benzin- und Ölvorräte und irgendwelche Verlängerungskabel. »Wer auch immer, der Sepp, der kann keiner Fliege was zu Leide tun«, kürzte sie das Gespräch ab. »Das habe ich auch dem Kommissar so erklärt.« Damit war für sie alles gesagt. Mit den Worten »Ehe, muss mich mal frisch machen«, schnappte sie sich die letzte Brezel, die im Brotkorb auf der Theke lag, und ging ins Haus hinüber, um eines der durchsichtigen Teile anzuziehen, die sie neu erstanden hatte. Ihre »Zweimal-Essen-am-Tag-Diät« hatte sich inzwischen ziemlich aufgeweicht. Zumindest galten die Brezen, Joghurts und Mohnschnecken zwischendurch nicht als Essen. Jetzt endlich fand ich die Zeit, nach dem Exorzisten, Verzeihung, Pater Jeremias zu googeln, und fand sogar ein Video auf YouTube. Der Typ hatte wirklich einen fantastischen Zahnarzt. »Wie sollten wir mit Besessenen umgehen?«, fragte gerade der Interviewer, den man auf dem Video nicht sehen konnte. Pater Jeremias Kopf war formatfüllend abgebildet und er lächelte so gütig, dass ich Zahnschmerzen bekam. »Mit Liebe, aber mit wahrer Liebe.« »Wahre Liebe?«, hakte der Interviewer nach. »Eine wahre Liebe, die aber für den Besessenen bedeutet, dass auch ihn der Wille Gottes erreicht, auch diesen speziellen Menschen.« »Was machen sie im Falle einer Besessenheit?« »Man muss auf diese Menschen zugehen, ihr Vertrauen gewinnen und ihnen dann klarmachen, was Sache ist.« »Was Sache ist?« »Es muss natürlich ärztlich abgeklärt sein,« erläuterte Pater Jeremias freundlich. »Nur, wenn ein Psychiater keine Erkrankung findet und tatsächlich eine Besessenheit vorliegt. Wie stellen sie denn fest, ob eine Besessenheit vorliegt?« Meist ist es ziemlich klar. Der Widerwille gegen christliche Symbole ist riesig, wenn man von einem Dämonen besetzt ist. Dieser Mensch hat dann eine tiefe Aversion gegen das Wort Gottes, gegen heilige Objekte wie das Kreuz, den Rosenkranz oder das Kreuzzeichen. Manchmal sind die Personen auch unerklärlich stark. »Ha!« machte Evelyn hinter mir. Ich erschrak so sehr, dass ich aufschrie. »Habe ich's nicht gesagt? Er ist ein Exorzist!« Ich schüttelte nur den Kopf, während sie sich den Pulli schnappte, den sie vergessen hatte. Ich ließ das Video weiter ablaufen. »Haben Sie schon einmal einen Exorzismus durchgeführt?« »Exorzismen werden nur von speziell ausgebildeten Menschen durchgeführt«, erklärte er. »Außer der Bischof erlaubt eine Ausnahmeregelung.« »Ha!« machte Evelyn schon wieder. »Der redet sich jetzt so richtig raus.« »Das hörte sich für mich auch so an. Leider hakte der Journalist nicht mehr nach, sondern sie unterhielten sich weiter über Homosexualität.« Etwas frustriert schaltete ich das Video aus. »Habe ich's nicht gesagt?«, wiederholte sich Evelyn. »Ja, ja«, bestätigte ich. »Aber wenn Sarah an einem Exorzismus gestorben wäre, dann hätte man doch irgendetwas gesehen.« »Wund male in den Händen«, sagte Evelyn und schauderte. »Verbrannte Lippen, durch die der Dämon hinausgefahren ist.« Anscheinend hatte sie sich richtig in das Thema eingearbeitet. »Du siehst zu viel fern,« sagte ich kopfschüttelnd. Draußen fuhr ein Pick-up-Schwung voll vor und Alex sprang heraus. Mit zusammengekniffenen Lippen drehte ich mich wieder zum PC und tat so, als würde ich meine Mails checken. Sein Treffen mit dem Schwarz hatte ich nämlich nicht vergessen. Er kam genauso schwungvoll in die Rezeption gestürmt und zog mich energisch von meinem Stuhl hoch. »Sophia«, sagte er. »Alex«. Er umarmte mich einen Tick zu lang und flüsterte mir ein Kompliment ins Ohr. »Ich hörte mir gerne an, dass ich fantastisch aussah, auch wenn das bei meiner aktuellen Verfassung vielleicht ein kleines bisschen übertrieben war.« »Was ist los?«, fragte Alex, als ich mich von ihm wegdrückte. »Ich habe dich gesehen,« informierte ich ihn kühl. »Ja und?«, fragte er und lächelte mich an. »Mit dem Schwarz«, fügte ich hinzu. »Aha«, sagte er noch immer lächelnd, und in meinem Bauch fing es zu kribbeln an. Vielleicht, weil er gleichzeitig noch meine Hand hielt. »Es hat ausgesehen, als würdet ihr Geschäfte miteinander machen.« »So sieht er immer aus«, sagte Alex fröhlich, als wäre er sich keiner Schuld bewusst. Er zog mich aus der Rezeption ins Freie. »Du brauchst einfach mehr Sonnenschein, meine Liebe. Was wollen wir denn heute machen? Oder fällt dir schon wieder etwas ein, das ich in meiner Jugend verbockt habe?« »Du hast mir Kaugummi in die Haare geklebt«, fiel mir dazu ein, während ich versuchte, standhaft zu sein und mich nicht von ihm einwickeln zu lassen. »Ach, meine Süße«, seufzte er, während ich aus den Augenwinkeln sah, dass Herr Schwarz oben auf der Straße energisch Richtung Wald ging. Ganz, als hätte ich ihn mit meinen schlechten Gedanken herbeigerufen. »Ich muss jetzt mal jemanden verfolgen, tut mir leid.« »Ich bin bestimmt bald wieder da«, sagte ich, so schnuckelig Alex auch sein mochte. »Verfolgen«, ich marschierte ohne weiteren Kommentar nach oben zur Straße. Alex folgte mir. »Du kannst da nicht mit«, sagte ich ärgerlich. »Klaro, grad jetzt hab ich Zeit.« »Aber natürlich.« »Das mit der Verbrüderungsaktion ist noch nicht vom Tisch«, flüsterte ich. »Verbrüderungsaktion«, fragte Alex ziemlich erstaunt und in normaler Lautstärke. Ich blieb so abrupt stehen, dass er in mich hineinlief. »Du musst dich eben entscheiden, entweder der Schwarz oder ich.« Er sah nach einem riesengroßen »Hä« aus. Hastig sah ich mich um, ob der Schwarz sich schon verdrückt hatte, aber ich sah ihn gerade noch auf einen schmalen Waldweg einbiegen. »Was soll das für eine Entscheidung sein?«, bohrte Alex weiter. »Ich habe dich gesehen mit dem Schwarz, auf dem Marktplatz. Du musst mir nicht sagen, was du da mit ihm am Laufen hast, aber er packte mich am Arm.« »Ich hab mit Schwarz nichts am Laufen.« »Sah aber ganz danach aus, mit Arm um die Schulter und Tätscheln des Arms und allem drum und dran, fauchte ich ihn an. »Ja, das macht er immer«, sagte Alex. »Sehe ich aus, als wollte ich vom Schwarz getätschelt werden?« Ich musste lachen. »Ich schwöre, ich mach keine Geschäfte mit dem Schwarz.« Ich drehte mich um und schlappte hastig hinter dem Schwarz her. Das war jetzt wichtiger als meine Auseinandersetzung mit Alex. »Darum warst du immer so reserviert,« stellte Alex hinter mir mit einem Lächeln in der Stimme fest, »und ich dachte schon, du hast was gegen mich.« »Was tut der da?«, flüsterte ich, als ich sah, dass der Schwarz hinter dem Campingplatz durch den Wald stiefelte. »Einen Spaziergang?« schlug Alex vor. »Du musst nicht mitkommen,« wisperte ich, aber Alex ging hinter mir weiter. »Ich pass mal lieber auf dich auf,« erklärte er mir. »Du hast nur Flipflops an.« »Ich weiß,« sagte ich und zog mir einige Kiefernadeln unter der Fußsohle hervor. »Der hat doch irgendetwas vor. Der geht im Leben nicht spazieren.« »Habe ich auch noch nie gesehen. Meistens fährt er mit seinem fetten, schwarzen SUV herum, auch im Wald. Wenn er zur Jagd geht, fährt er mit seinem Land Rover direkt vor den Hochstand,« bestätigte mir Alex meine Einschätzung und das auch mit viel zu lauter Stimme, wie ich fand. »Diese Umweltsau!«, erklärte ich flüsternd. Wir brauchten auch nicht lange spazieren zu gehen. Schwarz trat aus dem Wald hervor und stellte sich auf den Seeweg. Dabei sah er über das Wasser, als wollte er nur ein bisschen Rast machen. Ich ging hastig hinter einem Baum in Deckung und Alex tat es mir gleich. Vorsichtig kniete ich mich auf den mit Kiefernadeln bedeckten Boden und lugte hinter dem Stamm hervor. Alex hatte sich neben mich gesetzt und ließ mich nicht aus den Augen. »Hältst du ihn eines Mordes fähig?«, wollte ich wissen. Alex seufzte nur und ließ sich zu keiner Einschätzung hinreißen. »Der inspiziert wahrscheinlich schon mal das Gelände, um zu sehen, was er tun muss, damit man hier mit Golfwägelchen fahren kann.« »Golfwägelchen!«, stieß ich empört hervor und erinnerte mich wieder an den schönen, verwunschenen See. »Will der jetzt schon die Bäume fällen?« »Wo waren eigentlich die Naturschutzinitiativen, die mit Trillerpfeifen und Spruchbändern gegen den Schwarz demonstrierten?« »Oder er beobachtet Haubentaucher«, schlug Alex vor und zupfte mir ein kleines Ästchen aus den Haaren. »Wenn du nicht verkaufst, brauchst du dir über so etwas nie wieder Gedanken zu machen.« Alex' Finger glitten an meinem Hals entlang bis zu meiner linken Schulter. »Er hakt immer wieder bei mir nach, ob wir nicht doch die Brauerei loshaben wollen«, wisperte er. »Aber wollen wir nicht, auch wenn er meinen Arm titschelt.« Jetzt konnte ich mir ein breites Grinsen nicht länger verkneifen. »Tut mir leid«, antwortete ich etwas zerknirscht. »Es war wirklich nicht nett von mir, so gar kein Vertrauen in Alex zu haben, aber die Situation hatte echt komisch gewirkt.« »Du vermisst doch wohl nicht Kiel?«, flüsterte er, und seine Hand rutschte von meiner Schulter bis zur Taille. »Hamburg«, korrigierte ich ihn wispernd. Ich sah ihm in die Augen. Nein, Hamburg vermisste ich im Moment überhaupt nicht. Aber ich hatte ein bisschen genug von diesen Morden und von nörgelnden Österreichern. Und von Eveline, die mir vorhielt, nicht genügend Sex zu haben, und von Exorzisten am Campingplatz. »Ich finde es nämlich überhaupt nicht okay, wenn du zurück nach Kiel gehst. Hamburg.« Im nächsten Moment zog er mich in seine Arme. Aus den Augenwinkeln sah ich noch, dass ein zweiter Mann neben dem Schwarz stehen blieb. Ich stemmte mich gegen Alex' Brust und verengte die Augen. »Der Nörgel Österreicher«, zischte ich, und Alex seufzte tief. »Woher kennen die sich denn?«, setzte ich hinzu. »Vielleicht kennen sie sich gar nicht«, wandte Alex flüsternd ein und zog mich wieder näher zu sich. Seine Lippen berührten meine. »Stimmt, woher auch?« Der Österreicher hatte behauptet, noch nie in Bayern gewesen zu sein und vermutlich auch nie wiederzukommen, weil die Bayern nämlich ein unglaublich schwieriges Volk seien, das an allem und jedem etwas auszusetzen hatte. Außerdem waren die Qualitätsstandards auf deutschen Campingplätzen einfach nicht so hoch wie in Österreich oder in jedem anderen beliebigen Land. »Vielleicht fragt der Österreicher nur nach dem Weg«, schlug ich vor. »Während sich Alex' arme Feste um meine Taille schlossen.« Oder er erläuterte dem Schwarz seine Analyse über die bayerische Volksseele. »Du duftest so gut«, murmelte Alex, dem das Aufeinandertreffen der beiden Männer ganz offensichtlich egal war. Sie standen so dicht beieinander, als hätten sie sich etwas Wichtiges zu erzählen. Anschließend schlug der Schwarz dem Österreicher sehr kollegial auf die Schulter und ging wieder zurück Richtung Holzbrücke. Der Österreicher in Joggingklamotten rannte in die Gegenrichtung davon. Eine Weile küßten Alex und ich uns und ich schwebte kurz auf Wolke sieben. »Ich war nämlich schon elendlang nicht mehr geküsst worden und schon gar nicht so gekonnt.« »Natürlich kennen die sich«, sagte Alex abrupt und hörte auf zu küssen. »Die müssen ausgemacht haben, sich hier zu treffen.« »Wie kommst du darauf?«, wollte ich wissen. »Na, meinst du, der Schwarz bewegt seinen Hintern ohne Auto und ohne Grund in den Wald?«, erinnerte er mich. »Auch wieder wahr.« »Gerade hast du gesagt, dass er sein Hotelprojekt plant«, sagte ich. »Außerdem gibt man nicht komplett unbekannten Personen einen Briefumschlag«, erklärte mir Alex. »Briefumschlag?« Ich drehte mich zum Schwarz, der über den Seeweg Richtung Campingplatz lief. »Hab ich dich abgelenkt?«, fragte Alex grinsend und begann mich richtig abzulenken. Es vergingen zwei sehr ereignislose Tage. Der Österreicher fand nichts mehr zu nörgeln und die Ermittlungen der Polizei schienen auf der Stelle zu treten. Wie gut, dass wenigstens Alex verlässlich jeden Abend vorbeikam und mir den Tag mit Knutscherei am Steg versüßte. Auch Evelin war ziemlich ausgelastet, denn sie stellte massenhaft Joghurt in Gläsern her und betüttelte den Rest des Tages Uwe Kleinschmidt. Trotzdem hatte sie nicht vergessen, dass sie den Exorzisten des Mordes überführen musste und zwang mich dazu, mit ihr zur Kirche zu fahren und den Pfarrer um Hilfe zu bitten. Ich wäre lieber in der Rezeption geblieben und hätte dem Kommissar beim ratlos herumstehen zugesehen. »Ihr bin mir sicher, der Gittel ist heilfroh, wenn er uns helfen kann«, behauptete Evelin, als wir aus dem Auto stiegen. Sie hatte sich wie eine Besucherin des Vatikans ein schwarzes Kopftuch aufgesetzt und ich hatte den starken Verdacht, dass das Tuch aus dem Fundus meiner Nonna stammte. »Da ist gerade Gottesdienst«, sagte ich, als ich den Gesang aus der Kirche hörte. »Umso besser, dann ist er da«, antwortete sie und drückte die Seitentür der Kirche auf. Gerade sagte Pfarrer Gittel mit erstaunlich kräftiger Stimme, »Gesegnet bist du, Tochter von Gott, dem Allerhöchsten, mehr als alle Frauen auf der Erde. Gepriesen sei der Herr, unser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat.« Er war tatsächlich uralt. Wenn Evelin auf Unterstützung hoffte beim Kampf mit dem Exorzisten, sah ich ziemlich schwarz. Besorgt beobachtete ich, wie der Pfarrer sich auf dem Gebetsstuhl hinkniete. Der Messner, auch bestimmt schon um die neunzig, blieb neben ihm stehen. Vermutlich hatte er Angst, nicht mehr hochzukommen. »Der Gittel wird in den Marsch blasen«, zischte mir Evelin zu. »Wir singen Ave Maria Zart, Gotteslob Nummer 527, Strophen 1 bis 4«, sagte der Gittel und versuchte aufzustehen, gab es jedoch auf und sang im Knien. »Lasset uns beten, allgütiger Gott«, sagte der alte Gittel und versuchte erneut, sich zu erheben. »Erfolglos«, vermutlich musste ich nach der Messe einen Krankenwagen rufen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er einem Exorzisten den Marsch blies. »Wir danken dir, dass du uns durch deinen Sohn gerettet hast.« Besorgt beobachtete ich, wie der Messner nach dem Gottesdienst versuchte, den Pfarrer wieder in die Senkrechte zu ziehen. Mit einem »Na komm schon«, zerrte mich Evelin nach vorne, wo wir beide dem Messner assistierten. »Danke«, sagte der Gittel strahlend, als er endlich wieder stand und ging gemeinsam mit uns aus der Kirche. »Die Enkelin von Elianore Spitzinger«, erklärte Evelin gerade, »vom Campingplatz.« »Ihre Großmutter war eine wunderbare Frau«, erwiderte Pfarrer Gittel. »Das wusste ich natürlich. Vor allen Dingen war sie ständig in der Kirche, im Gegensatz zu mir.« Bei uns kennt gerade Pater Jeremias mit einer Jugendgruppe, kam Evelin sofort in Überlautstärke auf den wesentlichen Punkt. »Ach, haben Sie einen Kollegen am Platz?«, lächelte Pfarrer Gittel und reichte mir seine alte, faltige Hand. »Von wegen Kollegen«, fauchte Evelin empört. »Sie werden sich doch nicht mit einem Exorzisten auf eine Stufe stellen.« Pfarrer Gittel runzelte die Stirn. »Er ist doch kein Exorzist«, beruhigte ich Evelin und lächelte Pfarrer Gittel beruhigend an. »Es ist eine katholische Jugendgruppe.« »Eine Sekte«, verbesserte mich Evelin. »Oder was sagen Sie? Die Rekruten Christi sind eine Sekte.« »Sie haben die Rekruten Christi am Platz?«, fragte Pfarrer Gittel und seine Mine verfinsterte sich. »Na ja, ja«, sagte ich und schwächte etwas ab. »Einen Rekruten zumindest.« »Und da kommen Sie erst jetzt?«, rief Pater Gittel überraschend verärgert. »Siehst du«, lächelte Evelin zufrieden in meine Richtung. »Ich habe schon hinreichend Erfahrung mit dieser Sekte. Einer meiner Ministranten hat sich ihnen angeschlossen.« Die Mine des Paters verfinsterte sich. »Hat sich damals noch von mir verabschiedet. Ein wirklich sehr netter junger Mann, etwa 16 Jahre alt. Verantwortungsbewusst, empathisch und voller Liebe zu Gott. Er wollte sich unbedingt den Rekruten Christi anschließen. Gittels Augen wurden zu Schlitzen und er musterte mich ärgerlich, als wäre ich daran schuld. Er musste dazu in ein anderes Bundesland ziehen, in ein Camp. Das letzte Wort sprach er so scharf aus, dass ich die Spucke in der Sonne fliegen sah. Da kann man sich ja vorstellen, dass das nichts Gescheites ist, wenn man die Kinder von ihren Familien separieren muss, verhindern muss, dass sie sich mit ihren Freunden austauschen. »Siehst du«, stieß mich Evelin schon wieder begeistert an, als fühlte sie sich in allem bestätigt. »Ich hatte ihn gefragt, wieso machst du das?« Er hat geantwortet, »damit ich jeden Tag dreimal beichten kann.« »Hier im Himmel«, dachte ich mir, und schüttelte den Kopf. »Ich habe ihm angeboten, dass er auch bei mir jeden Tag beichten kann. Er war dort drei Monate. Dann hatte er ein Gespräch mit einem der Priester.« Er machte eine längere Pause, als wäre damit alles gesagt. »Und?« fragte Evelin sensationslüstern. Danach hat er sich aus einem offenen Fenster gestürzt. Evelin und ich sahen uns etwas ratlos an. Dahin konnte also tägliches Beichten führen. Mit dem Messner weiter über die Rekruten Christi schimpfend, gingen die zwei Alten zu einem uralten Audi 80. »Siehst du«, wiederholte sich Evelin flüsternd und sah den beiden gebannt hinterher. »Der hat sich vom Turm gestürzt, und Sarah wurde auch in den Tod getrieben.« »Moment«, sagte ich, und beobachtete besorgt, wie der Messner dem Pfarrer ins Auto half. »Jemand hat ihr mit etwas Hartem auf den Kopf geschlagen.« »Ja, nämlich Pater Jeremias«, schlussfolgerte Evelin. »Weil sie keinen Exorzismus über sich ergehen lassen wollt.« Kopfschüttelnd drehte ich mich um, aber Evelin folgte mir auf den Fuß. Als wir wieder am Campingplatz waren, trafen wir als erstes auf den Kommissar, der gerade zu seinem Auto ging. »Nix Neues?«, wollte ich wissen. »Nein«, antwortete er. »Ziemlich ausführlich begann Evelin zu berichten, was wir von Pfarrer Gittel erfahren hatten.« »Leider will der Pfarrer Gittel diesem Exorzisten nettes Handwerk legen. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen Einsehen haben und ihn verhaften.« Der Kommissar sah einigermaßen verzweifelt aus und verabschiedete sich mit der frustrierten Aussage, dass ihm schlüssige Beweise fehlten. »Schlüssige Beweise! Ich wette, der kommt mit seiner Tat davon«, sagte Evelin schlecht gelaunt. Da kam Kilian aus der Rezeption. Wahrscheinlich hatte er mir die Software installiert und alles zum Laufen gebracht, was es nur gab. Ich lächelte ihm zu. »Na, war's schön?«, fragte er freundlich. »Nein«, antwortete Evelin pampig. Kilian erstarrte, als hätte sie etwas Falsches zu ihm gesagt und stieß dann einen Schrei aus. Verwundert sah ich ihn an. »Er«, rief er, »was tut er denn hier?« »Er?« Ich drehte mich um und sah, dass Bärchen Uwe Kleinschmidt gerade über den Zeltplatz ging. »Das ist, das ist doch...« Kilian sprintete los und ich sah zu, dass ich ihn einholte. Egal, wer dieser Uwe Kleinschmidt war, Kilian schien gerade auszurasten. Leider war ich in meinen Flipflops viel langsamer als der junge Mann. Okay, vielleicht wäre ich auch so viel langsamer gewesen. Jedenfalls hatte Kilian den Kleinschmidt schon gepackt und gegen die Wand des Klohäuschens gedrückt. »Ruf den Kommissar«, rief ich Evelin zu, die etwas erschrocken in einiger Entfernung stand. »Was um alles in der Welt tust du denn hier?«, schrie er den Uwe an. »Kilian«, krächzte Uwe. »Wie? Die kannten sich?« Ich packte Kilian an den Oberarmen und versuchte, ihn wegzuziehen, was mir nicht gelang. »Du hast sie ermordet!« »Nein, Kilian, du weißt doch, du hast deine Wut an ihr!« »Nein, Kilian!« Uwe brachte kaum mehr einen Ton heraus, so fest hatte Kilian ihn gepackt. Meine Kräfte erlärmten bereits, und so sehr ich auch an Kilians Armen zog und zerrte, erschien gerade Bärenkräfte zu haben. Schließlich drängelte mich jemand zur Seite und packte Kilian. Der Kommissar. Er hatte die beiden in Windeseile getrennt. »Er ist Saras Onkel«, schrie Kilian. »Er hat sie verfolgt, auch schon zu Hause. Er war hinter ihr her.« »Ich war nicht hinter ihr her«, brummte Uwe und runzelte die Stirn. »Ich war auf gar keinen Fall. Willst du damit sagen, dass es Zufall ist, dass du hier bist?« »Moment«, unterbrach der Kommissar. »Er ist gleichzeitig mit der Jugendgruppe gekommen«, sagte ich, »also praktisch direkt danach.« »Ja, ja, ich wusste, dass Sarah hier sein würde, aber ich...« »Okay«, ruderte er zurück. »Ich bin hierher gefahren, weil ich wusste, dass Sarah hier sein würde. Aber doch nicht, um sie umzubringen. Ich sollte auf sie aufpassen.« Kilians Gegenwehr erlosch. Er starrte Saras Onkel an. »Aufpassen«, sagte er ungläubig und schüttelte die Hände des Kommissars ab. Ich nahm ihn bei der Hand und zog ihn zurück zur Rezeption. »Das lassen wir jetzt mal die Sorge der Polizei sein«, schlug ich vor. »Ich würde sagen, die können damit viel besser umgehen.« »Er ist der Bruder von Saras Mutter«, erzählte mir Kilian, während sich der Kommissar mit Uwe Kleinschmidt unterhielt. »Ein ganz schlimmer, schleimiger Kerl. Sarah hat ihn gehasst.« Kilian war den Tränen nahe und ich tätschelte seine Schultern. »Vielleicht wollte er ja tatsächlich auf sie aufpassen.« »So ein Unsinn, was wollte er denn da aufpassen?« »Das wusste ich auch nicht. Schließlich war Sarah diejenige, die auf die Kinder aufpassen sollte. Sie hatte nicht so gewirkt, als sei sie schutzbedürftig.« »Und gelungen ist es ihm auch nicht«, sagte er düster. Kilian hatte sich wieder beruhigt. Vielleicht lag es auch an den Tabletten, die ihm Evelyn aufgeschwatzt hatte. Auf jeden Fall ging er widerstandslos in sein Zimmer. Ich setzte mich auf das Bänkchen vor der Rezeption, während der Kommissar noch immer den Kleinschmidt befragte und sah eine Weile den Kindern zu, die auf dem Campingplatz herumtobten. Nach und nach wurden sie zum Abendessen zu den Wohnwegen gerufen. Evelyn tigerte am Campingplatz auf und ab, sichtlich unzufrieden mit der Situation. »Den Exorzisten sollt er befragen«, zischte sie. »Nicht Bärchen.« »Aber wenn der halt verdächtig ist«, sagte ich entspannt, »für mich wäre das die günstigste Lösung. Bärchen verhaftet, in zwei Tagen würde Pater Jeremias mit seinen Jugendlichen abreisen, und wenn ich Glück hatte, verlängerte auch der Österreicher nicht.« »Die können doch nicht allen Ernstes den Uwe verdächtigen«, sagte Evelyn empört und stemmte ihre Hände in die Hüften. »Sogar du hast ihn verdächtigt!« Ich wurde ein klein wenig rot, weil ich mich natürlich prima daran erinnerte, dass ich beide nackt beim Sex erwischt hatte. »Er hat sie angebaggert«, erklärte ich Evelyn. »Das haben Corinna und ich gesehen. Und auch... Ach, Unsinn, er hat sie doch nicht angebaggert.« »Ich sehe deutlich vor mir, wie er ihr den Arm um die Schulter gelegt hat. Und Corinna hatte doch wohl auch keine Tomaten auf den Augen. Und wann hätte er den Mord begehen sollen?« Ich horchte, aber aus der Rezeption kam kein Laut. Vermutlich war die Befragung doch schon zu Ende. »Er hat gesungen«, sagte ich, »und danach hat er Sarah gesucht. Und auch gefunden. Es gibt Augenzeugen.« »Ach, und dann wollte er... Keine Ahnung, er ist ihr danach vermutlich in die Scheune gefolgt.« »Das ist er nicht.« »Und dort ist es zu einer tragischen Verkettung. Das kannst du nicht wissen«, unterbrach ich meiner Ausführungen und nahm Bezug auf ihre letzte Äußerung. »Du warst ja nicht dabei.« »War ich wohl?« Ich sah sie eine Weile an und sie hob süffisant beide Augenbrauen. »Was willst du mir sagen?« »Dass ich den ganzen Abend bei ihm im Wohnmobil war.« »Im Wohnmobil«, echote ich. »Und was gemacht? Kanaster gespielt die ganze Nacht?« »Ich muss schon sagen, deine Ablehnung von Sex geht mir inzwischen zu weit.« »Ich lehne Sex nicht ab.« »Und wieso dann dieser Ton?« »Du kennst ihn doch gar nicht«, fuhr ich sie entnervt an. »Du hast ihn da gerade mal zehn Stunden gekannt.« Oh mein Gott, Eveline war wirklich die Härte. Sie konnte doch unmöglich mit Uwe Kleinschmidt nach einem fröhlichen Singabend... Naja. »Wieso eigentlich nicht?« »Schließlich war er ihrer Altersgruppe.« »Aber hüpfst gleich mit ihm in die Kiste.« »Na ja, jetzt kenne ich ihn.« Eveline verdrehte die Augen. »Du dagegen wartest noch hundert Jahre, bis du mit Alex oder dem Kommissar in die Kiste springst.« Im selben Moment ging die Tür auf und der Kommissar trat aus der Rezeption. Ich meinte, im Erdboden versinken zu müssen. »Ich hoffe nur, dass die Polizei weiß, dass Bärchen ein Alibi hat für die Mordnacht. Und was für eins«, sagte Eveline, als hätten wir in den letzten Minuten nur von Alibis gesprochen. Irgendwie hatte ich den Verdacht, dass der Kommissar unsere Unterhaltung doch gehört hatte und ich spürte, dass ich einen heißen Kopf bekam. Eveline hatte damit überhaupt keine Schwierigkeiten. »Herr Kleinschmidt hat tatsächlich behauptet, er hätte ein Alibi«, erklärte der Kommissar und sah Eveline intensiv an. »Ja, mich«, flötete Eveline. »Ich kann bezeugen, dass er die ganze Nacht das Mondmobil nicht verlassen hat.« Kapitel 16 Am nächsten Morgen informierte mich Eveline als allererstes über den neuesten Stand der Ermittlungen. »Also Bärchen ist raus aus dem Fall«, sagte sie zufrieden, während sie Kaffee aufsetzte. »Saras Mutter hat bestätigt, dass sie ihren Bruder gebeten hatte, auf Sarah aufzupassen. Sie hat sich Sorgen gemacht, nicht so unrecht, wie man ja weiß«, erklärte sie mir. »Man sieht ja, was passiert, wenn man mit einem Satanisten unterwegs ist.« Ich seufzte, nickte und dachte, schade, weil das die einfachste Lösung gewesen wäre und endlich der Mord aufgeklärt gewesen wäre. Eveline verschwand zufrieden im Campingladen. Sie hatte Gott sei Dank den Semmelverkauf wieder übernommen und ich ging mich umziehen, weil ich eine Runde schwimmen wollte. Nichts war schöner, als am Morgen schwimmen zu gehen. Als ich im Bikini durch die Rezeption ging, sah ich, dass mein geliebter Österreicher ein Bild von der Birke am Strand geschossen und mit rotem Stift auf eine Karte geschrieben hatte »Gefährdung für Badende«. Ich verdrehte die Augen und schrieb Alex eine Nachricht, ob er sich die Birke ansehen könne. Dann wollte ein kleiner Steppke noch Eis haben, aber ich behauptete, dass die Eistruhe jetzt versperrt sei. »Quasi automatisch um diese Uhrzeit«, und er zog unzufrieden wieder ab. Schließlich genoss ich mein morgendliches Bad im See, ganz alleine. Nur der Gröning saß unten auf der Treppe. Trotz seines hohen Alters hatte er sich auf die Treppe gesetzt und nicht auf die Bank und ließ seinen Blick auf dem stillen See ruhen. Als ich wieder in die Rezeption kam, installierte Kilian irgendwelche Programme auf dem Computer, die ich seiner Meinung nach dringend brauchte. Ich schenkte ihm und mir Kaffee ein und holte uns dann noch je eine Brezel. Danach stellte ich mein Frühstück auf den Baumstumpf neben die Bank und sah eine Weile zufrieden zu, wie ein Haufen kleiner Kinder an mir vorbeilief. Eines davon fiel hin und blieb laut heulend liegen, das Gesicht im Dreck. »Na, na«, sagte ich und hob das Kind auf, um es wieder auf die Beine zu stellen. Vielleicht aus Schreck oder weil es tatsächlich vergessen hatte, weiter zu weinen, rannte es davon. Noch immer höchst zufrieden, ich kam mir gerade tatsächlich wie eine richtige Campingplatzbesitzerin vor, setzte ich mich auf das Bänkchen, trank Kaffee und checkte meine Nachrichten auf dem Handy. Meine Schwester hatte mir gewhatsappt. Stell dir vor, dein Macker ist mit einer Frau im Fischereihafenrestaurant gewesen und hat Pfeffersteak vom Thunfisch gegessen. So genau wollte ich das nicht wissen, schrieb ich zurück. Meine gute Laune verpuffte gerade. »Mit Wasabi-Püree«, setzte sie noch eins drauf. »Und die Frau sah aus wie du.« »Das wollte ich noch weniger wissen.« »Nur in Jünger.« »Prima«, schrieb ich zurück und setzte einen kotzenden Emoji dahinter. »Hätte ich ihm meinen Wein in den Schoß schütten sollen?« Danach kam noch ein etwas verschwommenes Bild von der Neuen und meinem Noch-Ehemann. Irgendwie frustrierend, was für schlimme Gedanken man bekam, wenn man sich seinen Noch-Ehemann mit einer jüngeren Frau vorstellte. Auch wenn es zwischen uns schon lange nicht mehr so gewesen war wie früher, tat es ziemlich weh, so schnell ersetzt worden zu sein. Ich hörte Schritte neben mir, sicher Eveline, die schon wieder etwas über Satanisten herausgefunden hatte, und sagte zu ihr, »Und jetzt mal ganz ehrlich, ist diese blöde Tussi hübscher als ich?« Als ich ihr das Handy hinhielt, um das Aussehen der Neuen zu beurteilen, bemerkte ich, dass ich mich ziemlich geirrt hatte. Vor mir standen Alex und der Kommissar. Der Kommissar sah mich etwas überrumpelt an, während Alex mir sofort das Handy aus der Hand nahm und sich das Bild größer wischte. »Gib her«, sagte ich und wurde knallrot. »Ich dachte, es ist Eveline.« »Ich kann das besser beurteilen als Eveline«, sagte Alex, und ich bemerkte, dass auch der Kommissar auf das Display sah. »Also ihr würd' dich wegen der nicht abservieren«, sagte er, machte aber keine Anstalten, mir das Handy zurückzugeben. »Gib mir mein Handy wieder«, sagte ich und streckte die Hand aus. Der Kommissar sagte gar nichts, sondern beendete unseren Konflikt mit den Worten, »Ich würde gerne noch einmal mit Josef Glundner sprechen.« »Sie verdächtigen doch wohl nicht ernsthaft den Sepp?«, fragte der Alex. Ich stand auf und entwand ihm mein Handy. »Ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, dass der Sepp so etwas macht«, sagte ich zum Kommissar. »Ich seh mir mal die Birke an«, erklärte Alex, während er mir demonstrativ einen Kuss auf die Lippen pflanzte. Anscheinend, um dem Kommissar klarzumachen, dass er die Finger von mir lassen sollte. »Es ist die Birke unten am Strand«, gab ich ihm mit auf den Weg und wandte mich wieder an den Kommissar. »Der Sepp ist nicht so der planende Mensch«, war ja schon ein Unterschied, ob man spontan irgendwelche Barbie-Puppen zusammenmähte oder einen Menschen umbrachte. »Vor allen Dingen kann ich mir nicht vorstellen, dass er das so raffiniert machen würde«, überlegte ich. »Wollen Sie einen Kaffee haben?« »Der Sepp ist eh noch nicht da.« Der Kommissar setzte sich brav auf das Bänkchen, während ich ihm in meiner geliebten Blümchentasse einen Kaffee kredenzte. Inzwischen wusste ich, dass er den Kaffee mit etwas Milch und ohne Zucker trank. »Dieser jemand hat es ja darauf angelegt, dass es als Unfall durchgeht«, spekulierte ich. »Das muss jemand sein, der über die Situation nachgedacht hat und dann strukturiert vorgegangen ist.« Ich setzte mich neben den Kommissar und wir beide sahen zu, wie Alex zusammen mit den Hetzeneggers an den Strand ging. Mal sehen, ob die Birke tatsächlich, genauso wie mein Klohäuschen, der Steg und das Abspülhäuschen, eine Gefährdung für die gesamte Westpalae Arktis darstellte. »Nochmal, der Sepp kann eigentlich nur Rasenmähertraktor fahren und Laubrechen. Und er ärgert sich nur, wenn sich ihm jemand in den Weg stellt.« »Mag sein«, sagte der Kommissar und lächelte mich an. Ich lächelte zurück. Dann sahen wir, wie der Österreicher sich neben Alex stellte und ich bemerkte zufrieden, dass der Alex den Kopf schüttelte und der Österreicher einen roten Kopf bekam. »Könnten Sie mir noch einmal sagen, was genau an dem Tag des Mordes passiert ist?«, fragte der Kommissar seufzend und nahm einen Schluck Kaffee. »Ich ging in mich«, erzählte noch einmal das mit dem kollektiven Singen, dem Sturm und mit der Suche nach der Ursache des Kurzschlusses. »Es ist also der FI-Schalter geflogen«, murmelte der Kommissar. »Mhm.« »Von den Jugendlichen haben Sie niemanden gesehen«, fragte er. »Ich dachte noch ein Weilchen nach. Naja, als ich mit dem Gröning zur Wiese hinübergegangen war, waren sie mir auf dem Weg zum Klohäuschen entgegengekommen, dort, wo sie sich während des Gewitters untergestellt hatten. Klohäuschen. Ich starrte eine Weile auf das Klohäuschen und irgendetwas kam mir gerade komisch vor, aber ich konnte nicht benennen, was es war. Die Jugendlichen sind ins Klohäuschen gegangen. Pater Jeremias hatte gefragt, »Stimmt, den hatte ich auch getroffen«, fiel mir wieder ein. Er hatte gefragt, ob sie sich im Klohäuschen unterstellen dürfen. Wir sahen uns eine Weile an. »Und ich habe gesagt, sowas brauchen Sie doch nicht fragen. Ist doch wohl logisch, wenn Ihnen die Zelte wegschwimmen.« Der Kommissar stand auf und ging in Richtung Zeltlager. Mir schlug das Herz im Hals. Ich wusste selbst nicht, wieso. Widerstrebend ging ich zurück in die Rezeption, da Kilian mich gerufen hatte. Er hatte die neue Software installiert. Seit er hier war, funktionierte einfach alles. Ich hätte ihn am liebsten eingestellt. Was natürlich Quatsch war für jemanden, der verkaufen wollte. »Ich muss mich um die Software kümmern«, WhatsAppte ich Alex, »Kommst du alleine, Claire?« »Darf ich ihm einmal aufs Hirn hauen?« kam prompt die Antwort, und ich wusste natürlich, wen er meinte. »Die Birke ist komplett in Ordnung. Ich hole dich morgen Abend ab und wir fahren nach Regensburg.« »Okay«, schrieb ich zurück. »Nein, jetzt nicht speichern«, sagte Kilian hilfreich neben mir, weil ich mit meinen Gedanken halb bei der Birke und halb bei einem romantischen Abend in Regensburg war. Kilian zog sein Handy heraus, als es ein Geräusch von sich gab. Er las die Nachricht, aber im nächsten Moment zeigte er mir schon wieder, wo ich wie oft hinklicken musste. »WLAN für die Gäste wäre vielleicht doch nicht so schlecht«, sagte ich überlegend. »Hm, finde ich auch«, nickte er und seufzte dann schwer. Ich sah ihn von der Seite an und bemerkte, dass er schon wieder auf sein Handy starrte, obwohl es gar nicht gedingelt hatte. Ich linste auf sein Display und sah, dass er einen Kontakt angeklickt hatte und das Bild dazu ansah. »Sara«. Vorsichtig stupste ich ihn an und er zuckte zusammen. »Schon gut«, murmelte er und wollte das Profilbild wegklicken. Aus Versehen erwischte er jedoch die Anruftaste und es klingelte. Es war eigenartig, das Telefon eines Toten anzurufen, fast als würde man mit dem Jenseits telefonieren. Kilian starrte wie paralysiert auf sein Handy und war nicht in der Lage, das Klingeln wegzudrücken. Es da fiel mir auf, was eigentlich falsch war. Es klingelte tatsächlich. Nicht etwa auf seinem Handy, sondern draußen vor der Rezeptionstür. Mit einem Aufschluchzen drückte Kilian das Gespräch weg. »Da hat was geklingelt«, wiederholte ich das Offensichtliche und wir sahen uns erschrocken an. »Ruf noch einmal an.« Kilian drückte auf Wahlwiederholung und ich stand auf. Leise schlich ich in Richtung Rezeptionstür. Und ja, Schleichen war definitiv nicht notwendig. Oder erwartete ich etwas? Dass jemand vor der Tür stand? Ich trat nach draußen, das Klingeln wurde lauter und ich drehte mich nach rechts. Dorthin, wo das Bänkchen stand und der Baumstumpf, auf dem man so schön seine Kaffeetassen oder Ramazotti-Gläser aufstellen konnte. Es klingelte noch immer. Ich kniete mich auf das Bänkchen und beugte mich über den Baumstumpf. Das Klingeln wurde noch lauter und ich sah einen Lichtschein in dem Ritz zwischen Hauswand und Baumstumpf. Als ich meine Hand ausstrecken wollte, sagte Kilian, »Stop!« hinter mir und »Fingerabdrücke!« Er reichte mir ein Geschirrtuch aus der Rezeption und ich fischte das Handy heraus. Man sah groß das Bild von einem lächelnden Kilian, das sofort schwarz wurde, als er auflegte. Danach war ich ganz brav und informierte den Kommissar über unseren Fund. »Sie hatte als Passwort die Telefonnummer ihrer Großeltern«, sagte Kilian hilfsbereit. »Drei, drei, vier, acht.« Ich stellte mich unauffällig so hin, dass ich sehen konnte, was der Kommissar machte. Er sah sich die letzten Anrufe von dem Handy an. Ich linste auf das Datum. Sarah hatte schon ewig nicht mehr telefoniert. »Sie wollte tatsächlich ihr Handy laden«, stellte ich fest. »Soll ich Ihnen was sagen?« »Ich glaube, sie hat mit Sepp gestritten, weil sie seine Kabelrolle haben wollte. Er hat sie ihr weggenommen und daraufhin hat sie sich anders behelfen müssen. Nämlich mit dem Kabel vom Gröning. »WhatsApp«, flüsterte ich dem Kommissar ein und zeigte ihm das Symbol. Brav berührte er das Symbol und man sah den Chatverlauf. »Die letzten Nachrichten sind überhaupt nicht rausgegangen«, stellte ich verblüfft fest. »Man hat hier einen ganz schlechten Empfang«, sagte Kilian. »Die letzten Nachrichten hat sie gegen 20 Uhr an Mumien und Griselchen geschrieben«, sagte der Kommissar und sah Kilian an. »Am Tag ihres Todes?« »Um genau 20.05 Uhr«, sagte er. »Das war 20 Minuten, bevor ich sie entdeckt hatte.« Davor hatte sie mehrere Tage nichts auf WhatsApp geschrieben. »Und wer ist das?«, fragte ich Kilian. »Und was genau hat sie geschrieben?« »Mumin ist ihre Mutter und Griselchen ihre frühere beste Freundin«, erklärte Kilian. Ich verlagerte meinen Schwerpunkt auf das andere Bein und konnte deswegen prima mitlesen, was Sarah an Griselchen geschrieben hatte. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin schwanger.« An ihre Mutter hatte sie geschrieben, »Bitte hol mich ab.« Sie war schwanger, erinnerte ich mich. Fanny hatte das bereits angedeutet, die Sache mit dem Schwangerschaftstest. Wie hatte ich das nur vergessen können? Warum war ich dem nicht nachgegangen?« »Das wissen wir«, erklärte der Kommissar. Ich war augenblicklich erleichtert. Immerhin hatte mein Versäumnis die Ermittlungen nicht aufgehalten. »Nicht von mir«, erklärte Kilian vehement und wurde rot. Kapitel 17 Es wurde Abend, die Nacht senkte sich über den Campingplatz und es war wunderbar ruhig und still. Eveline war schon wieder verschwunden. Ob bei Uwe Kleinschmidt oder in ihrem Zimmer, wusste ich nicht. Ich jedenfalls duschte noch ausgiebig, putzte die Zähne und schlüpfte in ein altertümliches Nachthemd meiner Nonna. Es war ganz weiß und mit üppigen Rüschchen besetzt. Irgendwann würde ich dann doch nach Hamburg fahren und mir Kleidung holen müssen. Zum Shoppen nach Regensburg zu fahren, kam wohl nicht in Frage, bei den finanziellen Problemen, die ich momentan hatte. Ich ging noch kurz auf den Balkon vor mein Schlafzimmer, um eine Weile die himmlische Ruhe zu genießen. Über den noch hellen Himmel hinter dem Wald sah ich zwei Fledermäuse flitzen, die sich schließlich wagemutig in die Tiefe stürzten. Ich dachte an die schwangere Sarah, an Kilian, der davon offensichtlich nichts gewusst hatte, und an den Kommissar, der jetzt Leute aus Saras Umfeld befragte. Ich konnte die Wiese sehen, auf der die Jugendgruppe kämpfte. Auch dort war es still und leise. In den Zelten leuchteten keine Taschenlampen mehr, vielleicht gab es neben dem Handyverbot auch ein Lampenverbot. Die Scheune erhob sich groß und dunkel hinter den Zelten, und dieser Anblick erfüllte mich mit Traurigkeit. Hätten wir doch nur schneller die Scheune kontrolliert, der Gedanke machte mich richtig fertig. Gerade wollte ich mich umdrehen und ins Haus zurückgehen, als ich eine Gestalt bemerkte, die Richtung Wiese ging. Ich verengte die Augen und beugte mich über das Balkongeländer. Wer war das? Kilian? Was hatte er vor? Ich erinnerte mich an Evelins Worte, dass wir Kilian überhaupt nicht kannten. War er etwa gar nicht der traumatisierte junge Mann, sondern doch ein Mörder? Ich schnappte mir mein Handy und wählte die Handynummer von Jonas Schneider. Belegt. Ich öffnete WhatsApp und schickte ihm eine sehr atemlose Sprachnachricht. Ich gehe jetzt zum Jugendcamp hinüber. Ich habe das schlechte Gefühl, dass dort gleich etwas passiert. In der Ferne rief ein kleines Kreuzchen, und erschreckt warf ich das Handy auf mein Bett. Eilig in meinem weißen Nachthemd und Flipflops rannte ich die Treppe hinunter, auf den Platz hinaus und zur Straße hoch. Ich hörte und sah nichts. Wo war Kilian abgeblieben? War er in der Scheune? Die Nachtluft strich mir kühl über die nackten Beine, während mich einzelne Grashalme kitzelten. Mein Herz schlug mir irgendwo im Hals, und als ich vor der Scheune stand, fiel mir auf, dass ich mein Handy nicht mitgenommen hatte. Mist. Tatsächlich hörte ich eine Stimme im Inneren der Scheune. So viel ich wusste, war es den Kindern inzwischen verboten, die Scheune zu betreten. Ich lehnte mich gegen die Wand und lauschte angestrengt. Erst konnte ich kein Wort verstehen, dann war es eine Weile still, und schließlich hörte ich Pater Jeremias sagen, »Am besten im Ort, vor der Kirche.« Dann wieder ein paar Sekunden schweigen. Unterhielt er sich gerade mit Kilian? Ich dachte, Kilian hasste Pater Jeremias. Wieso unterhielten sie sich dann mitten in der Nacht in der Scheune? Es hörte sich nicht so an, als würden sie sich streiten. Ich denke, ich brauche 15 Minuten. Kilian und Pater Jeremias? In meinem Kopf bildeten sich sofort neue Hypothesen zum Tathergang. Sie waren zu zweit gewesen, natürlich. Wieso, das war mir auf die Schnelle nicht ganz klar, aber das erklärte zumindest, weshalb alles so schnell und lautlos über die Bühne gegangen war. Okay, bis dann, sagte Pater Jeremias noch. Dann hörte man nichts mehr. Etwas verspätet fiel mir auf, dass Kilian gar nichts geantwortet hatte. Ich hatte gar niemand anderen gehört. War es ein Telefonat gewesen? Erschrocken presste ich mich fest gegen die Wand, als das Scheunentor aufgeschoben wurde. Inzwischen hyperventilierte ich so stark, dass ich meinte, ohnmächtig zu werden. Das war mein Ende. Pater Jeremias würde mich entdecken und sofort umbringen. Tatsächlich trat Pater Jeremias heraus. Gerade steckte er ein Handy in seine Jackentasche. In der linken Hand trug er ein mittelgroßes, glänzend-schwarzes Köfferchen. Ohne sich umzudrehen und mich zu entdecken, ging er los. Ich hielt eine Weile erleichtert die Luft an und versuchte, mich zu beruhigen. Wenn ich keinen Laut von mir gab, würde er mich nicht entdecken. Er fühlte sich wahrscheinlich unbeobachtet, denn er lief zielstrebig an dem Gemeinschaftszelt vorbei. Keineswegs zu seinem Zelt. Ohne zu zögern, steuerte er auf die Landstraße zu. Wie bitte? Er hat ein Handy, war das Erste, was ich dachte. Und das, wo er selbst das Handyverbot ausgesprochen hatte. Und das Zweite war, der Exorzist war in 15 Minuten verabredet, mit Köfferchen, vor der Kirche, mitten in der Nacht. Und wo um Himmels Willen war Kilian? Hatte Pater Jeremias ihn vielleicht in der Scheune ermordet und machte sich jetzt aus dem Staub? Ich schob das Scheunentor auf und schaltete meine Taschenlampe ein. Leer. Und im selben Moment fiel mir eine Menge mehr ein. Pater Jeremias, der mich während des Sturms gefragt hatte, ob seine Schützlinge sich im Klohäuschen unterstellen konnten, wo nichts normaler gewesen wäre, als in die Scheune überzusiedeln. Auch wenn er sich nicht getraut hatte, sie einfach zu benutzen, er hätte mich ja nach der Scheune und nicht nach dem Klohäuschen fragen können. Die Kinder hätten mit ihren Schlafsäcken alle in die Scheune übersiedeln können. Konnte ein Mann so komplett weltfremd sein? Außer natürlich, Pater Jeremias hatte schon vorher gewusst, was er in der Scheune finden würde. Andererseits hatte er die Polizei gerufen, was ich nicht gemacht hätte, wenn ich der Mörder wäre. Ich rannte aus der Scheune. Im weiter Ferne sah ich mit eiligen Schritten Pater Jeremias an der Landstraße entlangwandern. Moment, da waren noch etliche Fragen offen, fand ich. Und die würde ich ihm jetzt gleich stellen. Zum Beispiel, wieso das Handy von Sarah hinter meinem Baumstumpf gelegen hatte. Ich gab in meinen Flipflops richtig Gas. Meine Fußsohlen brannten und meine Brüste hüpften, während ich versuchte, Pater Jeremias einzuholen. Dieser schien bemerkt zu haben, dass ich ihm auf den Fersen war. Nun gut, laut genug war ich bestimmt. Erst kurz vor dem Ortsschild zeigte sich, dass meine Kondition besser war als seine. Er sah mich etwas entgeistert an, als ich ihn überholte. Was machen Sie da? fragte er und sah mich von oben bis unten an. Ich zupfte mein gerüschtes Nachthemd gerade. Das muss ich Sie fragen, sagte ich böse. Wohin sind Sie unterwegs? Ins Haus Gottes. Ach was, sagte ich. Sie machen sich aus dem Staub, nachdem Sie Sarah umgebracht haben. Unsinn, sagte er mürrisch. Sie beherbergen den Mörder bei sich im Haus. Lassen Sie sich nicht täuschen. In seinen Augen flackerte etwas, das ich nicht benennen konnte. Sie haben mich lange genug getäuscht, sagte ich. Aber seit ich weiß, dass Sarah schwanger war, ist mir alles klar. Und gerade ist mir eingefallen, dass Sie schon längst wissen mussten, dass Sarah in der Scheune lag. Oder wieso haben Sie sonst inmitten eines schlimmen Sturms die verängstigten Kinder davon abgehalten, in die Scheune zu gehen? Pater Jeremias sah mich mit teuflisch funkelnden Augen an. Sie haben Sarah umgebracht, weil sie ein Kind von Ihnen bekommen hätte, behauptete ich ins Blaue hinein und erkannte an seinem Blick, dass ich richtig lag. Triumphierend sah ich ihn an. So viel detektivischen Spürsinn hatte er mir bestimmt nicht zugetraut. Sie haben sie niedergeschlagen, weil Sarah mit ihrer Mutter telefoniert hätte. Sie haben sie erst niedergeschlagen und dann Wasser geholt, um sie darin zu ertränken. Als ich sah, wie sich sein Gesichtsausdruck veränderte, fiel mir auf, wie bescheuert ich schon wieder einmal war. Ich stand hier, Mutterseelen allein auf der Landstraße, rechts und links, nur Felder. Auch ein übermenschlicher Schrei hätte jetzt nicht gereicht, um irgendjemanden zu Hilfe zu rufen. Und das, was ich in Pater Jeremias Augen sah, erinnerte mich nicht an christliche Menschenliebe. Sie wollte mich damit zur Grunde richten, pauchte er mich an, und er sah ein bisschen so aus, als wäre er von einem Dämon besessen. Bevor ich einen verbalen Rückzug einleiten konnte, hatte er mich schon am Hals gepackt und drückte zu. Sie wollte, dass ich meine Karriere ihr und diesem Balk opfere. Sie wollte mich öffentlich brüskieren, sofern ich mich nicht zu ihr und dem Kind bekennen würde. Ein paar Sekunden krächzte ich noch und hielt seine Handgelenke umklammert. Aber der Pater war viel stärker als ich, und während ich darum kämpfte, wieder Luft zu bekommen, sah ich schon vor meinem inneren Auge, wie es ausgehen würde. Ich, leblos im See am Hirschgrund, gefunden von einem Angler im nächsten Frühjahr. Und alles nur, weil ich komplett blöd war. Im nächsten Moment hörte ich jemanden schrill schreien. »Regna terre, cantate deo, psalite domino!« Hatte ich wegen des Sauerstoffmangels schon Halluzinationen? Dann bekam ich plötzlich wieder Luft, weil der Pater erschrocken vor mir zurückwich. »Ki vehitur per celus, celus anticos!« »Eveline!« Sie hatte das große Kreuz aus der Küche meiner Nonna abgenommen. Das Palmsträuschen bommelte noch wie ein kleiner Leichnam daran. In der anderen Hand hielt sie ihr Handy und las ab. »Ekze edit vocem suam!« Ihr Gesicht wurde gespenstisch von dem Display des Smartphones beleuchtet. Dann zog sie aus einer Umhängetasche eine Plastikflasche hervor, spritzte damit in die Richtung von Pater Jeremias und schrie mit schrillem Unterton, »Weiche, Satan! Weiche, Satan!« Ich rang nach Luft, während auch ich mit Wasser bespritzt wurde. Hinter Eveline lugte Milo hervor und schaute eher verständnislos auf das Szenario. Dann trat Kilian in Erscheinung, holte mit der Faust aus und schlug dem Pater mitten ins Gesicht. Wie ein gefällter Baum fiel dieser einfach um. Im selben Moment hielt mit quietschenden Reifen ein Auto neben uns und Kommissar Jonas Schneider sprang heraus. »Hab ich doch immer gesagt, dass es der Exorzist war!« sagte Eveline, während ich schlotternd die Arme um mich schlang. Inzwischen merkte ich deutlich, dass ich nur ein Nachthemd und Flipflops trug. Noch immer hielt Eveline das Kreuz auf den bewusstlosen Pater Jeremias gerichtet. »Ich hab mich schon vor Tagen auf die Ergreifung vorbereitet«, erklärte sie. »Dacht mir, vielleicht sollte man mal bei ihm einen Exorzismus durchführen. Hab mir extra noch Weihwasser besorgt. Ich glaub ja, dass das Weihwasser ihm den Garaus gemacht hat.« Ich glaubte eher, dass Kilians Kinnhaken ihm den Rest gegeben hatte, aber da ich gerade keinen klaren Kopf hatte, war es durchaus vorstellbar, dass es die Kombination von Weihwasser, Rosenkranz und Kreuz gewesen war. Der Kommissar sah mich von oben bis unten mit einem Kopfschütteln an. »Hatten wir das nicht zur Genüge besprochen?«, fragte er, und seine Stimme klang ein klein wenig verzweifelt. »Ich dachte, ich muss irgendwelche Kinder vor dem Tod retten«, murmelte ich, während meine Zähne aufeinander schlugen. Wortlos zog sich der Kommissar seinen Pullover aus, reichte ihn mir und forderte per Telefon Verstärkung an. »Man sieht, dass du keinen BH trägst,« verriet mir Evelin flüsternd. Das wollte man natürlich in so einer Situation hören. Und wer bitteschön trug unter seinem Nachthemd einen BH? Evelin jedenfalls war gekleidet, als hätte sie das mit dem Exorzismus schon bei der Kleiderauswahl geplant, komplett in schwarz und geschminkt. »Sie gehen jetzt bitte beide zurück ins Haus,« wies der Kommissar Evelin und mich an. »Und Sie bleiben hier bei mir, Kilian.« Evelin nickte und bevor wir eingehakt zurück zum Campingplatz wanderten, hielt sie dem Kommissar noch das Kreuz hin. »Vielleicht sollten Sie es hier behalten, falls er wieder aufwacht, dieser Satanist.« Epilog Am nächsten Tag stand das kleine Häuschen von Klaus und Gruber. Es war fantastisch, wie schnell man so ein Haus aufstellen konnte und es sah tatsächlich ungemein niedlich aus. Einladend, wertete den Campingplatz auf. Meine gesamten Dauercamper waren irre stolz, vor allen Dingen, weil sie sich mehr dafür ins Zeug gelegt hatten als ich. Aber einen Teufel würde ich tun und ihnen zustimmen. Auf dem Weg zur Rezeption hörte ich den Hetzenägger sagen, »Jetzt können Sie quasi nicht mehr verkaufen. Ich habe auch schon das feste Giebelzelt bestellt, mit dem Erker Forsthaus, komplette Innenauskleidung, Thermomaterial. Das Dach ist begehbar.« Der Diamant auf dem Campingplatz fügte seine Frau die Froni hinzu. Isolierverglaste Kunststofffenster, Fensterblenden zum Ab- und Aufrollen, erklärte der Hetzenägger stolz weiter. »Und Gardinenschienen?« vervollständigte Froni. »Morgens suche ich mehr Gardinen aus.« »Wahnsinn«, bestätigte die Schmidt-Kunst und hängte sich bei ihrem Mann ein. Das musste doch zu stornieren sein. Die konnten sich nicht häuslich auf einem Campingplatz einrichten, den ich verkaufen wollte. Jetzt verstand ich auch, wieso sich der Hetzenägger so für das Häuschen ins Zeug gelegt hatte. Wahrscheinlich würde er mit Klaus und Gruber gleich heute noch ausmachen, wie das mit dem Klohäuschen weitergehen sollte. »Winterfest«, würde er sagen. »Winterfest« wäre uns ganz wichtig, weil ich es nicht einsehe, wie so im Oktober Schluss sein soll. So ein Wohnwagen ist schnell aufgeheizt im Winter und mein neues Vorzelt ist sogar Schneebruchfest. »Wie gut, dass du Sophia helfen konntest«, lobte die Schmidt-Kunst Evelin, die ebenfalls das Häuschen bewunderte. »Ja, ich hab sie von meinem Balkon aus auf der Landstraße entlang segeln sehen, in einem weißen gerüchten Nachthemd, vorneweg der Exorzist, und da war mir alles klar. Ich war so schnell ins Esszimmer, das Kreuz von der Wand und hinterher«, erzählte Evelin, als wäre sie Spezialistin für Rettung verarmter Campingplatzbesitzerinnen. »Und du hast ihm den Teufel ausgetrieben«, hörte ich Vroni bewundernd seufzen, »dass du dich desgetraut hast.« »Ich hatte ja das Kreuz dabei«, sagte Evelin. »Das macht diesen Besessenen richtig Angst. Heilige Dinge sind für Dämonen das Schlimmste überhaupt. Da dreht sich denen der Magen um, hatte mir extra noch jede Menge Weihwasser besorgt und auch noch eine Knolle Knoblauch in der Hosentasche stecken«, verriet sie uns. »Wie, Knoblauch? Für den Fall, dass er von einem Vampir besessen gewesen wäre?« »Ich verstehe nur nicht, wieso dieser Pater Jeremias dann die Polizei gerufen hat. Wenn er das nicht getan hätte, wäre vermutlich nie herausgekommen, dass es ein Mord war«, sagte Evelin kopfschüttelnd. »Das war ziemlich ungeschickt von ihm.« »Das verstand ich auch nicht. So wie ich den Polizisten Brunner einschätzte, hätte er das alles schon so hingebogen, dass es wie ein Unfall ausgesehen hätte. Wie gut, dass mein Kommissar gekommen war.« »Wieso hätte ich nicht die Polizei rufen sollen?«, wollte der Gröning wissen. »Sie haben die Polizei gerufen?«, fragte ich erstaunt nach. »Natürlich, Sie haben doch gesagt, rufen Sie die Polizei«, erzählte der Gröning. Daran konnte ich mich nicht erinnern, wahrscheinlich hatte ich im ersten Schreck alles Mögliche gesagt. Vielleicht hatte der Gröning mich aber auch nur falsch verstanden. »Ha«, machte Evelin zufrieden, »dieser Lügner, nicht nur von Dämonen besessen, sondern Arno verlogen.« »I lügnet«, beschwerte sich der Gröning. »Ja, aber der Pater Jeremias, so tun, als hätte er die Polizei gerufen«, empörte sich auch die Froni, um von seiner Schuld abzulenken. Dann drehten sich alle Richtung Klohäuschen, in dem gerade der Österreicher verschwand. »Den schmeiß ich heute noch aus«, verriet mir Evelin. »Ich bin mir hundertpro sicher, dass er der Strohmann vom Schwarz ist. Erst gestern habe ich ihn mit dem Schwarz tuscheln sehen. Der kauft für den Schwarz und wir stehen dann da. Der Schwarz kämpft mit allen Mitteln«, sagte Froni kopfschüttelnd. »Mich würde es nicht wundern, wenn er die Sarah umgebracht hätte, um dich in Misskredit zu bringen. Langsam wurde mir das echt alles zu viel. Ein dunkler BMW hielt oben bei der Rezeption und ich überlegte schon, mich irgendwo in die Büsche zu schlagen, nur um dem Kommissar nicht betageslich zu begegnen. Ich versuchte gerade dringend zu vergessen, wie ich in dem komplett gerüschten weißen Nachthemd meiner Nonna ausgesehen haben musste. Mit schwingenden Brüsten, das nur nebenbei. Aber es war zu spät, der Kommissar hatte mich schon entdeckt. »Hallo«, sagte ich freundlich und versuchte an keine Nachthemden zu denken. Sie wollen wahrscheinlich Ihren Pullover abholen, erhob seine rechte Augenbraue. »Ich würde ihn ihnen schenken, wenn sie mir versprechen, keine so waghalsigen Aktionen mehr zu machen. Ich hoffe doch wohl stark, dass es hier keinen Mord mehr geben wird, entgegnete ich. Die Camper waren jetzt alle wie vom Erdboden verschwunden. Ich hatte den starken Verdacht, dass sie hofften, dass ich eine Liebesbeziehung mit dem Kommissar anfangen und dann keine Lust mehr haben würde, nach Hamburg zurückzukehren. Auf meinem Handy ploppte eine neue WhatsApp-Nachricht auf. Bestimmt Clara mit dem Bild eines nackten Mannes oder mein Ex, der mir versicherte, dass ich mir seine Freundinnen nur eingebildet hatte. Wichtige Nachricht, fragte der Kommissar. Bestimmt nur mein Ex, sagte ich. Irgendwann würde ich ihn Klaus und Gruber mit mir machten. Ich finde sie auch deutlich attraktiver als die neue ihres Mannes, rutschte es ihm heraus und ich musste lächeln. Das ist nett von ihnen, sagte ich. Wir sahen uns ein Weilchen an, bis er schließlich verlegen sagte, vielleicht schaffen wir es ja jetzt einmal zusammen essen zu gehen. Das wäre toll, antwortete ich ehrlich. Ein paar Kinder rannten kreischend an uns vorbei, alle nur in knappen Badehosen, zwei davon ratterten mit ihren Bobbycars hinterher. Ich könnte sie jetzt gleich zum Frühstück einladen, fiel mir ein. Nägel mit Köpfen machen, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass in nächster Zeit noch ein Mordfall passieren oder wir uns rein zufällig über den Weg laufen würden. Nichts ist schöner als am Vormittag am Steg zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Einträchtig gingen wir zur Rezeption, wo ich Kaffeetassen und die Kanne mit Kaffee in einen Korb stellte und mir auch noch Brezen aus dem Brotkorb mobste. Während wir zum Steg hinunter gingen, fiel mir auf, was für ein Glück ich hatte. Ich war in den letzten drei Monaten zweimal fast ermordet worden und lebte noch immer. Ich hatte einen Campingplatz mit unglaublich vielen netten Gästen und der Österreicher würde heute abreisen. Mit strammen Schritten überholte uns der Gröning, gerade unterwegs ins Moor. Meine Dauercamper besichtigten noch immer das neue Häuschen, das ich wirklich ausnehmend gut in seiner Ecke machte. Drunten am See war es noch angenehm kühl, der Strand war verwaist und der Kommissar und ich setzten uns auf den Steg und ließen unsere Beine ins Wasser baumeln. Auf eine friedliche Zukunft, lächelte er. Auf eine friedliche Zukunft, sagte auch ich und schenkte Kaffee ein. Sie hörten Der Tod sonnt sich im Campingstuhl von Susanne Hanika gelesen von Yara Blümel eine Produktion von Lübber Audio 2018 See. Scherr Kaffee